Auf den Tagesordnungspunkt 1, Regierungserklärung durch die Landesregierung. Der Chef der Staatskanzlei hat mir mit Schreiben vom 20. Januar 2015 mitgeteilt, dass die Ministerpräsidentin beabsichtigt, heute eine Regierungserklärung abzugeben. Thema dieser Regierungserklärung, Gestaltung des digitalen Wandels in Nordrhein-Westfalen. In Verbindung damit wird gelesen, der Antrag der Fraktion der CDU, der die Drucksachennummer 7771 trägt, schnelles Netz für alle, europäische Kostensenkungsrichtlinie konstruktiv begleiten. In Verbindung damit dann auch der Antrag der Fraktion der Piraten, dieser trägt die Drucksachennummer 7773. Die digitale Zukunft Nordrhein-Westfalens benötigt ein eigenes Internetministerium sowie einen Internetausschuss. Bevor ich Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft das Wort zur Einbringung der Regierungserklärung übergebe, bitte ich doch ganz höflich, wenn Sie mir schon nicht zuhören, dass Sie jetzt gleich einfach ruhig sind. Frau Ministerpräsidentin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man eine Rede hält, dann hat man normalerweise das Herz auf der Zunge. Ich habe heute ein Herz in der Hand. Um ein bisschen deutlich zu machen, was das bedeutet für unser Land und auch für die Zukunft unseres Landes. Was ich hier in der Hand halte, ist ein Kunstherz, das weltweit kleinste, voll implantierbare Kunstherz. Das Besondere ist, nach der Einpflanzung steuert es sich sozusagen autonom, also ohne Eingriffe von außen und passt sich dem jeweiligen Bedarf an. Wenn man schneller läuft, muss es schneller schlagen. Es muss sich anpassen. Das ist digitale, integrierte Digitaltechnik, die dahinter steht. Und entwickelt wurde das Herz, sehr vorsichtig davon umgehen, vom Institut für Angewandte Medizintechnik der RWTH Aachen, von Chirurgen des Evangelischen und Johanniterklinikums Niederrhein in Duisburg und vom Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Das Land hat diese Entwicklung unterstützt mit 2,4 Millionen Euro. Gut angelegtes Geld, wie ich finde. Ein Beispiel für Digitalisierung, die in Nordrhein-Westfalen bereits stattgefunden hat, hier ihren Ursprung nimmt. Ein zweites ist das Unternehmen Cumulo City. Die sitzen ganz hier in der Nähe. 2010 aus Ausgründung von Nokia im Silicon Valley gestartet. Sie ist es heute, fünf Kilometer von hier, und bietet eine digitale Plattform zur Vernetzung von Maschinen untereinander. Vernetzt werden damit beispielsweise Verkaufsautomaten oder Fahrzeugflotten. Das Unternehmen mit inzwischen 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet für zahlreiche Unternehmen, auch aus dem Silicon Valley. Für etliche ist Nordrhein-Westfalen im Digitalzeitalter bereits der Platz, an dem man sein sollte. Wir arbeiten daran, dass es noch sehr viel mehr werden. Das ist Digitalisierung Nordrhein-Westfalen. Wir alle, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind alle längst Teil dieses digitalen Wandels. Die Landesregierung wird wie bisher ihren Beitrag leisten, diesen Wandel zum Wohle des Landes, seiner Wirtschaft und seiner Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Mit dieser Regierungserklärung wollen wir deutlich machen, wie viele Schritte bereits gegangen sind und dass viele noch folgen werden. Denn es ist entscheidend, den digitalen Wandel in seiner Dynamik wahrzunehmen, weil er Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend verändert und weiter verändern wird. Schätzungen sagen, dass sich der Datenstrom im Netz bis zum Ende des Jahrzehnts noch einmal verachtfachen wird. Bis dahin werden weltweit 50 Milliarden Geräte miteinander vernetzt sein. In dieser Zeit, während ich hier die Regierungserklärung abhalte, werden in Deutschland alleine rund 256.000 Apps heruntergeladen. Wir in Nordrhein-Westfalen sind längst Teil dieses Wandels und wir wollen ihn weiter nutzen und mitgestalten, ohne die zu erwartenden Umwälzungen kleinzureden. Die Voraussetzungen in unserem Land sind gut. Bei uns arbeiten bereits jetzt über 23.000 Unternehmen in den Informations- und Kommunikationstechnologien mit rund 200.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Diese Unternehmen erwirtschaften bereits heute einen Umsatz von rund 100 Milliarden Euro und das die Hälfte der bundesweiten Branchenumsätze, die bei uns hier in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet werden. Und darüber freuen wir uns. Der digitale Wandel eröffnet in Nordrhein-Westfalen nicht nur die Chance auf Wirtschaftswachstum, auf neue Arbeitsplätze, eröffnet auch die Perspektive auf mehr Lebensqualität, auf Nachhaltigkeit, auf mehr Gesundheit. In vielen Bereichen, von einer humaneren Gestaltung der Arbeitswelt bis zu einer intelligenteren Verkehrsinfrastruktur. Aber es geht auch um Fragen, wie gute Arbeit gesichert werden kann. Es geht um die Änderung kultureller und gesellschaftlicher Grundlagen, um die Sicherung von Bürger- und Grundrechten, aber auch um ein Thema wie Verbraucherschutz. Digitalisierung ist deshalb kein Selbstzweck. Wir müssen und können auch diese Veränderungen in den Dienst des Menschen stellen für ein noch besseres Nordrhein-Westfalen, ein NRW 4.0 für die Menschen in diesem Land. Mit welcher Gesamtstrategie die Landesregierung diese Chancen nutzen will, darüber möchte ich in zehn Feldern kurz skizzieren. Erstens Bildung. Der digitale Wandel verändert viel, aber er verändert, und ich sage ganz bewusst Gott sei Dank, nicht alles. Geborgenheit in der Familie, Wertevermittlung, gute Bildung, Betreuung, Erziehung, zu Hause, in Kita und Schule. Da geht es immer um enge, direkte, menschliche Beziehungen. Das alles soll und darf Digitalisierung nicht ersetzen. Aber sie kann Teil dieser Welt werden. Ein entscheidender Schlüssel, um die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen, ist Bildung. Deshalb haben wir hier einen klaren Schwerpunkt gelegt als Landesregierung. Und wir haben Wort gehalten. Seit 2010 haben wir mehr als 115 Milliarden Euro in die Zukunft investiert. Im Haushalt 2015 kommen noch einmal 26 Milliarden rund hinzu. Das heißt, jeder dritte Euro des Landeshaushaltes geht in Kinder, Bildung und Familien. Das ist der richtige Weg, um dieses Land voranzubringen. Die sogenannten MINT-Fächer spielen in der Bewältigung des digitalen Wandels, wie wir alle wissen, eine besondere Rolle. Es ist darum eine gute Nachricht, dass unser gemeinsames Werben von Landesregierung, Wirtschaft und Gesellschaft seit 2010 dazu geführt hat, dass die MINT-Studienanfänger um über 50 Prozent angewachsen sind. Aber Anfängerzahlen ist das eine. Entscheidend sind die Absolventenzahlen. Und deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass wir im Bundesvergleich den höchsten Anteil von Abschlüssen in den MINT-Fächern haben. Andere reden über Ingenieurmangel. Wir tun etwas dagegen in Nordrhein-Westfalen. Auch in der schulischen Bildung müssen wir die Möglichkeiten nutzen, die der digitale Wandel eröffnet, auch in der Hochschullehrre. An unseren Schulen soll Logineo NRW einen sicheren und landesweit verfügbaren digitalen Lernraum für Lehrkräfte bieten. Etwas Wichtiges, wenn wir gemeinsam weiter auf diesem Weg vorangehen wollen. Mit heute schon circa 30.000 Suchanfragen im Monat bietet Lernline NRW Zugriff auf mehr als 25.000 freie Lernmittel. Dort gibt es ein Pool von Lernaufgaben, den wir weiter ausbauen wollen. Eine Aufgabe, die meine Kollegin Lörmann mit viel Werf voranbringt. Als erstes Bundesland entwickelt und erprobt Nordrhein-Westfalen zwei Prototypen digitaler Schulbücher. Wichtig, dass wir hier vorangehen. Im Rahmen eines Modellversuchs soll in Grundschulen das Programmieren im Rahmen des Sachkundeunterrichts auf den Stundenplan kommen. Schwerpunktmäßig in den Klassen 3 und 4. Damit soll auch jüngeren Schülerinnen und Schülern spielerisch die Softwareseite der digitalen Welt näher gebracht werden. An den Vorbereitungen sind die Hochschulen Aachen, Paderborn und Wuppertal beteiligt. 18 Weiterbildungskollegs in Nordrhein-Westfalen. Bei ihnen wird der berufsbegleitende Lehrgang Abitur online angeboten. Auch da geht es darum, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Weiterbildung wird so noch besser auf die Bedürfnisse der Studierenden ausgerichtet, die ja dann online betreut werden können und die natürlich ihrer Berufstätigkeit auch weiter nachgeben können. Sie können ihre Zeit flexibler einteilen, ihre beruflichen und familiären Verpflichtungen anpassen. Das ist ein wichtiges, ein gutes Instrument. Wir alle kennen die Fernuniversität Aachen als Vorreiter digitaler Lernformate, aber sie steht nicht allein. Ein weiteres gutes Beispiel ist das Flipped Classroom-Konzept der Fachhochschule in Köln. Hier werden Inhalte online vermittelt und in Präsenzveranstaltungen in Form von Seminaren und Tutorien gefestigt, vertieft und diskutiert. Und was ist der Erfolg? Der Erfolg ist, dass in einem Fach wie Werkstofftechnik die Studienabbrecherquote von 50 Prozent auf 10 Prozent gesenkt werden konnte. Sinnvoller digitaler Einsatz in Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren. Und gerade jetzt hat der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft zusammen mit der Heinz-Nixdorf-Stichtung Hochschulen für herausragende Digitalisierungskonzepte ausgezeichnet. Acht Hochschulen bundesweit, zwei davon hier in Nordrhein-Westfalen. Wir gratulieren der RWTH Aachen und der Universität Paderborn. Herzlichen Glückwunsch von hier aus. Aber Digitalisierung, meine Damen und Herren, bietet auch Möglichkeiten im Rahmen der vorsorgenden Politik. So wird gegenwärtig ein Online-Angebot zum Aufbau kommunaler... Das freuen Sie alle so sehr darüber, dass Sie den Preis bekommen haben. Digitalisierung auch im Rahmen vorsorgender Politik. Gegenwärtig wird an einem Online-Angebot zum Aufbau kommunaler Präventionsketten in den Kommunen gearbeitet. Dadurch können die Kommunen ihre Planung besser aufeinander abstimmen. Auch das ist ein sinnvolles Modul. Ohne genügend Fachkräfte, Sie sind der Schlüssel, das wissen wir, kann der digitale Wandel nicht gelingen. Und darum wird in diesem Jahr der Einstieg aller NRW-Kommunen in das Landesprogramm kein Abschluss ohne Anschluss hierbei auch von Bedeutung sein. Ende 2018, 2019 erreichen wir damit über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10. Dieser systemische Ansatz wird übrigens ausdrücklich in der am Montag vorgestellten Studie von Prognos begrüßt. Auch als gute Vorbereitung für das Zeitalter der wachsenden Digitalisierung, meine Damen und Herren. Ja, wir müssen alle Talente entdecken und fördern, die wir haben. Wir werden darum bis zum Jahr 2020 rund 40 Talentscouts an unseren Hochschulen ausbilden. Circa 22 Millionen Euro werden wir in die Talentförderung im Hochschulbereich investieren. Und es geht nicht nur um Hochschulbildung, es geht nicht nur um schulische Bildung. Wir wissen auch um die Stärke der dualen Ausbildung in diesem Land. Und damit ihr auch in Zukunft ihre treibende Kraft entfalten kann, werden wir im Rahmen des Ausbildungskonsens in diesem Jahr eine große Kampagne dualer Ausbildung starten. Denn wir wollen, dass diese Ausbildungssysteme auf Dauer auch in die neue Zeit mit überführt werden. Meine Damen und Herren, das größte Risiko für unsere Wirtschaft besteht darin, die Chancen zu verpassen und nicht die Rolle als Treiber der Digitalisierung in Deutschland und in der Welt zu übernehmen. Klar ist aber auch, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, der schnelle Takt der digitalen Entwicklung stellt die Wirtschaft vor noch einmal erhöhte Anforderungen an Flexibilität und Innovationskraft. Niemand sollte glauben, es gäbe zahlreiche Nischen, die vom digitalen Wandel vergessen werden. Es sind mehr betroffen, als sich heute schon ausmalen. Wenn wir die Möglichkeiten nutzen, dann kann Industrie 4.0 zum großen Wachstumstreiber für die deutsche Wirtschaft werden, insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen. Dann können, so Prognos im Rahmen ihrer Studie, bis 2025 in den Kernbranchen des Landes rund 15,6 Milliarden Euro an zusätzlicher Wertschöpfung und Chancen für zusätzliches Wachstum entstehen. Wir wollen dazu beitragen, dass dieses Wachstum auch stattfindet, meine Damen und Herren. Dazu müssen eine Menge Dinge vorbereitet werden, gerade in den Unternehmen. Neue Geschäftsmodelle, Überarbeitung von Strategien, Strukturen und Abläufen. Das Verhältnis zum Kunden, der Ablauf der Produktion, Wartung, wie wird das eigentlich in Zukunft organisiert. Alles das wird auf den Prüfstand zu stellen sein und wird überarbeitet werden müssen. Es stellen sich Fragen wie, wer ist künftig noch Hersteller von was und wer ist Zulieferer. Das werden Themen sein, die ich mit den Unternehmen dieses Landes, mit Industrie, Handel, Dienstleistung und Handwerk, aber auch mit Gewerkschaften und Wissenschaft im Rahmen einer Gesprächsreihe digitaler Aufbruch diskutieren werde, die im März diesen Jahres beginnen wird. Dass noch nicht alle Unternehmen die Herausforderungen annehmen, bestätigen die Studienergebnisse der DZ-Bank. Das Institut geht davon aus, dass aktuell 70 Prozent der kleinen und mittleren... Ich weiß, Sie sind in der digitalen Welt schon so zu Hause, Sie wissen das alles, Herr Lindner. Aber es wäre nett, wenn Sie dann doch mal einen Moment Ruhe gönnen könnten. Es wäre nett von Ihnen. Vielen Dank. Also, die DZ-Bank hat Studienergebnisse vorgestellt und die müssen uns Sorgen machen. Die DZ-Bank-Studie besagt, dass 70 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen der Digitalisierung noch keine ausreichende Relevanz beimessen. Hier werden wir eben gegensteuern, hier werden wir Gespräche führen, hier werden wir aktiv für die Chancen des digitalen Wandels werben. Um diesen Prozess voranzutreiben, hat der Wirtschaftsminister Gareth Dün im März 2014 Professor Dr. Kollmann zum Beauftragten für die digitale Wirtschaft ernannt. Er ist der direkte Ansprechpartner, entwickelt konkrete Ideen zur Unterstützung der Branche in Nordrhein-Westfalen. Er koordiniert die Arbeit des Beirats Digitale Wirtschaft. Was Industrie 4.0 in der Praxis heißt, davon kann man sich schon heute in der Smart Factory am Zentrum Industrial IT in Lemgo ein Bild machen. Hier forschen die Hochschule Ostwestfalen-Lippe und die Fraunhofer-Gesellschaft gemeinsam mit Partnern aus der Industrie an innovativen Steuerungs- und Produktionstechnologien. Ostwestfalen ist übrigens insgesamt stark in Sachen Industrie 4.0. Das Spitzencluster ITS OWL ist deutschlandweit das größte Industriecluster dieser Art mit 174 Unternehmen, Hochschulen, Forschungszentren und wirtschaftsnahen Organisationen. Das ist Bündelung von Kompetenz, so wie es in NRW eingeübt ist. Und das ist das, was unser Land stark macht, meine Damen und Herren. Das reicht noch nicht aus, dafür braucht es auch weiter Unterstützung. Als Land werden wir insgesamt 640 Millionen Euro in innovative Zukunftsprojekte unserer Wirtschaft mit Schwerpunkt Digitalisierung investieren. Und zwar in Projekte, die sich in unseren Leitmarktwettbewerben durchsetzen. Dabei geht es nicht nur um Smart Factory, dabei geht es um Energiesicherheit, Energieeffizienz durch digitale Informations- und Kommunikationstechnologien, um Logistik, um Medizintechnologie, um die Schlüsselbranche und Fahrzeugbau einschließlich der Zulieferer, um Cloud Computing, um leistungsfähige Netze. Und es geht darum, dass diese hochvernetzte Welt sicher sein muss. Im Bereich Medien ist die Bedeutung der Digitalisierung früher und stärker deutlich geworden als in anderen Bereichen. Nordrhein-Westfalen hat sich diese Entwicklung gestellt mit großem Erfolg. Das Land hat sich weiterentwickelt zum führenden Medien- und Kreativstandort in Deutschland und zu einem der stärksten in Europa. Aber wir müssen weiter Innovation und Vielfalt fördern. Die Film- und Medienstiftung NRW hat 2014 darum zum Beispiel das europaweit erste Förderprogramm für Web-Videomacher unterstützt. Wir fördern auch das UFA Lab in Köln, ein Ort für kreative Innovationen im Web-Video-Bereich. Aus Mitteln des Landes werden so eine Vielzahl kleiner, engagierter Vorhaben der Kreativwirtschaft unterstützt. Für die Musikwirtschaft mit einem Designerkongress. Es gilt, die heterogene und kleinteilige Branche besser miteinander zu vernetzen und eine größere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Das ist Voraussetzung für Erfolge am Markt, regional, national und international. Daneben sorgt der Leitmarktwettbewerb Create Media NRW für einen Innovationsschub in der Medien- und Kreativwirtschaft. 40 Millionen Euro stehen bis 2020 für solche innovative Projekte zur Verfügung. Nehmen wir auch den Bereich des Gaming, das Spielen. Es ist vor allem für jüngere Menschen etwas, was zum Alltag dazugehört. Aber die Grundlagen werden jetzt zunehmend übertragen auf andere Felder. Zum Beispiel Schulungen für die Chemieindustrie, Prozesse im Automobilbau. Köln ist ein wichtiges Zentrum für die Entwicklung von Health Games, wie es so schön heißt, also für die Gesundheit, für kranke Kinder. Oder von Apps in diesem Bereich, etwa für Menschen, die an Depressionen leiden. Die Landesregierung unterstützt diese kreativen Ansätze gezielt bei der Erschließung von Märkten, zum Beispiel mit Kongressen und Workshops in Kooperation mit Wirtschafts- und Gesundheitsministerium. Frau Steffens kann heute leider nicht hier sein, aber hier wird eine hervorragende Arbeit geleistet. Meine Damen und Herren, die Breit dieses Feld ist, zeigt sich daran, digitale Herausforderungen haben wir auch im Bereich Energie. Digitale Technologie hilft uns, eine der größten Herausforderungen der Energiewende zu bestehen. Die Erzeugung erneuerbarer Energien mit der Energienutzung zu harmonisieren. Wenn viele Tausend dezentrale Energieerzeuge einspeisen, Solaranlagen, Windparks, andere, kann dies zu erheblichen Netzschwankungen ausführen und damit empfindlich auch Industrieanlagen potenziell beschädigen. An der Universität Wuppertal wurde zusammen mit einem Industriepartner das Gerät INES, intelligente Ortsnetzstation, entwickelt. Das ist Smart Grid Technologie. Es wird in einigen Ortsnetzen bereits eingesetzt. Stromsensoren alarmieren INES, wenn plötzlich die Netzspannung auf gefährliche Werte steigt. Das Netz reagiert dann sofort und regelt beispielsweise Solaranlagen herunter. Das ist ein Element, das bereits jetzt funktioniert. Es hat den Hermes Award 2014 gewonnen. Durch eine intelligente Vernetzung von vielen dezentralen Energieerzeugern und Verbrauchern kann und muss das schwankende Angebot von Sonnen- und Windstrom optimiert werden. Erneuerbare Energien effizient zu nutzen, das bedeutet auch die Möglichkeiten eines virtuellen Kraftwerks auszuloten. Ein Pilotvorhaben zum virtuellen Kraftwerk wollen wir nach Nordrhein-Westfalen holen. Wir arbeiten intensiv an der Bewerbung mit Unternehmen der Stromerzeugung, der Stromverteilung und der energieintensiven Industrie hier im Lande. Denn nur durch eine intelligente Verbindung erneuerbarer Energien mit gesicherter Leistung schaffen wir die Energiewende und erhalten die Versorgungssicherheit. Das ist ein wichtiger Faktor für die weitere Zukunft unseres Landes. Meine Damen und Herren, wichtig sind die Grundlagen. Nordrhein-Westfalen ist beim schnellen Internet im Vergleich zu anderen Flächenländern vorne. Mitte 2014 waren 70,7 Prozent der Haushalte. Ich empfehle Ihnen heute einfach mal die Tageszeitung oder die Presseschau zu lesen. Dort haben Sie die Daten, die ich ja jetzt noch mal vortrage. 70,7 Prozent der Haushalte sind mit Übertragungsraten von 50 oder mehr Megabit pro Sekunde ausgestattet. Damit liegen wir knapp vor Baden-Württemberg, deutlich vor Bayern. Aber wir dürfen uns und werden uns damit nicht zufrieden geben. Ja, da darf man auch mal klatschen. Die Zeit lasse ich da. Aber damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Dafür haben diese Netze eine zu große Bedeutung im digitalen Wandel. Wir müssen die noch bestehenden weißen Flecken erschließen. Und darum haben wir bereits vor einem Jahr den Rundentisch Breitband gegründet und Maßnahmen zum beschleunigten Netzausbau beschlossen. Denn unsere Zusage steht, wir werden dafür sorgen, dass bis 2018 die noch fehlenden Kommunen auch im ländlichen Raum an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen werden. Das ist unsere Zusage, meine Damen und Herren. Intelligente Lösungen sind dabei gefragt. Es geht nicht nur darum, dass man Milliarden in den Raum stellt. Es geht darum, dass man kostengünstige intelligente Lösungen jeweils vor Ort findet. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Wir setzen auf die Beteiligten vor Ort. Wir setzen auf die Partner vor Ort, um diese intelligenten Lösungen schnell und gezielt und kostengünstig für alle Beteiligten einzusetzen. Ich möchte dazu zwei Beispiele nennen. Das eine ist Wettringen im Kreis Steinfurt. Der Bürgermeister persönlich sorgte 2013 zusammen mit seinem Wirtschaftsförderer durch direkte persönliche Ansprache der Anwohner und der ansässigen Betriebe und Kooperation mit Stadtwerken und Netzbetreibern dafür, dass im Ortskern und dem angrenzenden Gewerbegebiet Glasfaserkabel verlegt wurde. Das ist eine intelligente Initiative. Markt macht herstellen, indem man sich zusammentut. Das Gleiche ist übrigens in Herminkeln passiert. Dort war es ein bürgerschaftliches Engagement. Auch dort ist die Wirtschaft dann eingestiegen. Das sind intelligente Konzepte. Und eine Opposition, die immer nur sagt, wir müssen hier Milliarden auf den Tisch legen, die geht den falschen Weg. Wir wollen intelligente Lösungen für Breitband, meine Damen und Herren. Wir unterstützen natürlich die Kommunen im ländlichen Raum, weil das nicht überall so mit dieser Marktmacht funktioniert. Ja? Intelligente Lösungen sind halt manchmal schwierig. Wir unterstützen, weil natürlich auch finanzielle Unterstützung notwendig ist. Das wissen wir. Wir unterstützen die Kommunen im ländlichen Raum mit 60 Millionen Euro. Und wir werden die kompletten Einnahmen aus der... Ja, für Sie ist das nicht viel Geld. Sagen Sie doch, dass das Peanuts sind. Und in den nächsten Haushaltsdebatten wollen Sie uns wieder vorführen, dass wir zu viel Geld ausgeben. Das ist doch Ihre Art, Politik zu machen in diesem Land. Glauben Sie, dass das die Wählerinnen und Wähler Ihnen durchgehen lassen? Glauben Sie doch selber nicht. Also, 60 Millionen Euro für den ländlichen Raum. Und, das ist unsere Zusage, die kompletten Einnahmen aus der digitalen Dividende 2. Das heißt, die Versteigerung der 700 Megahertz-Frequenzen wird ja jetzt erfolgen. Davon geht die Hälfte an die Länder. Dafür habe ich erfolgreich gekämpft in Berlin. Das wollte der Bund nämlich nicht. Das darf ich ja auch mal sagen. Die eine Hälfte gibt der Bund. Die eine Hälfte kriegt der Bund. Er sagt zu, dass er das auch in den ländlichen Raum, in Breitband investiert. Die andere Hälfte bekommen die Länder. Und unseren Anteil werden wir ebenfalls voll in den Breitbandausbau investieren. Das ist die Zusage, die steht, meine Damen und Herren. Und darüber hinaus haben wir als nordrhein-westfälische Landesregierung auch für das sogenannte Juncker-Investitionspaket, das ja 315 Milliarden Euro betragen soll für EU-Investitionsvorhaben, haben IKT-Projekte mit dem Schwerpunkt Breitband von 3,7 Milliarden Euro angemeldet. Ja, natürlich braucht man auch Geld dazu. Aber es geht erst mal darum, intelligente Lösungen so weit wie möglich zu nutzen. Dass Ihnen das schwerfällt, darüber nachzudenken, das ist uns bekannt. Das wissen wir. Neben dem Breitbandausbau spielt die Versorgung über Funknetze eine wachsende Rolle. Immer mehr Kommunen unseres Landes, dort entstehen freizugängliche WLAN-Netze. Kostenloses WLAN in der Fußgängerzone, in öffentlichen Räumlichkeiten soll zur Selbstverständlichkeit werden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen darüber hinaus eine außerordentlich aktive Community, die selbst verwaltete. Öffentliche Orte im Digitalen schafft. Ehrenamtlich Aktive haben in 42 Städten im Land 1.000 Freifunknoten mit freiem WLAN zum Nutzen alle aufgebaut. Damit es solche Netze weiter und künftig in noch größerer Zahl gibt, muss dringend klargestellt werden, dass Private nicht haften, wenn sie ihre Rechnung für solche Netze zur Verfügung stellen werden. Das ist eine dringende Aufgabe an die Politik in Deutschland. Und weil das Netz heute von so zentraler Bedeutung ist, gilt für uns, wir müssen Netzneutralität und Vielfalt sicherstellen. Auch das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Meine Damen und Herren, weltweit wurden 2013 schätzungsweise 4 Zetabyte an Daten generiert. Das ist 10 hoch 21, eine 1 mit 21,0. Der digitale Wandel ermöglicht die Speicherung, Auswertung und Vernetzung dieser Datenmengen. Damit wird aus Big Data Smart Data. Auch deshalb kommt der Sicherung von Datenübertragungen und Beständen gegen unbefugten Zugriff eine entscheidende Rolle zu. Dies gilt für den privaten Bereich genauso wie für Wirtschaft und Verwaltung. Wir brauchen Datensicherheit und wir brauchen Datenhoheit. Dafür ist Vertrauen entscheidend. Jeder muss sich darauf verlassen können, dass seine Daten nicht missbraucht werden. Jeder muss entscheiden können, wie viel er von sich und von seinen Daten preisgibt und was er preisgibt. Insgesamt arbeiten in Nordrhein-Westfalen über 30 Hochschul- und Forschungseinrichtungen beim Thema IT-Sicherheit. Eine der größten und leistungsfähigsten Einrichtungen ist das Horst-Görz-Institut an der Ruhe in Bochum. Und weil wir wissen, dass es so viele sind, die gut miteinander zusammenarbeiten, haben wir uns ein klares Ziel gesetzt. Insgesamt rund 1.000 Forscherinnen und Forscher in Nordrhein-Westfalen werden an Fragen der IT-Sicherheit miteinander vernetzt arbeiten. Das ist unser Ziel, meine Damen und Herren. Denn eins ist doch klar, wir wollen doch nicht, dass persönliche Daten von Menschen, das, was damit geschieht, immer nur von extern irgendwo im Silicon Valley in Kalifornien entschieden wird. Wir wollen Datensicherheit selbst organisieren. Das muss das Ziel sein hier in der Bundesrepublik Deutschland. Neben der Datensicherheit müssen wir die Datenhoheit verbessern. Es geht um die Entwicklung eines digitalen Ordnungsrahmens. Wir wollen, dass Firmen die Daten von Menschen nur verarbeiten und weitergeben können, wenn die Betroffenen ausdrücklich zugestimmt haben. Datenschutzfreundliche Voreinstellungen sollen Standard sein. Anbieter von Telemediendiensten, insbesondere von sozialen Netzwerken, sollen verpflichtet werden, die Sicherheitseinstellungen auf der höchsten Sicherheitsstufe gemäß dem Stand der Technik voreinzustellen. Wenn Menschen sich beim Onlinedienst anmelden, sollen sie bewusst und aktiv jede veröffentlicht von persönlichen Details zustimmen. Maximale Auswertung und Verarbeitung darf nicht von vornherein als normal vergelten. Wir brauchen die gesetzliche Verankerung des Rechts auf einen digitalen Neustart. Mit den Gesetzen der analogen Zeit können wir nicht wirksam auf die Herausforderungen der digitalen Welt reagieren. Wir werden uns auf der Bundesebene deshalb aktiv dafür einsetzen, einen klaren Rechtsrahmen zu schaffen, der sie Persönlichkeitsrechte des Einzelnen besser schützt. Das muss unser Ziel sein. Dafür ist ganz entscheidend, dass in diesem Jahr endlich die Datenschutz-Grundverordnung der EU verabschiedet wird. Wichtig ist auch, verantwortungsvollen Umgang mit Daten frühzeitig zu lernen. Der Medienpass Nordrhein-Westfalen ist hier beispielgebend. Er ist seit 2012 das wichtigste Instrument, was auch in anderen Ländern demnächst zur Anwendung kommen wird. Wir wollen das jetzt ausweiten auf die Jahrgangsstufen 7 bis 10. Es geht darum, alle Altersstufen kompetent zu machen im Umgang mit der digitalen Welt. Mit der Verbraucherinitiative, den Verbraucherkonferenzen in Regionen wollen wir Risiken und Nutzen auch des Internets im Alter besprechen und wir wollen darüber informieren. Weil wir in der digitalen Welt den Verbraucherschutz stärken müssen, ist auch die Rolle der Verbraucherzentralen in Nordrhein-Westfalen hier hervorzuheben. Bis Ende 2015 werden wir sie steigern auf 62 Beratungsstellen. Auch das gehört mit zum digitalen Wandel, dass wir Verbraucherrechte nicht hinten runterfallen lassen. Meine Damen und Herren, ich habe vorhin das Horst-Götz-Institut in Bochum erwähnt, das bei IT-Sicherheit ganz vorne ist. Aus dem Institut heraus sind in den vergangenen zwei Jahren fünf junge Unternehmen gegründet worden. Sie bieten Lösungen an, wie man zum Beispiel auf Facebook verschlüsselte Nachrichten verschicken lassen kann oder wie man geschäftliche Daten sicher auf dem Smartphone ablegen kann. Ich betone, sicher auf dem Smartphone ablegen kann. Für ein starkes NRW 4.0 brauchen wir mehr derartige Existenzgründungen. Hier sind wir noch nicht gut genug. Wir haben darum in dieser Woche die beiden Minister Dün und Svenja Schulze eine Start-up-Offensive vorgestellt. Wir nehmen bis 2020 insgesamt 70 Millionen Euro in die Hand, damit aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen heraus mehr Gründungen gelingen und die Kooperation mit der mittelständischen Wirtschaft hier noch enger wird. Wir haben ein ehrgeiziges Ziel. Wir wollen Gründerland Nummer eins werden. Wir haben dafür gute Voraussetzungen. Wir haben nicht nur schon ein vielfältiges Netz von Start-up-Unternehmen, sondern auch eine große IKT-Wirtschaft, wie ich vorhin bereits erwähnt habe. Wir sind eine Top-Adresse. Aber unser größtes Fund gegen die Mitbewerber, das sind diejenigen, die hinterher Anwendungen übernehmen sollen. Das ist die Wirtschaft, das ist die Industrie. Und die Nähe zu denjenigen, für die man diese Anwendungen entwickelt, ist ein großes Fund. Und an dieser Stelle sehen wir unsere Chancen und wir werden diese Chancen nutzen. Das ist unsere Aufgabe. Wir verbessern unsere Instrumente von der Beratung bis zur Finanzierung. Wir haben ein Venture-Center bei der NRW-Bank aufgebaut. Und die Zusage heißt, dass keine erfolgversprechende Unternehmensidee an der Finanzierung scheitern wird. Ich sage aber auch, entscheidend sind nicht nur die Instrumente, damit wir mehr Gründungen bekommen. Warum entscheidend, mindestens genauso entscheidend ist, dass wir eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, welchen Stellenwert Gründerinnen und Gründer in unserer Gesellschaft haben. Wir müssen sie ermutigen. Viele trauen sich nicht. Wir brauchen Ermutigung von Familie, von Freunden, aus dem Umfeld, aus der Gesellschaft. Und eins ist ganz wichtig. Hier haben wir einen kleinen Nachteil in Deutschland, auch im Vergleich zu den USA. Dort gilt jemand, der mit einem Unternehmen gescheitert ist, als jemand, der Erfahrungen gesammelt hat, die er jetzt zielbringend für die neue Gründung einsetzen kann. Bei uns gilt er als gescheitert und erhält kaum noch eine neue Chance. Diese Mentalität müssen wir verändern und dafür führen wir einen öffentlichen Dialog. Es ist wichtig, dass wir das gemeinsam vorantragen. Meine Damen und Herren, natürlich ist auch in diesem Themenfeld das Thema Infrastruktur, auch Verkehrsinfrastruktur entscheidend. Bis 2020 werden wir mehr als 11 Milliarden Euro an Landes- und Bundesmitteln in unsere Infrastruktur investieren. Allein in diesem Jahr gehen rund 618 Millionen an Landesmitteln in Straße und Schienen. Und das reicht nicht. Es muss uns gemeinsame Aufgabe sein, hier auch den Bund endlich so in die Pflicht zu nehmen, dass wir den bestehenden Investitionsstau beseitigen können. Wenn wir von der Leverkusener Brücke immer sprechen, die uns ja aus Butterbrot fällt sozusagen, dann reden wir über eine Bundesautobahnbrücke. Wir reden über marode Bundeswasserstraßen. Und hier gilt es weiter gemeinsam, Druck Richtung Berlin zu machen. Und das wollen wir tun. Neben der Verkehrsinfrastruktur brauchen wir aber auch Investitionen in die digitale Infrastruktur in diesem Feld, damit wir die Rolle als Transitland in Europa auch weiter ausfüllen können. Wir haben dieser Tage gelesen, dass das Bundesverkehrsministerium plant, auf der A9 zwischen Nürnberg und München ein digitales Testfeld Autobahn für autonomes Fahren anzuwenden. Ich sage das hier in aller Deutlichkeit. Wir halten das Ruhrgebiet für ein solches Testfeld für wesentlich geeigneter. Und wir sind seit über einem Jahr mit Herrn Dobrindt dazu im Gespräch, der Verkehrsminister. Warum ist es geeigneter? Wir haben die Parallelität der drei Autobahnen A2, 42 und 40. Versuche kann man dann reibungsloser durchführen. Und es ist doch wichtig, dass die Tauglichkeit auch in einem Ballungsraum getestet wird. Es kann doch nicht immer hier nur daran gehen, wenn der Verkehrsminister aus Bayern geht, dann gehen solche Projekte auch nach Bayern. Liebe CDU, das ist doch Ihr Fraktionspartner. Helfen Sie doch mit, dass da mal endlich die Vernunft einzieht und nicht die regionale Sicht. Meine Damen und Herren, wenn unsere Autos in immer mehr Verkehrssituationen autonom gesteuert werden, muss auch klar sein, dass dieses autonome Fahren absolut zuverlässig sein muss. An dieser Frage wird in Aachen geforscht. Dabei geht es, das finde ich besonders interessant, um die Frage der elektronischen Fahrzeugkopplung bei Lastwagen. Das heißt, mit der Hilfe von Digitalisierung werden maximal vier Lkw vollautomatisiert im Konvoi hintereinander herfahren und dabei Beschleunigung, Abstand halten und Bremsvorgänge selbst regeln können. Diese katastrophalen Unfälle, wie gestern Nacht wieder, wo ein Lkw auf ein Stauende ungebremst aufhört, die würden dann ein Stück der Vergangenheit angehören. So können Sicherheit und Verkehrsfluss optimiert werden. Das sind wichtige Ansätze für die digitale Zukunft, wie sie uns allen auch in diesem Land nutzen wird. Zur Optimierung der Verkehrsströme gehört auch die Verkehrszentrale NRW, die wir zur telematischen Schaltstelle ausgebaut haben. Das Verkehrsinfoportal NRW, das im Frühjahr 2015 in Regelbetrieb gehen wird. Und wir sind auch bei der digitalen Verkehrsinfrastruktur Vorbild in der Forschung. Der Lehrstuhl für Kommunikationsnetze an der TU Dortmund hat in Kooperation mit einem Wirtschaftsunternehmen eine intelligente Leitplanke entwickelt. Sie schützt vor Falschfahrern. Auch das eine Ursache für viele sehr schwere Unfälle, wie wir wissen. Alles das, wichtige Systeme, wichtige Entwicklungen, made in NRW. Und darauf sind wir stolz, dass solche Entwicklungen hier entstehen können. Meine Damen und Herren, die Frage, wie wir in einer zunehmend digitalisierten Welt leben wollen, betrifft vor allem auch unsere Städte und Gemeinden. Das Beispiel der Stadt Wuppertal ging dieser Tage durch die Presse. Online-City Wuppertal. In dieser Form einzigartig. Es geht um die Kunst und Herausforderung, den stationären mit dem Internethandel zu verbinden. Es nicht als Gegensatz zu verstehen, sondern durch intelligente Konzepte für beide eine Win-Win-Situation zu erzielen. Das ist in Wuppertal der Fall. Kreative Ideen, die der digitale Wandel braucht. Die Landesregierung stellt eine umfangreiche Anzahl von Förderinstrumenten bereit, um die Innenstädte in Zeiten der Digitalisierung zu beleben. Ein Beispiel ist der Landeswettbewerb Up in die Mitte, den wir jetzt weiterentwickeln zu App in die Mitte. Um auch die Angebote des Web... Ja, Sie wissen, machen Sie das doch mal. Gehen Sie doch mal da hin und gucken Sie sich das doch mal an, dann würden Sie es nicht so diskreditieren. Das sind Angebote, auch die die Bürger in diesem Land wagen. Das ist vielleicht nicht mehr Ihre Generation, lieber Kollege. Aber wenn ich auf meinen Sohn gucke, der geht mit seinem Handy durch die Innenstadt. Und dann ist es sinnvoll, dass wir auch die kommunalen Angebote, die Kulturangebote, für ihn gleich sichtbar in einer App dort mit bezeichnen. Ja, das gibt es an Einzelstellen, aber vielleicht in Aachen, aber nicht flächendeckend in Nordrhein-Westfalen, Herr Laschet. Und daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Dass es nicht 18 Plattformen gibt, sondern eine. Das ist das Problem, das es dabei zu lösen gilt. Heimat vor der Haustür zu erleben, heißt auch, sich in seinem Viertel, in seinem Quartier auszukennen. Dabei soll künftig ein digitaler Quartierslotse helfen, den wir gemeinsam mit drei Kommunen entwickeln wollen. Nur eine Anwendung soll das gesamte Portal eines Quartiers sichtbar werden lassen. Das ist wichtig. Angebote von Vereinen, Initiativen um die Ecke, Stadtteilbücherei, Schwimmbad, Zeiten der Gottesdienste. Es geht darum, den Bürgerinnen und Bürgern, die für sie zum Teil verborgenen Schätze, in ihrer Nachbarschaft vor Augen zu führen. Sie sollen auf einen Blick erfahren, was in ihrem Quartier los ist und mit einem Klick auch Kontakt aufnehmen können. Das Smartphone wird so zum Lotsen werden. Das geht in diesem Thema um Teilhabe, um Möglichkeiten und um Teilhabe. Das ist eine menschliche Dimension dieser Digitalisierung, die nutzbringend sein kann. Und wir wollen dafür sorgen, dass sie auch genutzt wird und dass sie optimal organisiert wird. Ich war letzte Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos und neben vielen anderen Themen war ich auch dort zum Thema Urbanisierung. Wenn Sie dort mit den Experten aus der ganzen Welt, aus Forschung, aus Politik, aus Wirtschaft zusammensitzen, dann sehen Sie, was es bedeutet, eine digitale Grundstruktur in eine Stadt einzuziehen. Was es bedeuten kann für Lebensqualität, aber auch beispielsweise für medizinische Versorgung. Was es bedeuten kann, insbesondere für den ländlichen Raum, wo wir mit den demografischen Veränderungen umgehen können müssen. Einer der Beispiele dafür ist das Projekt Telematik in der Intensivmedizin, Universitätsklinikum Aachen. Hier können Krankenhäuser aus dem ländlichen Raum durch Vernetzung Zugriff auf das Know-how zum Beispiel von Unikliniken bekommen. Auch hier gilt hochwertige wohnortnahe medizinische Versorgung dank digitaler Technologie. Diese Möglichkeiten wollen wir nutzen, weil wir wollen, dass die Menschen möglichst lange da wohnen bleiben können, wo sie gerne wohnen würden und nicht abhängig davon sind, dass sie an Qualität von Medizin aus Qualitätsgründen abwandern müssen. Es geht darum, Krankentransporte zu vermeiden, dadurch, dass Ultraschallgeräte eingesetzt werden und dann die Bilder sofort in die Krankenhäuser transportiert werden. Für Menschen, denen es psychisch und physisch eine Belastung ist, erst ins Krankenhaus für solche Zwecke transportiert zu werden. Es geht um das Arzneimittelkonto, das als App jederzeit einsehbar sein wird. Ganz wichtige Entwicklungen, weil wir doch wissen, wie viele Menschen mit zu vielen und falschen Zusammensetzungen von Medikamenten auch gefährdet werden. Wir wollen dem begegnen und da ist die Digitalisierung eine weitere Chance und auch hier in diesem Feld ist sie für den Menschen Nutzbringend. Kollegin Steffens hat in den vergangenen Jahren mit insgesamt 25 Millionen Euro nutzerorientierte digitale Anwendungen, über 30 Projekten mit Schwerpunkt elektronische Arztbriefe, Pflegeberichte, Fall- und Patientenakten, elektronisch gestützte Arzneimitteltherapie, Sicherungsprüfung und Telemedizin hineingesteckt, sinnvoll investiertes Geld. Wichtig ist bei all diesen Beispielen, dass schon bei der Entwicklung von Anwendungen ein intensiver Dialog mit den späteren Nutzerinnen und Nutzern geführt wird. Intelligentere Systeme haben nämlich nur dann einen Mehrwert, wenn sie sich nach Bedarfen richten, die dann auch gebraucht werden und die so organisiert sind, dass sie auch optimal genutzt werden können. Meine Damen und Herren, auch Verwaltung muss Schritt halten mit der Dynamik in der Vernetzung und Digitalisierung. Das betrifft alle Teile der Verwaltung. Die Vorteile einer digitalen Verwaltung spüren wir ja schon seit vielen Jahren, etwa seit 2001 mit der elektronischen Steuererklärung Elstern. Davon macht inzwischen jeder Zweite in Nordrhein-Westfalen Gebrauch. Ich will einige zentrale Bereiche nennen, wie wir uns in Nordrhein-Westfalen in diesem Feld dem digitalen Wandel stellen. Zunächst einmal ganz wichtig das E-Government-Gesetz. Damit werden wir eine Reihe praktische Verbesserungen für Wirtschaft und Bürger organisieren. Wir wollen zugleich zeigen, dass Digitalisierung eine besonders intelligente Form von Verwaltungsvereinfachung und Bürokratieabbau ist. Ab 2016 sollen die Behörden den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen die Möglichkeiten einer sicheren elektronischen Kommunikation anbieten. Auch Nachweise muss man dann nicht mehr in Papierform einreichen. Ebenfalls bis 2016 wollen wir mit dem neuen elektronisch identifizierten, identifizierbaren Möglichkeiten mit dem neuen Personalausweis nutzen. Das heißt, der Gang zur Behörde kann dann entfallen. Ich muss nicht extra mir freinehmen, um zur Behörde zu gehen, sondern das kann dann auf dem elektronischen Wege erfolgen. Sisyphus' Arbeit ist es, die Vorschriften des Landes zu durchleuchten, ob wirklich eigenhändige Unterschrift oder ein persönliches Erscheinen erforderlich ist. Hier gilt es abzuwägen und alle Regelungen zu durchforsten. Die Verwaltung selbst wird schrittweise bis 2022 auf die elektronische Aktenführung übergehen. Und Open NRW, das neue Portal, soll in diesem Jahr starten. Es wird Daten, Dokumente und Informationen der Landesverwaltung in offenen Formaten und lizenzfrei zugänglich machen. Das bietet neue Möglichkeiten, auch für Initiativen und Start-ups, die diese Daten nutzen können. Und das schafft Chancen für neue Geschäftsmodelle. Und nicht zuletzt wollen wir damit auch den Menschen mehr Möglichkeiten geben, sich an politischen Prozessen zu beteiligen. Meine Damen und Herren, unsere Justiz ist ebenfalls längst auf dem digitalen Weg. Bereits seit dem 1. Januar 2004 gibt es das elektronisch geführte Handelsregister. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt noch rund 16 Stunden. Man kann sich heute schon über Apps, über Gerichtstermine informieren. Der elektronische Rechtsverkehr wird in der gesamten Justiz kommen. Ab 1. Januar 2018 können zunächst Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte elektronisch mit den Gerichten kommunizieren. Und ab 2022 wird die Justiz komplett elektronisch arbeiten. Übrigens, Nordrhein-Westfalen ist im digitalen Bereich auch europaberecht bestens aufgestellt. Von hier aus wird für die gesamte Europäische Union die Infrastruktur für ein europäisches Justizportal aufgebaut. Hierzu gehören insbesondere auch europäische Register, Handels- und Unternehmensregister und Insolvenzregister. Diese Aufgabe hat Europa der nordrhein-westfälischen Justiz anvertraut. Und darauf sind wir stolz, meine Damen und Herren. Übrigens ging es letzte Woche in Davos an vielen Stellen und fast immer um Digitalisierung. Es ging aber auch um die Frage, welche neuen rechtlichen Rahmenbedingungen müssen wir eigentlich als Politik setzen. Und mit diesen Fragen beschäftigt sich der nächste Juristentag 2016 in Essen. Er muss die Fragen klären. Der Titel eines Forums lautet Digitale Wirtschaft, analoges Recht. Braucht das BGB ein Update? Das klingt so banal, aber in Davos wurde die Frage gestellt, was ist beim autonomen Fahren, wenn ich als Fahrer im Grunde gar keinen Einfluss mehr nehme und es passiert ein Unfall. Wer haftet eigentlich? Wer ist verantwortlich? Was ist mit Maschinen, die selbstständig lernen und selbstständig Entscheidungen treffen? Wie wird das in solchen Fällen geregelt? Wir stehen vor einer Menge Herausforderungen im Bereich der Justiz. Und ich bin froh, dass sich der Juristentag mit diesen Themen intensiv auseinandersetzen wird. Meine Damen und Herren, eine der wichtigsten Aufgaben wird es sein, den digitalen Wandel so zu gestalten, dass er möglichst vielen Menschen zugute kommt. Das bedeutet zum Beispiel, auch in der digitalen Welt muss es zu fairen, guten Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen. Smartphone und Laptop können neue Formen der Zeitsouveränität schaffen, können. Können neue Möglichkeiten, Beruf und Familie miteinander zu verbinden bieten. Viele Menschen nutzen und schätzen diese neuen Möglichkeiten. Zugleich wissen wir, dass auch neue Herausforderungen vor uns liegen. Dass es zu Arbeitsverdichtungen kommen kann. Das Gefühl, andauernd erreichbar sein zu müssen oder wirklich erreichbar sein zu müssen. Online kontrolliert zu werden. Das bedarf einer... Ich halte es auch für ein Menschenrecht, nicht erreichbar zu sein, Herr Lindner. Da mag ich mich von Ihnen zu unterscheiden. Das ist wohl wahr. Sie reden ja immer nur von Freiheit. Das alles, wie wir feststellen, bedarf einer intensiven gesellschaftlichen Diskussion und politischen Begleitung. In vielen Branchen sehen wir zudem eine... Dass Ihnen die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt nicht am Herzen liegen. Das wissen wir schon länger. Aber wir und uns liegen Sie am Herzen. Vielleicht geben Sie uns die Gelegenheit. Ja, reden wir doch miteinander darüber, was denn gerade auf dem Arbeitsmarkt in manchen Bereichen passiert. Da reden wir doch mal über die wachsende Zahl von freiberuflichen Dienstleistungen. Da geht es nicht nur um Taxifahren, sondern es geht unter anderem auch um Softwareexperten. Das Netzwerk Topcoder vermittelt inzwischen in 200 Ländern die Dienste von 30.000 freiberuflichen Programmierern. Wie ist das eigentlich in einer solchen Welt? Welche Arbeitsrechte gelten doch? Wie schaffen wir es, dass das menschenwürdige Arbeitsverhältnisse sind auf Dauer? Das sind Fragen, mit denen sich auch der Landtag Nordrhein-Westfalen beschäftigen muss. Das sind wichtige Themen. Die neuen Gestaltungsräume nutzen und zugleich Regeln finden, damit digitale Arbeit auch gute Arbeit ist. Daran müssen wir, davon bin ich überzeugt, gemeinsam arbeiten. Soziale Sicherheit und digitale Teilhabe zu verbinden, das ist zentrale Zukunftsaufgabe von Politik, Gewerkschaften und Unternehmen. Auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir diese Aufgabe in einer sich global vernetzenden Arbeitswelt als Land gewiss nicht allein lösen können, so müssen wir doch unseren Beitrag leisten. Dazu gehört auch das Wissen um den Wert von Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft. Und das wollen wir gerne auch mit den Betriebsräten in einer großen Konferenz diskutieren. Wir wissen auch, Nordrhein-Westfalen, NRW 4.0 muss Mitbestimmungsland Nummer 1 sein. Das ist und bleibt unsere Zielsetzung. Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen hat für den digitalen Zukunftsdialog bereits jetzt eine Reihe von Diskussionsplattformen. Einige habe ich bereits erwähnt. Noch hinzuzufügen ist das Medienforum und viele der Veranstaltungsformate und Rundentische, die wir organisiert haben, Angak.com, Interactive Cologne, Video Days, vieles das ist wichtig. NRW ist der Ort für den Diskurs über alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen im Netz. Wir wollen zudem aber eine Einrichtung schaffen, die sich unabhängig, praxisnah und wissenschaftlich fundiert mit den komplexen Fragen auseinandersetzt. Gemeinsam mit den Gesellschaftern des Grimme-Instituts und der Universität Köln haben wir das Grimme-Forschungskolleg gegründet. Durch die Verbindung des Praxiswissens aus dem Grimme-Institut mit der Exzellenz-Universität Köln sollen die drängenden Fragen der Digitalisierung der Gesellschaft bearbeitet werden. Und eins ist mir besonders wichtig. Die Landeszentrale für politische Bildung NRW wird in diesem Jahr auch ein Projekt beginnen, das die Möglichkeiten und Risiken von Big Data für die Demokratie zum Thema hat. Ich finde, auch damit müssen wir uns hier in diesem Haus intensiv auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, wir in Nordrhein-Westfalen wollen und werden die großen Chancen des digitalen Aufbruchs nutzen. Für unsere Wirtschaft, für die Bürgerinnen und Bürger und dabei werden wir die Herausforderungen und Risiken nicht ausblenden. Wir gehen selbstbewusst weiter in der digitalen Zeit. Für uns bleibt es aber dabei. Bei allen Herausforderungen und Veränderungen, bei aller Faszination von technologischen Entwicklungen steht auch weiterhin der Mensch im Mittelpunkt unserer Politik. Für uns ist klar, NRW 4.0 bleibt Heimat. Heimat guter Bildung, Chancen für alle Kinder, weil das unsere Zukunft sichert. Heimat für Familien, Lebenspartnerschaften, Alleinerziehende. Heimat für alle, ob jung, ob alt, ob alteingesessen oder zugezogen, die sich wohlfühlen und die soziale Verantwortung wird in diesem Land großgeschrieben. Aber auch Heimat der wirtschaftlichen Dynamik und Moderne mit starker Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk. Eine Heimat, das ist mir wichtig, die Menschen ermutigt und nicht entmutigt. Mit Megabits, Megaherz und Megastark. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben die Regierungserklärung soeben entgegengenommen. Bevor ich die Aussprache eröffne, würde ich gerne noch drei Hinweise geben. Zum einen hat die Ministerpräsidentin ihre Redezeit um 6 Minuten 40 Sekunden überzogen. Die bekommen die Fraktionen selbstverständlich in der Aussprache ebenfalls zur Verfügung gestellt. Zum zweiten will ich daran erinnern, dass das Fotografieren und erst recht das Telefonieren im Plenarsaal nach wie vor verboten ist, auch bei einer Debatte über die Digitalisierung. Im einen Fall handelt es sich um eine grüne Smartphone-Smartphone-Hülle, die sehr weit geleuchtet hat und im anderen um eine rote Smartphone-Hülle. Das kann man sehr schön von... Ja, aber ich würde nicht den Rückschluss von der Farbe auf eine Fraktion ziehen wollen. Und die dritte Anmerkung, auch mit Blick auf die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne, der Geräuschpegel, der Grundgeräuschpegel ist heute Morgen wieder extrem hoch hier im Plenarsaal. Jetzt eröffne ich die Aussprache und als erster Redner hat Herr Fraktionsvorsitzender Armin Laschet für die CDU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerpräsidentin, wir hatten Sie im Dezember um eine Regierungserklärung in diesem Hause gebeten und Ihnen das Thema Digitalisierung vorgeschlagen. Aber wir hätten nicht gedacht, dass Sie nun eine Sammlung von alledem, was seit 15 Jahren in diesem Lande stattfindet, hier vortragen. Also, dass es seit dem 1. Januar 2004 ein elektronisch geführtes Handelsregister gibt. Also, darauf wären wir auch noch gekommen. Dass Sie in der Landesverwaltung Computer haben, hätten wir auch noch vermutet. Und dass Sie sich zum Ziel gesetzt haben, mit viel Kraft und Anstrengung, es bis zum Jahre 2017 zu schaffen, in öffentlichen Ämtern Geldtransaktionen in Echtzeit zu machen. Das machen wir täglich in jedem Supermarkt und da gibt es noch Payback-Punkte. Also, das sind schlicht und einfach Banalitäten und dann in ein Wort gepackt in Echtzeit bezahlen, was jeder Mensch mit seiner EC-Karte an jedem Tag macht. Und womit sich der Juristentag 2016 in Essen beschäftigt, hätten wir auch noch rausgekriegt, ohne dass wir dafür eine Regierungserklärung brauchen. Deshalb, diese Aufzählerei, wir sind hier nicht die Kassenprüfer des SPD-Ortsvereins Bochum-Hamme. Wir sind der Landtag von Locht, Rhein-Westfalen. Und man kann sich richtig vorstellen, wie diese Erklärung entstanden ist. Da sagt die Staatskanzlei den Ministern, ich habe die Absicht, eine Regierungserklärung zur Digitalisierung zu machen, schreibt doch mal alles auf, was man unter Digitalisierung verbuchen könnte. Dann hat der Minister das auf seinem Schreibtisch und dann gibt er in die Häuser hinein, in die Referate. Sagt ihr doch mal in jedem einzelnen Referat, was denn zur Digitalisierung wir der Staatskanzlei melden können. So findet das häufig statt, wenn Regierungserklärungen entstehen. Nur, nur der Unterschied ist, Regierungserklärung heißt, Regierungsarbeit erklären und nicht eine große Anfrage vorlesen, wo Tausende Details zusammengetragen werden. Das ist doch die eigentliche Leistung. Das ist wahr, was da alles schon passiert. Das wissen wir auch. Und dass man in Wuppertal mit einer App finden kann, welches Kulturangebot es gibt. Ja, das ist großartig. Aber der große Bogen, was das mit der Wirtschaftskraft unseres Landes zu tun hat, was das auch mit dem analogen Wirtschaften zu tun hat, das hätte man in einer Regierungserklärung erklären müssen. Und das ist heute nicht passiert. Sie haben bei der Digitalisierung beispielsweise über Schule gesprochen. Unser großes Problem in diesem Land ist der Unterrichtsausfall. Der wird aber gar nicht mehr erfasst. Also wären Bildungschancen stärker, wenn man Digitalisierung nutzen würde und Unterrichtsausfall mit einem Klick wieder erfassen könnte. Das wäre eine Antwort auf ein konkretes Problem, das Eltern haben. Oder wir wissen, dass bei Big Data, bei der Kriminalitätsbekämpfung, große Datenmengen heute schon da sind, die Handlungsmuster von Einbrecherbanden kontrollieren könnten. Mir schildern Polizeibehörden, dass sie selbst damit beschäftigt sind, hunderte selbstgestrickte Programme zusammenzuführen und dass zum Teil das Personal gar nicht dazu da ist, das einzubauen. Da hätte man sagen können, hier ist die Welt der Digitalisierung. Für unsere konkrete Arbeit in der Tagespolitik hat es diese oder jene Auswirkung. Und das haben sie nicht getan. Und das gilt auch für das wirtschaftliche Wachstum. Das Ziel muss doch sein, Menschen in Arbeit zu bringen, den Wohlstand unserer Bürger zu sichern und dazu dann Digitalisierung zu nutzen. Das ist nicht NRW 4.0, sondern die Realität, hat die WAZ geschrieben nach ihrer Pressekonferenz zu Beginn des Jahres. Und wir haben ja manches heute wortgleich noch einmal wiedergefunden, was sie der Presse schon vor zwei Wochen vorgetragen haben. Kollege Remmel ist gerade mal kurz aus dem Saal. Das wäre eigentlich eine Aufgabe für den Umweltminister gewesen. Diese Initiative hat eine bedenkliche Ökobilanz. Viel Verpackung, wenig Inhalt. Und das ist das, was ihre Regierungserklärung ausgezeichnet hat. Es ist ein, wie die Taz geschrieben hat, ein Sammelsurium von Projekten, wie die Taz geschrieben hat. Und man meint, so schreibt die Taz, sie hätten erst vor Weihnachten von der Existenz des Internets erfahren. Frau Ministerpräsidentin, hat Sie das eigentlich gewundert, wie die Presse auf Ihre Pressekonferenz reagiert hat? Die Menschen, die da vor Ihnen saßen, erleben seit 10 bis 15 Jahren existenziell auch für ihren Berufsstand, was das bedeutet. Technologischer Wandel, Digitalisierung. Die Content-Wirtschaft sind die Ersten, die das führen. Filme, Musik, Bücher, Presse, die kämpfen seit langer, langer Zeit mit diesen Themen. Und wenn Sie denen sagen, ich habe mich jetzt mal die letzten Wochen mit Digitalisierung beschäftigt, und das ist spannend. Also, da haben Sie gerade die falsche Gruppe angeredet. Denn die muss genau mit dem Thema sich umstellen, in einer Geschwindigkeit, wie das die anderen Berufsgruppen erst in wenigen Jahren zu leisten haben. Deshalb, wir haben ja gar keinen Dissens in der Frage, dass das ein riesenwichtiges Thema ist. Wenn man twittert, sieht man, was da an neuen Informationen quasi stündlich kommt. Die New York Times hat in dieser Nacht geschrieben über die Frage, was Uber eigentlich bedeutet. Als ein Modell, das ist jetzt mal eben Taxi-Modell, das kann blitzschnell gehen. 400.000 Neuanmeldungen im Dezember alleine. Ungefähr ein Viertel dessen, was in den USA stattfindet, hat im Dezember stattgefunden. Das wird uns auch erwischen. Und das kriegen wir nicht mit irgendwelchen Regulierungen in den Griff. Das wird die Welt in vielen Bereichen verändern. Und dies wahrzunehmen, ist kein Streitpunkt zwischen Regierung und Opposition. Die Frage ist nur, wie bringt man das in die politischen Prozesse, in denen wir um die Wirtschaftskraft unseres Landes kämpfen, wie bringt man das da hinein? Und da hat nun der Ministerpräsident Kretschmann, der hatte ja auch eine Regierungserklärung zum Thema Heimat, Hightech, Highspeed. Dieser Dreiklang kommt einem irgendwie bekannt vor, wenn man sie jetzt eben gehört hat. Ich würde mit ihrer neuen Sprache sagen, der kommt einem mega bekannt vor, was sie da vorgetragen haben. Aber der Unterschied, und ich empfehle jedem einfach mal im Kontrast, jetzt gleich ins Büro zu gehen und das nachzulesen. Da wird eine Vision für das Land verbunden mit einer Strategie, was man denn daraus macht. Das ist nicht nur die Addition dessen, was denn alles stattfindet, worauf eine Landesregierung auch gar keinen Einfluss hat, wie Menschen privat mit Smartphones umgehen, sondern was heißt das für Landespolitik? Das hätten wir von Ihnen heute erwartet. Und dass Sie das Thema so neu jetzt plötzlich entdeckt haben, zeigt sich daran, dass das in den Ministerien noch nicht angekommen ist. Da legt die Wissenschaftsministerin am 23. Dezember, also noch vor Weihnachten, Planungsgrundsätze für den Hochschulentwicklungsplan vor. Da kommt das Wort Digitalisierung überhaupt nicht drin vor. Also den Hochschulen jetzt was vorzugeben, denen Sie gerade die Freiheit genommen haben, und alles das, was Sie hier eben gewürdigt haben, haben die Hochschulen unter Hochschulfreiheitsbedingungen entwickelt, wenn Sie die RWTH und Paderborn und anderes loben. Wir haben uns ja da vorne in dieser Mitte des Plenarsaals gefreut, dass fünfmal die RWTH Aachen erwähnt wurde. Ja, die haben das entwickelt unter diesen Bedingungen. Jetzt kommen plötzlich Planungsgrundsätze, 23. Dezember 2014. Jetzt sitzen da wiederum Beamte, die wissen, was gut für die Hochschulen ist, und die reden nicht mehr über Digitalisierung. Es gibt eine Broschüre des Ministeriums, Wissenschaftschancen, dynamische Entwicklung von Wissenschaft und Forschung seit 2010. Kein einziger Spiegelstrich über Digitalisierung. Also lassen Sie lieber die Hochschulen da weiterarbeiten, damit die so erfolgreich sind, wie Sie das beschrieben haben, und lassen Sie die Finger weg von diesen Themen als Staat. Das drängt sich bei allem, was Sie hier vorgetragen haben, auf. Das ist entstanden nicht in der Planungsabteilung, sondern in der Kommunikationsabteilung. Man denkt jetzt, Sie denken, wir können von den Defiziten, die wir in der Landespolitik haben, ablenken, indem wir jetzt über irgendwas reden, was modern und schick klingt. Und deshalb, die Menschen in Nordrhein-Westfalen brauchen diese Erklärungen nicht. Die Wirtschaft braucht erst recht keine Erklärungen, wie sie mit der Digitalisierung umgeht. Das ist kein politischer Prozess, den Politik angestoßen hat, sondern das ist ein Prozess, der seit vielen Jahren stattfindet. Und wir müssen uns die Frage stellen, an ein paar Punkten flammte das auf, was müssen wir denn als Politik tun, um die Bedingungen unseres Wohlstands, unserer Arbeitsplätze in der Zeit neuer Geschäftsmodelle zu sichern. Und das betrifft die Infrastruktur, die innere Sicherheit, die Energie, Forschung, Bildung und Medien. Und deshalb, Frau Ministerpräsidentin, das eignet sich nicht zum Ablenken. Die Digitalisierung wird den Druck erhöhen, auf der Höhe der Zeit zu sein mit dem, was Landespolitik macht. Das ist genau das, worum es geht. Und Sie sollten rund um diese Pressekonferenz noch mal nachlesen, Megabit, Megaherz, Megastark, Smart, Quartier und Place to be und was Sie da alles gesagt haben, wie darüber in den Netzen diskutiert wird. Sie twittern ja auch so alle sechs Wochen mal. Also ich würde einfach da mal nachlesen. Das ist eine größere Schulung als alles, was wir sonst so lesen oder an Briefen kriegen, wie Menschen über bestimmte Prozesse diskutieren. Und über dieses hat man sich im Wesentlichen lustig gemacht. Und das hat sicher nicht den Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen gestärkt, wenn man mit solchen Sprüchen versucht, Punkte in der digitalisierten Wirtschaft zu machen. Wichtig für die Industrie 4.0 ist ein Investitionsklima, sind Wettbewerbsbedingungen und ist eine gute Infrastruktur. Jetzt haben wir hier schon viele Debatten geführt über den Wettbewerb der deutschen Länder, wer da wie stark ist, was wir mehr machen könnten. Sie sprechen neuerdings immer darüber, dass die Direktinvestitionen in Nordrhein-Westfalen so hoch seien und dass wir auf Platz 1 sind. Ja, das stimmt. Wir sind auf Platz 1. Aber wir haben erneut einen Rückgang von 1,4 Prozent. Wir sind bei den Pro-Kopf-Investitionen schon hinter Hessen. Und Bayern lag vor zehn Jahren 35 Prozent hinter uns bei den Direktinvestitionen und steht jetzt knapp davor, uns zu überholen. Das ist die Entwicklung, die man wahrnehmen muss. Es hilft nichts weiter, Statistiken zu lesen und zu sagen, das ist alles toll, sondern man muss an den Defiziten arbeiten, um als Land besser zu werden. Und Prognos, das Sie ja gerne zitieren und freundlich begleiten, hat gesagt in seiner Studie, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg haben deutlichere Wachstumsraten als Nordrhein-Westfalen. Und deshalb ist die Frage, auch die Länder haben Schuldenbremsen, auch die Länder haben demografischen Wandel, die haben vieles, was wir auch haben. Und deshalb ist die Frage, was müssen wir denn anders machen, um hier nicht weiter zurückzufallen, um bei der Gründerquote, die in Nordrhein-Westfalen unter dem Bundesdurchschnitt liegt, die im Ruhrgebiet noch mal unter dem Landesschnitt liegt, um diese Gründerquote wieder voranzubringen, was brauchen wir da an Entscheidungen. Und deshalb, wir brauchen unsere Industrie und unseren Mittelstand nicht für die Digitalisierung zu sensibilisieren. Wir müssen sie mobilisieren. Wir wissen, dass die meisten Industriearbeitsplätze heute in Südwestfalen, in Ostwestfalen und im Münsterland sind. Da ist aber das langsamere Internet. Deshalb Ihre Statistik zu sagen, ja, wir liegen da vor Bayern, wäre ich vorsichtig mit. Das liegt natürlich daran, dass wir viele Städte haben und die Versorger, nicht die Landesregierung, die Versorger in den Städten viel Geld investiert hat. Und da das schnelle Internet weiter ist. In Bayern gibt es mehr ländliche Regionen. Da hat sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt, da wollen wir aufholen. Sie machen das mit 60 Millionen, die machen das mit 2 Milliarden. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Die machen das mit 2 Milliarden. Sie haben diesen Wunder. Sie haben dann geschildert, ja, da gibt es in Wetteringen den besonders intelligenten Bürgermeister. Stimmt, ist ja auch ein Christendemokrat. Der hat vor Ort alle zusammengerufen und Glasfaser dahin gebracht. Finde ich gut. Bräuchten wir mehr. Aber die Kommunen brauchen dabei Unterstützung. Und in Bayern kriegt jede Kommune, die das macht, 500.000 Euro zusätzlich vom Land, wenn sie solche Initiativen macht. Die werden in den ländlichen Regionen wieder aufholen. Die werden die Industriearbeitsplätze in den ländlichen Regionen jetzt sichern für die Zukunft. Und wenn wir mithalten wollen, müssen wir hier mehr machen als das, was Sie heute vorgetragen haben. Und da muss man einen Schwerpunkt setzen. Da müssen Sie einen Schwerpunkt setzen. Natürlich sagen wir Ihnen, Sie machen zu viele Schulden. Das zeigt übrigens, Sie haben ja mal zu Beginn Ihrer Regierungszeit gesagt, Schulden sind was Gutes. Das ist präventive Politik. Ich sage selbstbewusst, ich mache Schulden. An diesem Pult können wir gleich raussuchen. Fakte-Check. Ich mache Schulden. Das ist gut. Das ist präventive Politik. Nein, jetzt spüren wir, es ist eben nicht klug. Hätten wir mehr Handlungsspielräume, hätten wir mehr Wirtschaftskraft, hätten wir 3,2 Milliarden mehr Steuereinnahmen, hätten wir Spielräume im Haushalt, dann könnten wir in die Zukunft investieren. Es ist die Schuldenlast der Vergangenheit, die das verhindert. Das sind die Lasten, die wir hier aus vielen, vielen Jahrzehnten, Johannes Rauer hat auch schon so Sprüche gemacht. Schulden von heute ist Steuerkraft von morgen. Nein, die Schulden der damaligen Zeit behindern uns heute, da zu investieren, wo Zukunft ist. Das ist die Botschaft. So, jetzt haben wir gehört, dass Sie neue Runde Tische gründen. Wenn ich da richtig mitzähle, haben wir zum Breitband inzwischen drei Runde Tische. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Der bisherige Runde Tisch Breitband ist ergebnislos. Und wir verbringen eben, so wie die Piraten, Woche für Woche Anträge ein in diesen Landtag, wie denn bei Breitband mehr geschehen kann. Mit sehr konkreten Vorschlägen. Sie haben mal irgendwann begonnen mit einer Koalition der Einladung. Wenn Sie das ernst nehmen würden, ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, oder ob das nur in der Zeit, als Sie von der Linken geduldet wurden, galt. Aber wenn das noch heute gilt, würde ich mir die mal anschauen. Da haben Fachleute konkrete Ideen entwickelt, wie wir vorankommen können. Sie lehnen das in diesem Landtag alles ab. Das ist die alte Arroganz der Macht, die Sie wieder gepackt hat. Nicht mehr zuhören, sondern alles ablehnen. Und dann haben Sie beschrieben, wie durch... Den kriegen Sie jetzt sofort, Herr Körf. Den kriegen Sie sofort. Sie können Vorschläge haben. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wenn Sie nur mal die Anträge lesen würden und sie bearbeiten würden. Hätten Sie Vorschlag von Hülle und Fülle. Dann könnten Sie mal richtig dran arbeiten, Herr Körf. Das wäre doch für Sie mal eine originelle Idee, mal an Anträgen zu arbeiten. Ganz neues Verständnis eines Abgeordneten. Anträge lesen und gucken, kriegen wir das hin. Sie machen Vorschläge, wie das E-Government. Das E-Government. Sie können da auch noch lernen, Herr Hertha. Auch Sie können von Anträgen lernen. Sie ganz besonders. Aber ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag. Sie machen hier eine große Rede, wie E-Government in Zukunft Bürokratie abbauen könnte. Und dann sagen Sie, die Vorschriften, die es gibt, sind jetzt online zugänglich. Bürokratieabbau würde bedeuten, Vorschriften nicht online zugänglich zu machen, sondern Vorschriften abzuschaffen. Das wäre doch mal eine originelle Idee. Das wäre doch mal das smarteste Vorschlag. Smart Bürokratieabbau kommt jetzt der Vorschlag sofort. Tariftreue und Vergabegesetz abschaffen. Schon haben Sie einen Schub in diesem Land. Smarter Vorschlag. Brauchen Sie keine digitalen Quartierlotsen für, können Sie hier beschließen im Landtag. Das nächste ist, wie kriegen wir diesen gefesselten Riesen entfesselt, ob Mittelstand oder Start-up-Unternehmen. Der digitale Wandel erfordert Kapital in den Unternehmen. Die Firmen brauchen mehr von dem, was sie erwirtschaften, um es zu reinvestieren. Denn das, was Sie an Digitalisierung zu Recht beschrieben haben, erfordert einen großen Investitionsbedarf in den nächsten Wochen und Monaten. Was Sie aber machen sind, die, die da wirtschaften, noch mal zusätzlich zu belasten, Gewerbesteuer, Grunderwerbssteuer, Wasserentnahme, Entgelt, immer neue Steuerformen erfinden und die Kommunen, die in Haushaltsnöten sind, noch mal zu nötigen, als erstes die Steuern zu erhöhen. Und das ist genau das, was diesen Start-up-Unternehmen, die dann etwas erwirtschaften, fehlt. Wir brauchen Mittel, die Investitionen in Digitalisierung voranbringen. Und deshalb hängt die neue digitale Welt ganz eng mit der alten, analogen Welt zusammen. Nun haben Sie über die analoge Infrastruktur gesprochen und haben über die Baustellen und die Leverkusener Brücke und die Bundeswasserstraßen und die Bundesautobahnen gesprochen. In der Tat wird das wichtig, denn was nützen kommunizierende Autos und Lastwagen, wenn dann alle gemeinsam im Stau stehen? Das muss ja den Sinn haben, dass da, wo Infrastrukturdefizite sind, sie abgebaut werden. Und Sie haben gesagt, da muss der Bund mehr tun. Und es lädt, wäre ein bayerischer Verkehrsminister, der das verhindert, dass da mehr getan wird. Sie wissen ganz genau, dass Sie abgeschlossene Planfeststellungsverfahren brauchen. Und alle Planfeststellungsverfahren, die hier abgeschlossen werden bei Bundesstraßen, bekommen auch Bundesgeld. Das wissen Sie ganz genau. Bis vor kurzem haben Sie Bundesgeld zurücküberwiesen. Und deshalb smart hin, smart her. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und stellen Sie eine Infrastruktur analog her, damit diese Autobahnen gemacht werden. Damit es smart Traffic gibt, braucht man mindestens Traffic. Also Verkehr, der sich in diesem Land bewegt. Und jetzt sage ich nur eines, da sind Sie so sehr leicht drüber weggegangen. Das ist ja eine große Debatte, die geführt wird, auch kontrovers in allen Parteien, auch in unserer. Wir sind für Netzneutralität, haben Sie gesagt. Ich finde, wir müssen mal eine ernsthafte Debatte darüber führen, gibt es eigentlich Felder, wo man auch priorisieren muss. Wenn Sie selbstfahrende LKWs ganz eng hintereinander, Sie haben über das Sicherheitsrisiko gesprochen, das Sie in Davos erörtert haben. Wenn wir den Verkehr ganz eng, ganz schnell zusammenführen, brauchen Sie dafür eine Priorisierung. Wenn Sie bei medizinischen Leistungen Topmedizin machen, brauchen Sie da eine Priorisierung. Priorisierung muss das, was da übertragen wird, schneller gehen als meine Mail an irgendwen. Diese Debatte ist nicht abgeschlossen, aber die hätte auch hier hingeführt. Und das gilt auch für digitale Wirtschaft. Wenn wir hier spitze sein wollen, brauchen Sie Priorisierung. Nicht jede App, die jeder zu jeder Sekunde abruft, hat die gleiche Priorität wie ein Notfall in einem Krankenhaus oder ein schnelles Fahrzeug auf den Autobahnen. Und diese Debatten müssen wir führen. Und wir brauchen auch Regeln im Internet. Wir wollten das freie Internet, war mal eine große Piratenidee, die auch richtig war. Aber wir brauchen auch in diesem Internet Regeln. Das ist ja gut, da sind wir ja einig. Wir brauchen nur die Debatte darüber und nicht leichtfertige Schlagworte, was denn da alles stattfindet. Sie haben gesagt, Sie wollen Nordrhein-Westfalen zum Start-up-Land Nummer eins machen. Da könnten wir uns, Sie, wir in der Opposition, Bayern vielleicht gleich mit, beim Bund dafür stark machen, die notwendigen Fördermechanismen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir brauchen Investitionszuschüsse zu Wagniskapital. Wir brauchen steuerwirksame Sofortabschreibungsmöglichkeiten bis hin zur Steuerfreistellung von Gewinnen bei Beteiligungsveräußerungen, gerade in diesem Teil der Wirtschaft. Und wenn wir das zusammen machen, kann man vielleicht auch in Berlin dazu einiges erreichen. Wir brauchen, glaube ich, auch, und das wäre eine Idee für die Landesverwaltung, ich habe die letztlich von Professor Pinkwart, unserem früheren Wissenschaftsminister gehört, der dieses Thema Reverse Mentoring in die Debatte eingebracht hat. Das heißt, junge Arbeitnehmer, die oft viel affiner zu diesen neuen Medien sind und da ganz anders hineingewachsen sind, machen mit Hilfe moderner Informationstechnologien Schulungen in Betrieben für ältere Arbeitnehmer. Also das, was man üblicherweise lernt, dass der Erfahrenere der Ältere ist, der den Jüngeren anlernt, könnte man umdrehen und in der öffentlichen Verwaltung könnten Sie mal damit beginnen, dass solche Pilotprojekte auch in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das Gleiche gilt für die digitale Weiterbildung, die ebenfalls ein Thema sein sollte. Dann haben Sie gesprochen über das, ich finde das ein bisschen zu starkes Wort, Menschenrecht auf Unerreichbarkeit. Also man kann, also Menschenrechte sind ganz wesentliche Rechte und man kann sagen, wir brauchen Zustände, wo man auch mal unerreichbar ist. Das ist jedem zugestanden. Aber ein Menschenrecht auf Unerreichbarkeit zu fordern in einer Zeit, wie Uber und alles jetzt plötzlich aus dem Boden sprießt und wo in immer neuen Berufsformen entlang unserer Regeln, die wir haben, plötzlich neue Arbeitsplätze entstehen. Das finde ich eine Frage, da sollten Sie noch mal drüber nachdenken, ob das wirklich die richtige Tonlage ist, um dieser Digitalisierung gerecht zu werden. Die Menschen haben nämlich existenzielle Ängste. 34 Prozent haben das letztlich in einer Umfrage gesagt, menschlich überflüssig zu werden in einer solchen Gesellschaft. Es gibt eine Studie von Benedikt Frey und Michael Osborne, zwei Wissenschaftler der Universität Oxford, die mal untersucht haben, dass 47 Prozent all der Arbeitsplätze, die wir heute kennen, potenziell wegfallen können. Die haben dann genau identifiziert, welche Berufe sind denn das. Das sind 700 Berufe, die auf ihre Ersetzbarkeit durch automatisierte und digitale Prozesse hin analysiert wurden. Das war nicht der Physiotherapeut, das war nicht der Arzt, das war auch nicht der Psychologe, aber das waren Kassierer, Rechtsanwaltsgehilfen, Banker, Makler, Bibliothekare, Callcenter-Mitarbeiter, eine lange, lange Liste, wo Menschen viele Sorgen haben. Was wird denn aus meinem Arbeitsplatz in dieser digitalisierten Welt? Und ich denke, auch das müssen wir ernst nehmen, auch das müssen wir thematisieren. Und das gelingt uns nicht, indem wir ein Menschenrecht auf Unerreichbarkeit erfinden, sondern indem wir uns mit diesen Berufen beschäftigen. Wir kennen viele Chancen, die auch in unserem Lande genutzt wurden, aber wir müssen dazu sagen, es gibt Digitalisierungsgewinner und es gibt Digitalisierungsverlierer. Und deshalb müssen wir diesen Zusammenhang herstellen zwischen der analogen Welt der Wirtschaft, zwischen dem Kampf um jeden Arbeitsplatz, um alles, was wir da tun müssen und das verbinden mit den Gedanken, die zurzeit bei der Digitalisierung entstehen. Und das haben Sie mit Ihrer Regierungserklärung in dem Maße nicht geleistet. Ausgerechnet bei den Lehrern, die unsere Schüler für die digitale Zukunft mitmachen können, nämlich die, die beispielsweise in Mathematik oder in MINT-Fächern unterrichten, erleben wir in den nächsten Jahren eine dramatische Unterversorgung. Die Lücke in den MINT-Fächern, insbesondere bei den Technik- und Informatiklehrern, die durch Pensionierungen bis 2025 entstehen wird, kann nach jetzigem Stand nicht mal ansatzweise durch die Zahl von Hochschulabgängern kompensiert werden. So steht bei einzelnen Schulen ausgerechnet der Wegfall jener Fächer, die Sie auch als Zukunftsfächer bezeichnet haben, im Moment ganz oben auf der Tagesordnung. Diesen Punkt haben Sie in Ihrer Regierungserklärung überhaupt nicht angesprochen und auch hier werden Grundlagen für die Zukunft gelegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen und die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen haben alle Potenziale, um zu den Gewinnern der Digitalisierung zu gehören. Die Industrie 4.0 ist die Zukunft des Industrielands Nordrhein-Westfalen. Die Digitalisierung kann einen Schub geben dafür, dass unser Land zum Ort des Aufstiegs wird für viele. Aber, um es sinngemäß mit den Worten der Rheinischen Post vom vergangenen Wochenende zu sagen, Nordrhein-Westfalen kann mehr als ihre Politik erlaubt. Und deshalb brauchen wir eine andere Politik, die hier die Freiräume wieder möglich macht, die entbürokratisiert, die denen, die digital wirtschaften wollen, Freiräume gibt, aus denen die Kraft dieses Landes entsteht. Und wenn uns das gelingt, dann wird die Digitalisierung eine Erfolgsgeschichte unseres Landes. Und dazu brauchen wir mehr als eine Addition von Einzelmaßnahmen, wie Sie das heute uns hier berichtet haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Laschet. Vielen Dank, Herr Kollege Laschet. Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Römer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ministerpräsidentin hat in ihrer beeindruckenden Regierungserklärung dargelegt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie die Digitalisierung das Leben, das Arbeiten und das Wirtschaften in unserem Land schon verändert hat, weiter verändern wird. Sie hat gezeigt, welche großartigen Chancen und Perspektiven die Digitalisierung für Nordrhein-Westfalen bietet. Und dass unsere Koalition fest entschlossen ist, keine dieser Chancen, meine Damen und Herren, ungenutzt zu lassen. Die Vielzahl von Maßnahmen, Projekten und Förderprogrammen spricht für sich. Vor allem, Herr Kollege Laschet hat Hannelore Kraft aber überzeugend dargelegt, dass wir die Digitalisierung als gesamtgesellschaftliche Herausforderung begreifen müssen, die alle Politikbereiche in Anspruch nimmt. Und was zeigt uns die Opposition? Wir führen hier eine Debatte über die ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Und die CDU, Sie haben uns ja gerade empfohlen, Herr Kollege Laschet, wir sollten Anträge lesen. Und die CDU legt uns einen Antrag vor, der die Kostensenkungsrichtlinie 2014-61 der EU begrüßt, der die Nutzung von Straßenlaternen als Sendemasten in Erwägung zieht und der Trinkwasser als unser kostbarstes Lebensmittel preist. Dazu kann ich nur sagen, Herr Kollege Laschet, in Ihrer Rede habe ich nichts anderes gehört. Wenn Sie hier ein Kontrastprogramm präsentieren wollten, dann ist Ihnen das mit diesem Antrag toll gelungen. Allerdings fällt es mir schwer, Herr Kollege Laschet, dabei ernst zu bleiben. Ich kann ja verstehen, dass Ihnen heute Morgen bei der Durchsicht der Presseschau die Petersilie verhagelt ist. Denn Ihre gesamte Kritik zielt ja ins Leere. Computerland NRW, auf Kohle und Stahl feucht Industrie 4.0. Nordrhein-Westfalen setzt Maßstäbe beim digitalen Wandel. Steht heute Morgen in einer nicht unwichtigen Zeitung geschrieben. Ja, völlig richtig, völlig richtig, Herr Kollege Laschet. Aber von Ihnen haben wir keinen einzigen Vorschlag gehört, was Sie denn hier im Land ändern wollen. Sie reden über andere Politik, aber Sie sagen nicht, Sie bleiben doch nur dabei. Das sind Phrasen, das ist Polemik. Sie packen doch Ihre ideologischen Glaubensbekenntnisse unter dieses Stichwort Digitalisierung. Mehr habe ich von Ihnen nicht gehört, Herr Kollege Laschet. Das entlarvt Sie. Das entlarvt Sie. Manches ist ja nicht falsch von dem, was Sie sagen. Ja, aber Binsen, Weisheiten und Schlagworte sind doch, das haben wir gerade erfahren, noch lange kein politisches Konzept. Ich habe die Befürchtung, Befürchtung im Sinne Ihrer Fraktion, denen war ja teilweise auch das Entsetzen ins Gesicht geschrieben, als Sie ihnen zugehört haben. Die warteten ja auch darauf, wo kommt denn das Gesamtkonzept, wo kommt denn das Kontrastprogramm der CDU. Ich habe den Eindruck, für Sie ist die Digitalisierung eine thematische Welle, auf der man surfen kann, bis andere auftaucht. Sie führen das Wort Digitalisierung, Herr Kollege Laschet, so oft im Mund, weil es ja offensichtlich so modern klingt. Aber die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Digitalisierung, das hat Ihre Rede zumindest deutlich gemacht, haben Sie anscheinend noch gar nicht erfasst, noch gar nicht erfasst, Herr Kollege Laschet. Und der Eindruck wird ja auch nicht besser, wenn man sich den Entwurf, den jüngsten Entwurf des Grundsatzprogramms der CDU, der NRW-CDU, anguckt. Das Thema digitale Ökonomie, diesem Thema widmet sich die CDU in diesem Entwurf, wenn man großzügig die einzelnen Zeilen addiert. Auf sage und schreibe knapp zwei Seiten, meine Damen und Herren. Wahrlich ein beeindruckender Nachweis von Wirtschaftskompetenz und ein nicht minder beeindruckender Ausweis Ihres Spürsins für Zukunftsthemen, Herr Kollege Laschet. Also, was bleibt übrig? Was bleibt übrig, wenn man sich diese üppige Rhetorik-Sahne mal abstreift, dass die NRW-CDU den digitalen Handel und die Industrie für Null irgendwie wichtig findet, beides irgendwie fördern möchte, zumindest aber das Breitbandnetz ausbauen will. Klar, Breitbandausbau ist wichtig, keine Frage, hat die Ministerpräsidentin deutlich gemacht. Der läuft ja längst. Und diese Regierung wird dafür sorgen, dass das schnelle Internet landesweit zur Verfügung steht, weil, ja, weil der schnelle Internetzugang genau so selbstverständlich sein muss wie die Wasserversorgung, wie der Stromanschluss. Doch genauso wenig, meine Damen und Herren, wie ein funktionales Schulgebäude einen guten Schulunterricht gewährleistet, besteht die Herausforderung der Digitalisierung allein in der Verlegung von Leitungen. Die Digitalisierung ist die vierte industrielle Revolution. Im Übrigen, kurzer Blick zurück, die erste begann mit der Erfindung der Dampfmaschinen im 18. Jahrhundert, hat die Arbeitskraft von Menschen und Tieren durch die Kraft der Maschinen ersetzt. Ja, wir sollten uns daran erinnern, welche rasanten Veränderungsprozesse in der Wirtschaft stattgefunden haben und noch stattfinden werden und wo vor allen Dingen Politik Verantwortung dafür hatte, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen so gesetzt worden sind, dass alle daran teilhaben konnten, dass es den Fortschritt gab. Denn die explosionsartige Produktivitätsteigerung der standardisierten Fließband- und Massenproduktion markierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Beginn der zweiten Phase. Und in den 1970er Jahren wurde diese zweite Phase durch die dritte, die computergestützte Automatisierung abgelöst. Und zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts treten wir mit der Digitalisierung in die vierte Phase der Industrialisierung. Und diese neue Qualität besteht in einer vierfachen intelligenten Vernetzung. Erstens in der intelligenten Vernetzung von Maschinen untereinander. Zweitens in der Vernetzung der Maschinen mit ihrer Umwelt, durch Sensoren, Antriebselemente, also durch sogenannte Aktoren. Drittens in der Vernetzung der physischen Maschinen, der psychischen, der physischen, Entschuldigung, der physischen Maschinenwelt mit der virtuellen Datenwelt des Internets. Und dann anschließend in der intelligenten Vernetzung von Maschinen mit ihren im Gebrauch befindlichen Produkten. Und egal, wie wir diese neuen Produktionssysteme nennen wollen, Industrie 4.0, Internet der Dinge oder wie Amerikaner in das zu dem Internet ihre weitreichenden Folgen lassen sich schon allein daran ablesen. Da steht es nur vor Maschinen, nicht vor Menschen die Rede ist. Muss uns das Sorgen machen? Ist das eine Bedrohung, Herr Kollege Laschet, auch und gerade für Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen, dem Industrieland Nummer eins in Deutschland und in Europa? Was bleibt von unserer Privatsphäre, wenn Altersgegenstände unseren Lebenswandeln auswerten oder unsere zwischenmenschlichen Kontakte aufzeichnen? Und was wird aus unserer Selbstbestimmung? Was bleibt von unserer Kreativität, sollten Maschinen das Handeln von Arbeitnehmern und Konsumenten kontrollieren und dirigieren? Die Digitalisierung ist also nicht nur eine Frage der Technologie und der Technologiepolitik. Sie ist auch eine Herausforderung der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, nicht zuletzt eine der Bildung und der Bürgerrechte. Und um es gleich zu sagen, ja, ich bin davon überzeugt, wir sind davon überzeugt, dass die Chancen weit größer sind als die Risiken und dass die Vorteile der digitalen Ökonomie ihre Nachteile weit übertreffen. Vorausgesetzt, meine Damen und Herren, wir sind willens und fähig, die digitale Ökonomie politisch zu gestalten und für den gesellschaftlichen Fortschritt zu nutzen. Denn die Geschichte der Industrialisierung, deshalb habe ich das vorhin so benannt, zeigt doch, dass das möglich ist. Die Antworten auf die politischen und sozialen Fragen ihrer ersten Phasen in Deutschland waren die Demokratie und der Sozialstaat, die betriebliche Mitbestimmung und das progressive Steuersystem. Und erst durch diese politische Innovation wurden die brutalen Auswüchse des Industriekapitalismus zurückgeschnitten, wurden seine immensen Produktionsgewinne in Wohlstandsgewinne für alle transformiert. Und schließlich der Nutzen technologischer Innovationen für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich und erschwinglich. Und das hat die Ministerpräsidentin vorhin deutlich gemacht. Da hätten Sie zuhören sollen, dass das genau der Antrieb für uns ist, dies auch in der Zukunft so zu gestalten, meine Damen und Herren. Denn im Grunde sind das doch immer noch die wesentlichen Merkmale, an denen wir gesellschaftlichen Fortschritt auch durch Digitalisierung festmachen können. Er verhilft allen Menschen zu mehr und besseren Materiellen wie immateriellen Gütern, die es ihnen dann ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dazu zählen Einkommen und soziale Sicherheit, Wissen und Bildung, Gesundheit und Mobilität. Und schließlich auch, ja, gerade wir in Nordrhein-Westfalen wissen, wie wichtig das ist, politische Mündigkeit und demokratische Mitbestimmung. Der gesellschaftliche Fortschritt ist doch nichts Selbstverständliches. Und schon gar nicht kommt er von selbst. Demokratie und Sozialstaat gab es nicht umsonst. Auch das muss in diesem Hohen Hause offen ausgesprochen werden. Sie mussten erst von der Arbeiterbewegung, von den Gewerkschaften erkämpft werden. Auch dafür gibt es Beispiele in unserer Geschichte. Und auch der ökologische Umbau der Industriegesellschaft, ebenfalls ein Ausweis des Fortschritts, wurde doch erst durch die neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre zu einem Meta- und Megathema von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Also, technische Innovationen waren in der Vergangenheit oft Initialzündungen für gesellschaftliche Innovationen. Und doch sind technologischer Fortschritt und gesellschaftlicher Fortschritt, Herr Kollege Laschet, nicht dasselbe. Den technologischen Wandel aufzuhalten, ist noch nie gelungen. Wird auch nicht gelingen. Die Digitalisierung unserer Wirtschaft, unserer Arbeitswelt und unseres Zusammenlebens, das ist doch vorhin beispielhaft deutlich geworden, ist längst eingetreten. Die Frage des Ja oder Nein stellt sich also gar nicht. Die Frage nach dem Wie aber sehr wohl. Wir müssen, meine Damen und Herren, die Digitalisierung nicht über uns ergehen lassen. Können Sie gestalten, wir wollen sie gestalten. Und die Digitalisierung unserer Ökonomie führt zu immensen Produktivitätssteigerungen. Manche Schätzungen gehen von 30 Prozent und mehr in den kommenden 10 bis 15 Jahren aus. Und diese Produktivitätssteigerungen beruhen vor allem in der Vernetzung sogenannter intelligenter Maschinen. Die Maschine bestellt sich selbst den gerade geforderten Typ eines Rolings und tauscht sich selbstständig mit anderen Maschinen oder Lagersystemen über verfügbare Kapazitäten aus. Der Roling wiederum sagt der Maschine, wie er bearbeitet werden will. Das Endprodukt sendet kontinuierlich Daten über seine Verwendung an seinen Hersteller zurück, damit dieser das Produkt kontinuierlich anpassen und verbessern kann. Die intelligente Fabrik verbindet schließlich die Effizienz der Massenproduktion mit der Qualität einer individuellen Maßanfertigung. Das ist revolutionär. Und dabei ist nicht einmal sicher, ob eine Fabrik in jedem Fall noch gebraucht wird. Denn der 3D-Druck macht oft eine physische Lieferung überflüssig. Es reicht eine über das Netz bereitgestellte Druckanleitung samt Betriebs- und Wartungssoftware bzw. softwaregesteuerte Betriebs- und Wartungsdienstleistung. Handwerker, meine Damen und Herren, müssen Ersatzteile nicht mehr bestellen, sondern können Produktionsanleitungen aus dem Internet bestellen und ihren 3D-Drucker selbst herstellen. Auf ihren Datenbrillen erhalten sie zudem die visualisierten Einbauanleitungen. Auf Internetplattformen vernetzen sich verschiedene Soft- und Hardwareanbieter, Produktions- und Dienstleistungsanbieter, um Wissen und Kapazitäten zu bündeln und um ihren Kunden maßgeschneiderte Produkte anbieten zu können. Und gerade kleine und mittlere Unternehmen können so, meine Damen und Herren, ihren Vertrieb auf die ganze Welt ausweiten. Produkte werden aber immer seltener gekauft. Ihre Nutzung wird über Internetplattformen als Dienstleistung nachgefragt und bezahlt. Kurzum, das Internet der Dinge und der 3D-Druck bringen neue Geschäftsmodelle hervor, neue Zulieferer- und Dienstleistungssektoren entstehen. Und die Grenzen zwischen der virtuellen und der realen Welt verschwimmen genauso wie die Grenzen zwischen dem Industriesektor und dem Dienstleistungssektor. Noch nicht alles Realität, aber auch keine Utopie mehr. Allerdings verraten uns doch diese Beispiele noch überhaupt nichts über ihre Folgen und Nebenwirkungen für den Arbeitsmarkt, für die Sozialpolitik, für die Bürgerrechte. Eigentlich hätten, meine Damen und Herren, die Hunderte von Weltmarktführern im produzierenden Gewerbe aus Nordrhein-Westfalen eine ausgezeichnete Ausgangsposition, um die Ära der digitalen Ökonomie zu ihrer eigenen Ära zu machen. Doch ausgerechnet die deutschen Unternehmen zögern, wenn es um die Erschließung der neuen Technologien der Industrie 4.0 geht. Zum einen, darauf hat die Ministerpräsidentin hingewiesen und wir werden die Antworten darauf geben mit diesen Programmen, von denen sie gesprochen hat. Zum einen fehlt kleineren und mittleren Unternehmen noch zu oft das Wissen um die Potenziale des Internets der Dinge. Und selbst wenn es vorhanden ist, fehlt oft der Zugang zu diesen Technologien. Und hier schlummert das Potenzial. Die aktuelle Prognostudie, die ansonsten eindrucksvoll die Stärken und Chancen unseres Landes belegt, weist doch nach. Bei 70 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen spielt die Digitalisierung derzeit nur eine geringe Rolle. Das muss sich ändern. Und zum anderen mangelt es an Datensicherheit. Auch darauf hat die Ministerpräsidentin hingewiesen. Aber Daten, ihr Austausch, ihre Erhebung und Verarbeitung entscheiden heute mehr denn je über wirtschaftlichen Erfolg. Sie sollten das nicht kleinreden, was hier in Nordrhein-Westfalen entstanden ist, in Aachen, in Bochum und was wir weiterentwickeln werden, meine Damen und Herren. Das sind unsere Vorsprünge, von denen auch heute in den Zeitungen berichtet wird. Also, Big Data, die Verwertung großer Datenmengen, ist das Rückgrat aller neuen Geschäftsmodelle und treibt die Entwicklung jener Technologien und Produkte voran, die unser Leben verbessern und gesellschaftlichen Fortschritt versprechen können. Aber dieses Versprechen wird doch nur dann eingelöst werden können, wenn Daten nicht nur erhoben und ausgewertet, sondern auch geschützt werden. Die Aufgabe einer modernen Wirtschafts- und Technologiepolitik hat die Ministerpräsidentin auf den Punkt gebracht. Sie besteht erstens darin, unseren kleinen und mittleren Unternehmen Zugang zu den neuen Technologien zu verschaffen. Zweitens, ihre Innovationsfähigkeiten zu stärken. Und drittens, die Entwicklung einer effektiven Datensicherheitstechnologie zu fördern, die alle Unternehmen nutzen und anbieten können. Nicht nur die Big Player in dieser Szene. Und aus diesem Grund bringt unsere Koalition eine neue Mittelstandsinitiative zur Forschungsförderung auf den Weg, die Wirtschaft und Wissenschaft noch besser miteinander vernetzen wird. Und vor allem werden wir die Lücken im Förderangebot vom Bund und EU durch gezielte Maßnahmen der Landesförderung schließen. Und diese Lücke besteht doch in der Übertragung von Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung für die konkrete Produktentwicklung, also der Förderung einer anwendungsorientierten Forschung. Wir wollen, dass die Hochschulen und das Land stärker von Patenten und Patentfamilien profitieren. Das ist Zukunftsmusik, meine Damen und Herren. Vor allem wollen wir aber, dass diese Patente in Kooperation mit der nordrhein-westfälischen Wirtschaft genutzt werden, dass hier entwickelt und produziert wird, dass die Wertschöpfung bei uns im eigenen Land bleibt und nicht außerhalb von Deutschland, von Europa genutzt werden kann. Also, der Gegenstand der staatlichen Forschungsförderung wird in Zukunft noch mehr als bisher die Datensicherheit und der Datenschutz sein. Und wenn unsere Unternehmen ihre Innovationen im Internet der Dinge nicht schützen können, werden sie nicht investieren und ihre Wachstumschancen nicht nutzen können. Denn die Zwillingsschwester der Datensicherheit ist doch der Datenschutz. Viele Investitionen der digitalen Ökonomie beruhen auf der mehr oder minder freiwilligen Zuarbeit der Konsumenten, also auf der Auswertung des Nutzungsverhaltens von intelligent vernetzten Maschinen und Produkten. Aber die digitale Welt wird doch nicht intelligent, wenn sich die Menschen der Auswertung ihrer Daten verweigern, vielleicht aus guten Gründen sogar verweigern. Wenn zum Beispiel der anfallende Müll digital erfasst und ausgewertet wird, dann kann das die Effizienz der Müllentsorgung steigern und dem Umweltschutz dienen. Wenn aber der anfallende Müll einem Menschen individuell zugeordnet werden kann, wie hoch ist dann das Risiko, meine Damen und Herren, dass eine Kranken- oder Lebensversicherung von zu viel Coladosen oder Schokoladenverpackungen erfährt, die ihr Grund genug sein könnten, die Beiträge zu erhöhen. Also, was wir für das Zeitalter der digitalen Ökonomie und des Internets der Dinge brauchen, sind Technologien, die wie Sicherheitsscanner am Flughafen funktionieren. Sie erfassen Daten von Menschen und ihrem Verhalten, aber sie entblößen die Menschen nicht. Um den Zukunftsmarkt Datenschutz und Datensicherheit zu erschließen, haben wir also in Nordrhein-Westfalen eine hervorragende Ausgangsposition. Wird heute überall geschrieben. Die Ministerpräsidentin hat darauf hingewiesen. Und diesen Vorsprung, meine Damen und Herren, wollen wir nutzen und noch weiter ausbauen. Das ist der Grund, warum auch diese Regierungserklärung eine so beeindruckende gewesen ist. Ja, die Digitalisierung der Gesellschaft verlangt mehr als neue Technologien. Verlangt Datenmündigkeit, auch Risikomündigkeit eines jeden Menschen. Unsere Schulen müssen Kindern und Jugendlichen nicht beibringen, wie man eine App bedient. Das finden die selbst heraus. Aber sie müssen wissen, die Kinder und Jugendlichen, wie eine App funktioniert, was mit ihren Daten passieren kann und wie sie verantwortungsvoll mit ihren Daten umgehen können. Je mehr wir in die Daten- und Risikomündigkeit investieren, desto besser werden wir als Bürgerinnen und Bürger die Vor- und Nachteile von Geschäftsmodellen für uns und andere bewerten können. Das sind gut angelegte Investitionen in die Zukunft, meine Damen und Herren. Und davon brauchen wir mehr und nicht weniger. Ich bin davon überzeugt, der Kollege Laschet hat auf das Wegbrechen von vielen Berufen hingewiesen. Ich bin davon überzeugt, dass die intelligente Fabrik, das Internet der Dinge, keine menschenleere Fabrik sein wird. Keine menschenleere Fabrik. Zudem entstehen ja mit neuen Geschäftsmodellen, Dienstleistungs- und Zulieferersektoren auch neue Arbeitsplätze. Aber natürlich wird die Digitalisierung die Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt verändern. Einfache, standardisierte Tätigkeiten, auch solche der Kontrolle und Logistik, wird es immer weniger geben. Das ist aber keine neue Entwicklung. Das Neue wird sein, darauf sind viele noch nicht eingestellt. Das Neue wird sein, dass auch Planungs- und Managementbereiche durch die Einführung von Industrie 4.0-Systemen genauso betroffen sein werden wie operative Tätigkeiten in der Produktion. Aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in der digitalen Fabrik nicht verschwinden. Werden für neue Tätigkeiten gebraucht. Arbeitsorganisation wird dezentraler. Die Aufgaben der Beschäftigten werden komplexer, auch anspruchsvoller. Und das stellt ganz neue, ganz andere Anforderungen an ihre Qualifikation. Die ersten, die das gesehen und erkannt haben, waren die Gewerkschaften. Ihr Metall vorneweg. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja, Herr Kollege Lindner, ja, Mitbestimmung ist ein guter Produktionsfaktor in unserem Land. Wir wollen, wir müssen die Mitbestimmung ausbauen, Herr Kollege Lindner. Und wenn Sie dann an unserer Seite sind, würde ich mich freuen, dass wir das machen können. Denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist neu, dass Sie nichts gesagt haben, denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden, meine Damen und Herren, als Entscheider und Problemlöser gefragt sein. Weil die digitale Produktion alles andere als störungsresistent ist. Auch soziale Kompetenzen erlangen im Übrigen einen höheren Stellenwert. Weil mit der Verzahnung einstmals getrennter Abteilungen und Aufgaben, reden Sie mal mit der IG Metall, dann werden Sie erleben, was die Ihnen schon alles mit auf den Weg geben können. Weil mit der Verzahnung einstmals getrennter Abteilungen und Aufgaben der Bedarf an zwischenmenschlicher Kommunikation zunehmen wird. Ja, entgegen vieler Befürchtungen wird klar, mehr zwischenmenschliche Kommunikation ist in der digitalen Fabrik gefragt. Nicht weniger. Technik und Arbeitsgestaltung müssen zusammen gedacht und zusammen gebracht werden. Der IG Metall-Vorsitzende Detlef Wetzel hat doch recht mit seiner Forderung. Die Menschen müssen die Systeme steuern und nicht umgekehrt. Und deshalb ist es gut und richtig, dass die Landesregierung eine große Betriebsräte-Konferenz durchführen wird. Ja, die Betriebsräte sind für eine erfolgreiche Gestaltung der digitalen Arbeitswelt von entscheidender Bedeutung. Und all denjenigen, die Ihnen skeptisch gegenüberstehen, sage ich, habt keine Angst vor starken Betriebsräten. Starke Betriebsräte sind ein starkes Stück Deutschland. Die brauchen wir für die Gestaltung der Zukunft, meine Damen und Herren. Arbeitsbedingungen zu verbessern, kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften zu organisieren, das muss Politik mitmachen. Das hat die Ministerpräsidentin herausgestellt. Also Bildung, Qualifizierung, Weiterbildung und das ein Leben lang, das sind die Schlüsselfaktoren dafür, dass wir die Zukunft meistern können. 115 Milliarden Euro haben wir seit 2010, Ministerpräsident hat das gesagt, in Bildung, in die Förderung von Kindern bisher gesteckt und in diesen Jahren noch mal knapp 26 Millionen. Meine Damen und Herren von der Opposition, wenigstens das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. So viel Geld, wie wir in die Förderung von Kindern, in die Bildung und in die Forschung stecken, macht kein anderes Bundesland. Auch da ist Nordrhein-Westfalen-Spitze, meine Damen und Herren, und wir brauchen uns nicht zu verstecken. Das ist im Übrigen der Unterschied zwischen uns und Schwarz-Gelb. Sie wollen, Herr Kollege Laschet, Eltern und junge Erwachsene von der Kita bis zur Uni mit Gebührenerhöhungsorgien überziehen. Wir dagegen reißen die sozialen und finanziellen Hürden nach und nach nieder, die jungen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschweren und die jungen Menschen daran hindern, das Beste aus ihren Talenten machen zu können. Und wir reißen diese Hürden nicht nur nieder, weil das zutiefst ungerecht ist, sondern weil wir es uns gar nicht mehr leisten können, auf die Fähigkeiten und Talente auch nur eines jungen Menschen zu verzichten. Kein Kind zurücklassen steht dafür eine richtige, eine auf Zukunft orientierte Politik, meine Damen und Herren. Ja, auch das bleibt richtig. Digitale Ökonomie verlangt nach Regeln und sie verlangt nach Investitionen. Ohne Regeln gibt es keine Rechte, weder für Unternehmen noch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ohne Investitionen in Bildung, Forschung und digitale Infrastruktur können wir die Wachstumsmöglichkeiten der Digitalisierung nicht erschließen. Schon gar nicht im Wohlstandsgewinne für alle verwandeln. Das gilt im Übrigen für die Datenschutztechnologie genauso wie für die Internettechnologie, auf deren Basis ja Handelsplattformen der Zukunft entstehen. Wir wollen, dass unsere Unternehmen aus NRW diese selbst betreiben und bewirtschaften und nicht von den üblichen Verdächtigen der IT-Weltkonzerne abhängig sind, meine Damen und Herren. Auch das stärkt die Kraft in unserem Land. Und in jedem Fall dürfen wir die Investitionen und den Betrieb in die digitale Infrastruktur der Zukunft nicht allein diesen Big Playern überlassen, die sich allein ihren Aktionären, nicht aber dem Gemeinwohl, der Daseinsvorsorge verpflichtet fühlt. Da will ich einen Hinweis geben. Ohne die Forschungsinvestition des Staates gäbe es heute keine Mikroprozessoren, keine LCD-Bildschirme, kein GPS, kein MP3, kein Internet und damit auch nicht die exorbitanten Gewinne von Google oder Apple, die sich diese Innovationen zunutze machen. Gleichwohl, meine Damen und Herren, danken diese Konzerne die Hilfe des Steuerzahlers schlecht, wie wir ja in Kenntnis ihrer Steuervermeidungsstrategien wissen. Auch das muss man in Erwägung ziehen, wenn es um die Zukunftsfragen geht. Also, bei allen Unterschieden zwischen den frühen Phasen der jetzt angebrochenen vierten Phase der Industrialisierung gibt es eine Herausforderung, die gemein ist. Die Beteiligung der Menschen an den Wohlstandsgewinnen durch immense Produktivitätssteigerung. Lohnt sich im Übrigen daran zu erinnern, dass schon Henry Ford wusste, Autos kaufen keine Autos. Im Zeitalter der digitalen Ökonomie werden zwar Maschinen mit Maschinen kommunizieren, sie werden sich aber nicht gegenseitig kaufen und bezahlen. Mit anderen Worten, auch in der neuen Welt der digitalen Ökonomie stellen sich die klassischen Fragen nach einer gerechten Verteilung von Gewinnen, der Schaffung von Kaufkraft, nach angemessenen Arbeitszeiten und nach den Bedingungen sozialer Sicherheit. Die Ministerpräsidentin hat die Chancen und auch die Herausforderungen der Digitalisierung in allen Bereichen der Lebens- und Arbeitswelt klar benannt. Wir stehen mitten in diesem rasanten Veränderungsprozess. Aber wir müssen ihn nicht fürchten. Nordrhein-Westfalen ist auf die kommenden Herausforderungen bestens vorbereitet. Unsere Stärke ist die dichteste Industrielandschaft Europas, die sich mit einer der größten, innovativsten Wissenschaftslandschaften verbindet. Herr Kollege Laschet, und diese Stärke verdanken wir nicht zuletzt der Politik von Johannes Rau, meine Damen und Herren. Seine Regierungen haben in den 80er und 90er Jahren die Basis für kommenden Aufbruch in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft geschaffen. Ja, auch hier noch einmal an die Kurzatmigkeit derjenigen, die jetzt auf den Oppositionsbänken sitzen. Gute Politik verlangt nach langen Linien und sie braucht langen Atem. Die Digitalisierung verlangt neue Antworten auf alte Fragen. Und ich bin mir sicher, meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass wir die Antworten auf diese Fragen finden werden. Und wir werden sie in Nordrhein-Westfalen finden. Dem Land des rheinischen Kapitalismus, der sozialen Demokratie, der Sozialpartnerschaft, dem Mitbestimmungsland Nummer eins. Das macht mich zuversichtlich. Glück auf für unser Land, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Römer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche. Sie verändert die Art unseres Miteinanders in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie bietet großartige Chancen für Teilhabe und ein enormes Potenzial, auch zu neuem Wohlstand zu kommen. Das ist nicht die Erkenntnis dieser Debatte, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sondern das ist gemeinhin bekannt. Die Frau Bundeskanzlerin ist vor zwei Jahren regelrecht belächelt worden, als sie vom Internet als dem Neuland gesprochen hat. Diese Debatte wird also schon länger geführt. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben hier heute gesagt, Sie wünschen sich smarte Wirtschaft, smartes Arbeiten, smartes Wohnen, smarte Bildung für Nordrhein-Westfalen. Eine wichtige Voraussetzung dafür wäre eine smarte Regierung, Frau Ministerpräsidentin, die das Thema auch engagiert angeht. Es war nicht nur heute. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal Ihre Initiativen dieser Legislaturperiode genau anzusehen. 124 Gesetzentwürfe der Landesregierung mit den Koalitionsfraktionen gemeinsam sind es 133. Null zur digitalen Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft. 80 Anträge der Koalitionsfraktionen. Null zum digitalen Wandel. Einen einzigen zu Ihrer Ehrenrentung, einen einzigen Antrag gibt, den Sie mitgezeichnet haben. Da sind Sie nämlich einer Initiative der Opposition beigetreten. Seit über vier Jahren regieren Sie inzwischen, Frau Ministerpräsidentin. Und so gut wie keine messbare Initiative, keine von Ihnen ausgehende Debatte hier im Haus. Sie haben gesprochen von NRW 4.0. Geliefert haben Sie viermal Null, Frau Kraft, in den vergangenen vier Jahren. Überschrift heute Mega-Bits, Mega-Herz, Mega-Stark, Mega-Enttäuschend war das, was Sie geboten haben. Denn hier hat heute doch nicht die Regierungschefin gesprochen. Hier haben wir doch nichts gehört über die langen Linien Ihrer Politik, über eine Strategie. Das Wort hatte hier heute die Vorsitzende einer Enquete-Kommission, die mit viel Fleiß unterschiedliche Initiativen zusammengebunden hat. Aber das ersetzt eben nicht einen konzeptionellen, strategischen Ansatz in Fragen der Digitalisierung. Das, was wir hier heute gehört haben, das war Maßnahmehuberei, aber keine Gestaltung. Und die bräuchten wir, die vermissen wir von Ihnen. Im Übrigen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ist das Motiv ja klar, warum es diese Regierungserklärung hier heute gibt. Das vergangene Jahr war eine Enttäuschung für die Koalition. Flüchtlingsskandal, Besoldungsskandal, skandalöse Haushaltssperre. Das ganze Jahr 2014 war ein Krisenjahr. Und dann liegt es ja nahe, dass in der Staatskanzlei überlegt wird, also wir brauchen jetzt einen neuen Start. Wir brauchen jetzt einen neuen Anfang. Wir brauchen ein neues Thema. So, die Kommunikationsklempner würden sagen, wir brauchen einen Agendawechsel in der Landespolitik, Frau Ministerpräsidentin. Wir müssen was Neues anschieben, damit wir einen neuen Gesprächsstoff haben. Aber, Frau Ministerpräsidentin, aber jetzt, aber jetzt seid doch, seid doch nicht, seid doch nicht, aber Frau Beer, ich habe noch gar nicht angefangen. Sparen Sie sich doch ein paar Nerven auf. Ich habe noch gar nicht angefangen. Kommt noch. Also, der neue Agendawechsel soll kommen. Nur ein Problem haben Sie, Frau Ministerpräsidentin, bei all dem, was Sie heute hier vorgetragen haben. Ein Problem haben Sie. Vernetzen kann man nämlich Industrie und Handwerk nur, wenn man es überhaupt noch hat. Auch für das autonome Fahren braucht man intakte Landesstraßen. Und Programmierunterricht in der Schule macht nur Sinn, wenn es qualifizierte Lehrer gibt und die Schüler zumindest minimale Mathematikkenntnisse hat. Sie können, Frau Ministerpräsidentin, Sie können mit Ihrem neuen Thema Digitalisierung Ihren alten Problemen nicht entfliehen, sondern im Gegenteil. Die Digitalisierung wird nur dazu führen, dass die alten Defizite noch schneller und schmerzhafter für alle sichtbar werden, Frau Ministerpräsidentin. Das ist der Zusammenhang. Das will ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, an fünf Punkten deutlich machen. Der erste Punkt, und das wird Sie vielleicht überraschen, Frau Ministerpräsidentin, der erste Punkt, das ist der, wo ich Ihnen ausdrücklich zustimme. Sie haben hier gesagt, wir brauchen einen neuen Ordnungsrahmen für die digitale Ökonomie. Wir brauchen starke Leitplanken durch gutes Recht für die Transformation hin zu der massenhaften Sammlung und Bewirtschaftung von Daten. Sie haben hier von Datensouveränität, Datenhoheit gesprochen. In dem Punkt, das ist kein im engeren Sinne landespolitischer Punkt, aber Sie haben ihn gemacht, in diesem Punkt sind wir bei Ihnen. Der Gründer oder Chef, nicht Gründer von Google, hat vorige Tage gesagt, wenn es Dinge gibt, von denen Sie nicht wollen, dass Sie alle erfahren, tun Sie sie nicht. Der meint damit, dass es möglich ist, durch die Sammlung und Bewirtschaftung von Daten lückenlose Persönlichkeitsprofile anzulegen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger gewissermaßen wider Willen zu gläsernen Kunden werden. Wenn Sie hier neues Recht durchsetzen wollen mit Ihrem Bundesjustizminister Heiko Maas, dann unterstützen und begleiten wir das. Aber zu Ihrem digitalen Ordnungsrahmen, Frau Ministerpräsidentin, gehört auch, dass Sie dafür sorgen, dass die Bürger nicht nur zu gläsernen Kunden wider Willen nicht werden, sondern auch nicht zu gläsernen Bürger werden. Sie sollten auch Ihren Innenminister digital zur Ordnung rufen, wenn er nämlich fortwährend über die Vorratsdatenspeicherung fabuliert und auch da in die Privatsphäre eingreift. Wenn Sie es also ernst meinen, wenn Sie es also ernst meinen mit Datenhoheit, dann stärken Sie Heiko Maas den Rücken, nicht nur, wenn er Regeln gegen Google durchsetzen will, sondern auch, wenn er Regeln gegen Jäger durchsetzen will. Dann ist das in einer vernünftigen Balance. Zweiter Punkt, Bildung. Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, die heute veröffentlicht worden ist, hat noch einmal herausgearbeitet, dass die Digitalkompetenz die zentrale Schlüsselqualifikation der Zukunft sein wird. Nicht nur, um es beruflich verwertbar, sondern auch im Alltagsleben nutzbar zu machen, das Potenzial, das sich mit der Digitalisierung verbindet. Neueste Technologie in den Schulen, das wäre jetzt eine Anforderung. In der Realität sind wir aber so, dass auf dem Schulhof die Schülerinnen und Schüler sich unterhalten über die neueste App auf dem Smartphone. Dann geht es aber zurück ins Klassenzimmer und im wahrsten Sinne des Wortes zurück in die Kreidezeit. Weil unsere Schulen längst nicht den technologischen Wandel und die Möglichkeiten aufgenommen haben. Nicht im Grundschul, nicht im weiterführenden Bereich und auch nicht im beruflichen Bereich. In anderen Gesellschaften, insbesondere im privaten Bereich, Frau Ministerpräsidentin, da wird längst gesprochen über die vernetzte Schule. Da werden die Möglichkeiten von E-Learning längst genutzt. Sie haben vor einiger Zeit, Frau Lörmann, sich noch schwer damit getan, ein Tablet statt einem Taschenrechner im Mathematikunterricht zuzulassen, während an anderen Orten auf der Welt längst über das Schultablet für alle nachgedacht wird. Warum kann Nordrhein-Westfalen in einer solchen Frage nicht einmal führend sein? Warum müssen wir das anderen überlassen? Weil wir falsche Schwerpunkte setzen. Ich sage gleich, die Modernisierung unserer Bildungslandschaft, um im Weltmaßstab mit Nordamerika beispielsweise konkurrieren zu können. Das ist keine Aufgabe, die das Land Nordrhein-Westfalen alleine stemmen kann. Das ist letztlich eine Aufgabe für den Gesamtstab, der bei der Koordination und der Finanzierung von Bildung mehr Verantwortung übernehmen muss. Das Geld dafür wäre da. Es muss kein Science Fiction sein, über E-Learning, über Tablet für alle vernetzte Schule zu sprechen, wenn die Politik in Deutschland bis 2030 nicht 230 Milliarden Euro für ein Rentenpaket aufwenden würde, sondern investieren würde in die beste und modernste Bildung der Welt. Das wäre möglich bei entsprechenden politischen Rahmenbedingungen. Aber wir müssen vor allen Dingen unsere aktuellen Anforderungen angehen. Ich habe das gerade eingangs schon gesagt, für den MINT-Bereich, der die Schlüsselqualifikationen darstellt, stellt sich die Lage in Nordrhein-Westfalen beklagenswert dar. Anders als Sie das eben hier dargestellt haben, Frau Ministerpräsidentin, ist die Lage nämlich alles andere als rosig. Bei der Überprüfung der Bildungsstandards in Mathematik erreichen 30,6 Prozent der Schüler in NRW nicht die KMK-Mindeststandards für einen mittleren Abschluss. Das ist die Situation der Kompetenz im Fach Mathematik. Wir haben unlängst die Studie von Herrn Klemm im Auftrag der Telekom-Stiftung diskutiert, öffentlich ist sie vorgestellt worden, mit dem Ergebnis, dass bis 2025 sich die Zahl der Lehrer in den wichtigen Fächern Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Technologien, Naturwissenschaften halbieren wird. Innerhalb der nächsten zehn Jahre halb so viele Lehrkräfte in den Schlüsselbereichen als heute als notwendig wäre. Nordrhein-Westfalen steht, und davon haben Sie hier nicht gesprochen, dazu haben Sie nichts gesagt, nicht eine Ihrer 180 Maßnahmen oder wie viel es waren dazu, Nordrhein-Westfalen steht vor einer Bildungskatastrophe im MINT-Bereich, wenn Sie nicht endlich entschlossen den Lehrermangel in diesem Bereich angehen. Nichts von Ihnen kam dazu. Sie haben kein Konzept dazu. Nichts. Erst auf Antrag der Freien Demokraten wird sich der Landtag morgen damit beschäftigen. Wir haben dazu einen Antrag vorgelegt. Und ich sage Ihnen auch den Zusammenhang. Ich sage Ihnen auch den Zusammenhang. Gerade in diesen Bereichen, im MINT-Bereich, da sind die Fachkräfte doch auch in der Wirtschaft knapp. Die Lehrer sind doch in allen Bundesländern knapp in diesen Fächern. Da muss man sich doch nicht wundern, dass gerade in Nordrhein-Westfalen der Fachlehrermangel in dem Bereich besonders groß werden wird, weil Sie, Frau Ministerpräsidentin, zu verantworten haben, dass wir das am wenigsten attraktive Besoldungsrecht haben. Und weil Sie Ihre Beschäftigten behandeln wie ostelbische Junker, Ihre Stiefelknechte, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Qualifiziertesten eben nicht hier Mathelehrer werden wollen. Wie ein Bumerang wird das zurückkommen und hier einschlagen. Also, wir haben einen Antrag vorgelegt, den Lehrerberuf attraktiver zu machen, um im Wettbewerb mit Wirtschaft und anderen Bundesländern reüssieren zu können. Das, was Sie hier heute zum Bildungsbereich gesagt haben, Frau Ministerpräsidentin, das war oberflächlich, das war allerhöchstens Pepita. Die wesentlichen Fragen sind Sie nicht angegangen. Dritter Punkt. Das Wirtschaftspotenzial der Digitalisierung kann man nur durch leistungsfähige Infrastruktur erschließen. Und das ist insbesondere relevant für Mittelstand und Handwerk. Denn die großen Player, Industrie, Großunternehmen, die schaffen sich ihre eigenen Zugänge zum breitbandigen Netz. Mittelstand und Handwerk, die müssen sich auf das verlassen, was vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Die können es aus eigener Kraft nicht leisten, können nicht eigene Leitungen beispielsweise legen. Und Sie müssen also entweder sich damit zufriedengeben, was da ist, oder Sie verlassen den Standort. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir im Breitband Ausbau Fortschritte machen. Das ist ein Thema für die Kommunen, für unsere 396 Städte und Gemeinden, die das leisten müssen. 40 Prozent aber der Regionen im ländlichen Raum haben nicht einmal Zugang zu 16 Megabit in der Sekunde. Ja, Herr Pring, Sie lachen darüber, weil Sie nämlich ja immer noch davon ausgehen, zwei Megabit in der Sekunde, das sei state of the art. Aber da dauert es, eine 100 Megabyte-Datei runterzuladen, sieben Minuten. Mit Glasfaser geht das in wenigen Sekunden. Ich glaube, das Erste, und das zeigt Ihr Lachen, sehr verehrter Kollege Herr Pring, das Erste, was Sie ändern müssen, ist, Ihr Bild von Breitband verändern. Zwei Megabit in der Sekunde, das ist nämlich nicht mehr Zukunft. Das ist der Stand des Jahres 2005. So, dass wir da in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im ländlichen Raum, nicht auf der Höhe der Zeit sind, das hat erheblich auch mit Verantwortung der rot-grünen Landesregierung zu tun. Wie war das denn bei den Anmeldungen zur neuen EFRE-Förderperiode im vergangenen Herbst? Was haben wir denn da gemacht bei EFRE? Nordrhein-Westfalen hat angemeldet das Querschnittsziel Gleichstellung und Nachhaltigkeit. Angemeldet worden ist die Förderung erneuerbarer Energien, die in Deutschland ja scheinbar noch nicht hoch genug subventioniert werden. Und angemeldet worden ist die ökologische Revitalisierung von Städten. Sie haben die Chance vertan, beim EFRE-Programm auch die Versorgung mit Breitband im ländlichen Raum anzumelden. Da haben Sie Geld verschenkt, das haben Sie liegen lassen. Falsche Schwerpunktsetzung. Dass das eben von mir gelannte Förderprogramm Breitband im ländlichen Raum nur zwei Megabit in den Blick nimmt, habe ich schon gesagt. Das zweite Problem ist aber, dass Sie nur Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern berücksichtigen. Damit fallen viele durch das Rost dieses Förderprogramms durch. Das muss verändert werden. Und wo ich da schon bei diesem Förderprogramm bin, will ich eine Sache doch auch durchaus noch mal sagen, weil sie symbolisch ist. Jetzt stellt man sich einen Verantwortungsträger in einer Kommune vor, einen Ratsmitglied, einen Bürgermeister, einen Gemeindebeamten. Und der will sich informieren, welche Förderung es hier im Land Nordrhein-Westfalen gibt. Und dann geht er auf die Internetseite des zuständigen Ministeriums von Johannes Remmel und klickt da ländlicher Raum und geht dann auf den Unterbereich Breitbandversorgung. Bei Herrn Remmel, ich habe es gestern Abend noch angeschaut. Und der erste Link, der dann auf der Internetseite von Herrn Remmel Breitbandversorgung im ländlichen Raum angezeigt wird, das ist ein Link, der verweist auf weitere Informationen, insbesondere die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Breitbandversorgung öffentlicher Raum. Das ist der erste Link auf der Seite für Breitband. Und wenn man da draufklickt auf diesen Link bei Herrn Remmel, was kommt dann, wenn man die Richtlinie sehen will? Dann kommt eine neue Seite, Fehler 404, angefordertes Dokument nicht gefunden. Das kann jedem passieren, aber es ist gleichzeitig symbolisch, Herr Remmel, für die Art und Weise, wie Sie die Breitbandversorgung angehen. Fehler 404, Seite nicht gefunden. Fehler 404, Seite nicht gefunden. Also stellen Sie die Finanzierung auf eine andere Grundlage. Insbesondere das Breitbandförderprogramm der NRW-Bank muss angepasst werden. Glasfaserleitungen müssen bis zum Gehsteig gelegt werden dürfen, nicht bis ins Haus, wenn das noch nicht darstellbar ist. Das kann einen Aufholprozess in der Glasfaserversorgung sicherstellen. Nehmen Sie jede der 396 Kommunen an die Hand und finden Sie inhaltliche, individuelle Wege, sie ans Breitbandnetz anzuschließen. Und vor allen Dingen, Frau Ministerpräsidentin, sorgen Sie dafür, dass das Koordinationsbüro Breitband NRW weiter finanziert wird. Wir haben ja ein Instrument mit dem Büro Breitband NRW, das die Kommunen beraten soll. Aber zur Stunde, wo Sie hier Ihre Regierungserklärung gehalten haben, Frau Ministerpräsidentin, ist die weitere Finanzierung von Breitband NRW nicht sichergestellt. Die haben noch keine Förderzusage für das Jahr 2015. Ändern Sie das, wenn Sie ernst genommen werden wollen, in Ihren Bemühungen Breitbandversorgung sicherzustellen. Sie können hier nicht nur schöne Worte abgeben und zu Protokoll geben, Sie müssen auch Taten zeigen, Frau Ministerpräsidentin. Vierter Punkt, E-Government, Digitalisierung der Verwaltung, das bedeutet Bürgerfreundlichkeit und zugleich auch das Potenzial, Kosten zu senken. Das ist ein erheblich potenzialreicher Bereich, wenn wir an das papierlose, schnelle und medienbruchfreie Genehmigungsverfahren denken. Warum machen wir das nicht bei der Nachverfolgung von Bauplänen oder der Beantragung von Führungszeugnissen oder bei der elektronischen Gewerbeanmeldung? Das gibt es andernorts in Europa bereits. Warum nicht auch in Nordrhein-Westfalen? Warum könnten wir hier nicht Vorreiter sein? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Sie Digitalisierung im öffentlichen Bereich, Frau Ministerpräsidentin, bislang nicht wirklich richtig ernst nehmen, dass das bislang kein echtes Anliegen war. Und das wurde deutlich, zum Beispiel bei einer kleinen Anfrage meiner Fraktion, aus dem Dezember des vergangenen Jahres, als wir uns bei Ihnen erkundigt haben, wie der elektronische Rechtsverkehr in der nordrhein-westfälischen Fachgerichtsbarkeit läuft. Wir haben also gefragt, was passiert mit dem elektronischen Rechtsverkehr bei den Fachgerichten in Nordrhein-Westfalen? Antwort der Landesregierung aus dem Dezember des vergangenen Jahres, aus dem Dezember 2014. Ich zitiere aus der Antwort auf unsere kleine Anfrage. Die elektronisch und per Fax eingehenden Dokumente werden ausgedruckt und in den obligatorischen Papierumlauf gegeben. Zitat Ende. So haben wir uns die Digitalisierung nicht vorgestellt, Frau Ministerpräsidentin. Ihre Regierung ist noch im Zeitalter der E-Mail-Ausdrucker. Das ist aber nicht auf der Höhe der Zeit. Schon in Ihrem Koalitionsvertrag 2010 war angekündigt worden, dass Sie Open Government als politisch prioritäres Ziel Ihrer Landespolitik ansehen. Wir haben im Februar 2012 nachgefragt. Auch da wurde bestätigt, das sei ein prioritäres politisches Ziel. Im Januar 2015 warten wir immer noch auf das Portal Open NRW. Nein, es ist nichts passiert in den vergangenen viereinhalb Jahren. Wenn Sie von einem politisch prioritären Ziel sprechen, dann wären wir davon ausgegangen, dass Sie das im Breitbandtempo erledigen und nicht im Modemtempo der 1990er Jahre, Frau Ministerpräsidentin. Ich brauche mehr Tempo bei den entscheidenden Fragen. Warum gibt es keinen energerischen Kampf gegen Wohnungseinbrüche durch eine zentrale Verhandlungsplattform beim LKA? Warum ist die Polizei nicht in der Lage, beispielsweise Helerware und Diebesgut bei Ebay zu untersuchen und dann zu ermitteln, wer dafür Verantwortung zeigt, auf welchem Wege das dahin gekommen ist? Warum gibt es das alles nicht? Es zeigt nur eins, Frau Ministerpräsidentin, Sie haben bislang die großen Chancen von Modernisierung und Digitalisierung für öffentliche Verwaltung und Sicherheitsbehörden noch nicht ausreichend wahrgenommen. Es fehlt Ihnen an Ehrgeiz, tatsächlich in diesem Bereich zu Fortschritten zu kommen. Und der letzte Punkt. Und der letzte Punkt, die Frage der Gründungen. Die haben Sie auch hier sehr hervorgehoben. Das ist mir sympathisch und es ist auch gewiss für unsere Volkswirtschaft gewissermaßen Hefe im Teig, wenn es eine Gründungskultur gibt. Gründungskultur, das ist auch Ausdruck des Zukunftsvertrauens einer Gesellschaft insgesamt, wenn Menschen sich auf den Weg machen, sich eine Existenz aufzubauen, eine Existenz gründen wollen. Das sichert individuellen Aufstieg. Das schafft Arbeitsplätze. Bitte. Ach, gucken Sie mal da. Das ist interessant. Haben Sie nicht gehört, was die Ministerpräsidentin gesagt hat? Haben Sie das nicht gehört, Herr Kollege von der SPD? Sie sagen, ich hätte Erfahrung. Und in der Tat, Herr Kollege, ich habe schon mal in der Hochphase der New Economy habe ich schon mal ein Unternehmen gegründet. Und dieses Unternehmen war damals nicht erfolgreich. Heute hier hat die Ministerpräsidentin gesagt, man soll auch scheitern von Pionieren nicht ein Leben lang biografisch als Stigma verwenden. Da haben Sie einen. Da haben Sie einen in Ihren eigenen Reihen, Frau Ministerpräsidentin. Da haben Sie einen, der nicht zuhört, was Sie machen. Das ist Ihr Kollege. Das ist einer der Gründe, warum heute die Menschen lieber in den öffentlichen Dienst, da haben Sie ja auch gearbeitet, gehen, statt sich zu gründen. Weil man nämlich, wenn man Erfolg hat, in das Visier der sozialdemokratischen Umverteiler gerät. Und wenn man scheitert, ist man sich spott- und hemelsicher. Das ist doch der Grund. Und da sage ich Ihnen, Herr Kollege, da sage ich Ihnen, es sind ja oft genug, Sie sind übrigens der Zweite, Herr Hahn, hat das auch schon mal hier probiert am Pult, sind übrigens immer meisten solche Sozialdemokraten, die das ganze Leben im Staat gearbeitet oder vom Staat gelebt haben, die anderen unternehmerisches Engagement vorwerfen. Und ich sage Ihnen noch eins, ich sage Ihnen noch eins, ich sage Ihnen noch eins, weil Sie sich hier bis auf die Knochen blamiert haben, Sie haben im Grunde die ganze Regierungserklärung der Ministerpräsidentin durch ihren dämlichen Zwischenruf zur Makulatur gemacht. Ich sage Ihnen eins, bei dem Kollegen, der jetzt zum ersten Mal überhaupt hier im Landtag in Erscheinung tritt, können Sie sich bedanken, Frau Ministerpräsidentin. Und ich sage Ihnen eins, ich sage Ihnen eins, Herr Kollege, mit mir können Sie das ja machen. Schauen Sie, ich bin FDP-Vorsitzender, ich bin anderer Anwürfe gewohnt. Aber welchen Eindruck macht so ein dümmlicher Zwischenruf wie Ihrer auf irgendeinen gründungswilligen jungen Menschen? Was ist das für ein Anwürfe? So, das hat Spaß gemacht. Jetzt kommen wir zum eigentlichen... Ja, also, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen Sie verstehen, das kann man natürlich nicht ungenutzt so einen Ball auf dem Elfmeterpunkt passieren lassen. Jetzt ist es aber auch gut. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den eigentlichen Punkten. Im Vergleich der 26 innovationsbasierten Volkswirtschaften der Welt steht Deutschland auf dem 22. Platz. Und Nordrhein-Westfalen ist schlechter als der Bundesdurchschnitt mit Blick auf das Gründungsklima. In den Vereinigten Staaten hat man ja den Eindruck, werden Unternehmen von irgendwelchen Nerds im Pullover gegründet. Der Eindruck indessen ist falsch. Facebook, Amazon und andere solche großen Technologieunternehmen, großen Plattformunternehmen, die sind alle gegründet worden, aus dem Umfeld von Elitehochschulen, von hochqualifizierten Menschen, die dann zum Teil auch als zweite oder dritte Unternehmensgründung einmal ein solch großes Unternehmen auf den Weg gebracht haben. Jetzt starten Sie bei uns, weil Sie das erkannt haben, eine Start-up-Offensive. Haben der Wirtschaftsminister und die Wissenschaftsministerin vorgestellt. Habe ich die Zahl richtig im Kopf? 70 Millionen Euro wollen Sie dafür in die Hand nehmen. Das ist bemerkenswert. Wir haben hier das Hochschul-Zukunftsgesetz gehabt. Das Hochschul-Zukunftsgesetz hat dafür gesorgt, dass es in den Hochschulen selbst ein Interesse an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit von Innovation und Patenten gibt. Mit dem Hochschulrat haben wir den Versuch unternommen, die Hochschule zu öffnen in den Bereich der Wirtschaft hinein. Haben Signale gesetzt für Ausgründungen und für die Kooperation zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung und innovativen Unternehmen und Unternehmensgründungen. Das hat auch zu einem enormen Wachstum, einem Zuwachs beispielsweise in der Rekrutierung von Drittmitteln für die Hochschulen bekommen. Nordrhein-Westfalen war also auf dem Weg über das Hochschul-Zukunftsgesetz tatsächlich eine Brücke, Hochschulfreiheitsgesetz, eine Brücke zu schlagen hin zu hochinnovativen Unternehmen. Und jetzt kommen Sie mit dem Hochschul-Zukunftsgesetz und machen alle diese Ansätze kaputt. Sie laden die Wirtschaft aus, aus den Hochschulen. Sie nehmen die wirtschaftlichen, autonomen Gestaltungsspielräume weg. Und jetzt kommen Sie mit 70 Millionen. Jetzt kommen Sie mit 70 Millionen und wollen damit das reparieren, was Sie wegen des Diktats von Verdi, die Ihnen das Hochschul-Zukunftsgesetz geschrieben haben, mutwillig kaputt gemacht haben. 70 Millionen werden nicht ausreichen, um den entstandenen Schaden dort zu korrigieren. Denn es ist vor allen Dingen ein Schaden in der Haltung der Mentalität und dem Klima, den Sie zu verantworten haben. Ich lasse jetzt mal außen vor, dass unsere Hochschulen insgesamt unterfinanziert sind, seit sie Ihnen die Mittel für die Studienbeiträge entzogen und nicht ausreichend kompensiert haben für zu einem enormen Qualitätsrückgang. Das wollen wir mal hier nicht weiter diskutieren. Das haben wir x-mal bereits gemacht. Doch, doch, das ist so. Aber das soll jetzt nicht mein Punkt sein. Ich will bei der Frage Gründungen eine Sache aufrufen, Frau Ministerpräsidentin, weil mich das gewundert hat. Sie haben jetzt ja nun es wirklich nicht an Ausführlichkeit bei Ihrer Regierungserklärung mangeln lassen. Sie haben es sogar noch geschafft, die Zeit um sechs Minuten zu überziehen. Gefühlt war es sogar noch mehr. Und trotzdem haben Sie nichts gesagt zu rechtlichen Rahmenbedingungen für Risikokapital und Gründung. Das ist interessant. Denn wenn Sie so ausführlich sprechen und nahezu über jedes Projekt an welcher Hochschule auch immer hier sprechen, dann muss das ja politische Absicht sein, dass Sie dazu ja nichts gesagt haben. Kein Wort zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Bayern hat eine Initiative auf den Weg gebracht, um Gründungen zu erleichtern, den Zugang zu Risikokapital zu erleichtern. Was sagt Norbert Walter-Borjans dazu? Ich nenne die steuerlichen Sofortabschreibungsmöglichkeiten beim Erwerb von Anteilen an Start-ups. Ich nenne die Aufhebung bzw. Abschwechung des Verlustabzugs bei dem Einstieg von neuen Investoren in Start-ups. Oder ich nenne Ausnahmen von der Mindestbesteuerung für junge Unternehmen. Das sind genau die Punkte, Frau Ministerpräsidentin, die beispielsweise der Bundesverband Start-ups regelmäßig beklagt, die auch im internationalen Vergleich einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für unser Land Nordrhein-Westfalen, für Deutschland insgesamt bedeuten. Warum haben Sie dazu gar nichts gesagt, Frau Ministerpräsidentin? Ist das für Sie kein Thema? Oder sehen Sie da nur Heuschrecken, die investieren? Also hier müssen Sie nacharbeiten. Wir erwarten von Ihnen, wenn Sie Ihre Regierungserklärung ernst meinen, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Initiative des Freistaats Bayern für bessere rechtliche Rahmenbedingungen für Start-ups unterstützt, aktiv unterstützt. Daran werden Sie jetzt gemessen werden, Frau Ministerpräsidentin. Das ist die nächste Hürde, die Sie nehmen müssen, weil sonst alles, was Sie hier gesagt haben, nichts weiter ist als heiße Luft, weil Sie an die wirklichen tiefgreifenden Probleme nicht herangehen können oder wollen. Und mein letzter Punkt. Natürlich sind kleine Unternehmen mit wenig Managementkapazität besonders betroffen von Bürokratie. Die brauchen ihre Arbeitskraft dafür, ihr Produkt zu entwickeln, einen Markt zu entwickeln, Marktzugang zu organisieren. Und dann schlagen die sich aber mit Bürokratie hierzulande rum. In den USA geht man zur Gründung eines Unternehmens in die Garage. Bei uns geht man aufs Amt. Und während man da schon an der Idee schraubt, füllt man hier noch Formulare aus. Wenn Steve Jobs nicht in Palo Alto, sondern bei Handelore Kraft in Kastrop-Rauxel-Appel gegründet hätte, dann wäre er bereits an der Baunutzungsverordnung seiner Garage gescheitert. Das ist die Realität. Tun Sie mal was für den Bürokratieabbau. Und damit meine ich nicht das Tariftreue- und Vergabegesetz. Welches IT-Start-up hat jetzt unbedingt ein Interesse, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen? Das werden die aller, 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 allerwenigsten sein. Tariftreue- und Vergabegesetz müssen Sie wegen unseres Handwerks abschaffen. Aber was ist denn mit den ganzen anderen bürokratischen Fragen? Umsatzsteuervoranmeldungen, auch bei Gründungsunternehmen. Wie ist das bei der Frage von Buchführungspflichten? Jetzt ganz aktuell hier, Guntram Schneider. Guntram Schneider lässt sich in der Presse immer damit zitieren, er sei jetzt derjenige, der die Mindestlohn-Dokumentationsverordnung auf Punkt und Komma mit dem Zoll durchsetzen wird. Ja, das werden doch genau die bürokratischen neuen Lasten sein, für das kleine Unternehmen mit seinen paar Beschäftigten. Die müssen dann für Guntram Schneider Statistiken ausfüllen, um ihr Geschäft zu kümmern. Das sind doch die bürokratischen Belastungen. Arbeitsschutz, Arbeitsstättenverordnung diskutieren wir gerade. In Berlin, was sagen Sie denn dazu, Frau Kraft? Jetzt wird beim IT-Start-up durch Frau Nahles demnächst festgelegt, wie groß das Fenster in der Teeküche ist und wie hoch die Temperatur im Archiv ist. Frau Ministerpräsidentin, wenn Sie es ernst meinen, mit einem gründerfreundlichen Klima, dann hören Sie endlich damit auf, zu unterstützen oder selbst zu veranlassen, dass die kleinen, im Übrigen aber auch unsere etablierten, mittelständischen Betriebe von immer neuer Bürokratie gefesselt werden. Da täten Sie allen einen Gefallen. Und ich komme zum Schluss, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren. Letztlich ist es eine Frage des Klimas. Berlin ist die Gründerstadt Nummer eins in Deutschland. Nicht nur wegen besonders guter wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen, eher weil es ein spannender Standort ist mit Kultur. Vor einigen Jahren sagte man, You can't hire into Berlin. Deshalb hat Ebay seinen Europasit seinerzeit nicht nach Deutschland, nach Berlin verlegt. Das hat sich fundamental verändert. Nicht, weil Herr Wovereit jetzt so ein Feuerwerk an wirtschaftspolitischer Liberalität entfacht hätte, sondern weil da einfach das Klima stimmt. Ja, aber Herr Müller hat jetzt noch nicht so viel zu tun mit den Rahmenbedingungen der letzten Jahre, Frau Ministerpräsidentin. Es ist leider doch noch Herr Wovereit eine längere Zeit verantwortlich gewesen. Deshalb war das schon richtig, dass ich von Herrn Wovereit gesprochen habe. Denn übrigens, Herr Müller, wenn man das mal sagt, dem wird es nicht gelingen, ein besonderes Klima der Elektrizität in Berlin zu entfachen. Also wenn man Wovereit eins zugutehalten muss, dann sind es nicht seine Flughäfen, sondern eher das, was er geleistet hat, um die Stadt interessant zu machen. Arm, aber sexy, hat er gesagt. Man muss sagen, also bei dem Weg auf Richtung Armut stehen Sie ihm nichts nach. Aber wenn es darum geht, Nordrhein-Westfalen auch zu einem attraktiven Standort zu machen, um das Wort nicht zu nehmen, dann gibt es aber noch einigen Anlass zur Vervollkommnung. Denn bislang strahlt Ihre Regierung jetzt nun keine Offenheit für Fortschritt, für neue Technologien aus. Bislang ist Ihre Regierung nicht diejenige, die wirtschaftliche und unternehmerische Freiheit besonders preist, sondern eher unter einen Generalvorbehalt stellt. Deshalb mein letzter Satz aus der Manuskriptfassung Ihrer Regierungserklärung. Da heißt es, ich zitiere, die Landesregierung wird wie bisher ihren Beitrag leisten, diesen Wandel zum Wohle des Landes, seiner Wirtschaft und seiner Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Zitat Ende. Wie bisher, bitte nicht, denn das ist eine Drohung. Machen Sie es anders als bisher. Vielen Dank, Herr Lindner. Und nun spricht für die Grüne Fraktion der Fraktionsvorsitzende, Herr Priggen. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zwei, drei Vorbemerkungen. Herr Lindner, um einfach Ihrem Alarmismus zu widersprechen, erwecken ja den Eindruck, als ob 2025 in Nordrhein-Westfalen eine Bildungskatastrophe im MINT-Bereich ausbrechen würde. Bis dahin werden zwei komplette Durchgänge von Lehrern und Lehrerinnen ausgebildet. Wir haben im Moment 26 Prozent derjenigen, die in Deutschland studieren, in NRW, obwohl wir nur 21 Prozent der Bevölkerung sind. Das heißt, wir sind ein hochattraktives Land für Studierende. Und ich bin auch ganz sicher, dass bei den Schwerpunktsätzen genau die notwendigen Zahlen innerhalb von zehn Jahren auch zur Verfügung stehen werden. Insofern Gelassenheit und nicht diesen Katastrophismus. Zweite Bemerkung. Ich habe eben, lieber Christian Lindner, so ein bisschen Spaß gehabt am Anfang, als du dann was erzählt hast von 16 Megabit. Ich habe einfach noch mal in der Vorbereitung eine Anfrage, eine bösartige, der Abgeordneten Horst Becker und Rainer Priggen. Vom 19. Februar 2010, da wart ihr noch in der Regierung, Armin Laschet noch im Kabinett. Da haben wir beide gefragt, wann kommt das schnelle Internet 2010 auch nach Linich-Bosler. Anfrage 14-10-985. Und dann habt ihr uns eine lange Liste geschickt mit den Geschwindigkeiten, die das schnelle Internet hat. Alle Kommunen aufgeführt, auf ganz vielen Seiten. Da steht immer Verfügbarkeit 100 Prozent 99 100. DSL-Verfügbarkeit 384 Kilobit. Das war, als ihr mit der Regierung aufgehört habt, für euch schnelles Internet. So viel dazu, dass du mir gegenüber eben, ja, ist ja gut, ist ja gut, 384 Kilobit. So, und jetzt würde ich ganz gerne, um auch das klarzustellen, würde ganz gerne, entschuldigen Sie, Frau Ministerpräsident, ich fange an mit einem Satz aus der Regierungserklärung vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann am 15. Oktober 2014. Ein Satz nur. Zitat. Bei der digitalen Infrastruktur liegen wir zusammen mit NRW an der Spitze der Flächenländer. So, das sagt der baden-württembergische Ministerpräsident. Die reale Zahl ist so, Mitte 2014 70,7 Prozent der Haushalte in NRW mit einer Übertragungsrate 50 Megabit, 50 Megabit, nicht 384 Kilobit. Baden-Württemberg 69,2, Bayern 62,4. Also, Kretschmann muss ja auch nicht in seinem eigenen Parlament sagen, NRW ist noch ein bisschen vor uns, aber er ist an der Stelle fair, er ist jedenfalls fairer mit dem Land, als Sie beide das tun, Sie und Herr Laschet, wenn Sie immer als erstes das Land schlecht machen. Dann muss ich sagen, eigentlich hätten wir heute zwölf Regierungsunterrichtungen auch noch haben können. Ja, wenn man sich anguckt, wie der Prozess, der abläuft, alle Lebens- und Arbeitsbereiche im Moment umwelts, und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern seit den letzten 10, 20 Jahren, dann wissen wir, dass das egal, ob es Guntram Schneiders Ministerium ist, Justizministerium ist, angesprochen, Gesundheit, egal welches Haus, jedes Haus arbeitet in dem Thema seit Jahren akribisch mit sehr, sehr viel, was zu tun ist, nach vorne. Das hätte alles angesprochen werden müssen, und es wäre spannend. Das wäre auch das, was adäquat gewesen wäre, wenn wir darüber sprechen, welche Bedeutung hat der ganze Prozess für unser Land, dieses alte, von Kohle und Stahl geprägte Industrieland. Wenn man das ein bisschen einordnen will, dann muss man sich doch angucken, was haben herausragende technische Neuerungen immer wieder an durchgreifenden Veränderungen gebracht, für unsere Arbeitsweise, aber auch für die private Umgehensweise. Ich sage mal, der Urknall, der Urknall war der Buchdruck, der Buchdruck, der tatsächlich als Urknall der Moderne überall die Möglichkeit geschaffen hat, sich Bildung anzueignen. Und gerade wir in diesem Land haben große Erfahrungen gemacht mit diesen durchgreifenden Veränderungen. Die erste industrielle Revolution hat in Nordrhein-Westfalen ihren Ursprung gehabt. Wir haben hier Dampfmaschinen bekommen, und mit den Dampfmaschinen war es möglich, die Kohle aus Tiefen zu fördern und obendrüber Stahl zu produzieren. Das ist eine der Gründungssachen des modernen Industrielandes Nordrhein-Westfalen gewesen. Danach kam die Fließbandfertigung, der Einsatz elektrischer Energie, seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts die Automatisierung der Produktion. Und wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir über einen Prozess, der mit nie geahnter Geschwindigkeit alles, was wir an Arbeit machen, was wir an Ausbildung machen, bis hin in unsere privaten Verhältnisse ändert und umwälzt. Mich kann mich noch gut erinnern, das ist ja spannend, wenn wir das in der Fraktion diskutieren, und ich als über 60-Jähriger, Frau Ministerpräsidentin, ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie in den ersten fünf Minuten dreimal die Technische Hochschule Aachen erwähnt haben. Sigrid Bär hat sich über Paderborn gefreut, Aachen war insgesamt fünfmal dabei. Aber wenn ich mich erinnere an meinen Studienbeginn als Maschinenbauer in der TR Aachen und wenn ich Matti Bolte, der bei uns im Internet, im Netzbereich arbeitet, der 30 Jahre später geboren ist, 32 Jahre, um es genau zu sagen, wenn ich dem den Rechenschieber zeige, mit dem ich im ersten Semester angefangen habe, der versteht diese logarithmischen Hieroglyphen gar nicht, der meint, das wäre eine Grabbeigabe aus dem Pharaonengrab und ich weiß noch, ich war stolz wie Bolle, das war ein ganz modernes Ding, das war wie Harry Potter sein Zauberstab. Das ist alles Geschichte und wenn Norbert Römer mir irgendwann mal erzählt hat, dass er noch Bleidruck gelernt hat, dann merken wir, und das ist auch die Alltagserfahrung, viele Menschen, die arbeiten, erleben diese Prozesse auch als Bedrohung, als radikale Veränderung ihres Lebens. Und die Frage ist doch, wie können wir die Prozesse gestalten? Dafür sind wir als Politik verantwortlich. Wie können wir sie so gestalten, dass die Menschen mitgenommen werden, dass wir die Arbeitsplätze halten, dass wir in diesem Wandel, der in unserem Land stattfindet, auch die modernen Arbeitsplätze uns hierher holen? Das ist genau unsere Aufgabe. Da habe ich von beiden Oppositionsführern nicht ein einziges konstruktives Wort zugehört. Und lass es mich sagen, der Altbundespräsident Horst Köhler, der hat in seiner Berliner Rede am 24. März 2009 einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, nehmen wir uns deshalb die nächste industrielle Revolution bewusst vor, diesmal die ökologische industrielle Revolution. Und das ist das, was aus meiner Sicht jetzt passiert. Mit allen Ängsten, die dabei sind. Wir erleben nichts anderes als den Übergang vom fossilen zum elektrischen Zeitalter. Das dauert, das streckt sich über einen bestimmten Prozess, aber das ist genau der Prozess, der passiert. Dabei haben viele Ängste, Ängste um ihren Arbeitsplatz, sind immense Herausforderungen, aber das ist genau die Chance, die wir haben. Und die Digitalisierung ist die ganz große Chance in der Umsetzung dieser ökologischen industriellen Revolution. Das ist ein Umbruch in der Geschichte der Technik und der menschlichen Kommunikation. Und das ist manchmal hart. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir zu vier zu Hause am Tisch sitzen und alle gucken auf diese Dinger, die immer irgendwie am Hupen und am Piepen sind. Aber es ist ein Teil dessen, was wir auch erleben, und es zieht sich durch viele andere Bereiche. Und was wir aus meiner Sicht müssen, und das ist natürlich das Faszinierende für jemanden, der aus der Technik kommt, die Chancen, die genau in diesem Prozess drin liegen, in allen Bereichen, zu sehen und zu nutzen, die Interessensauseinandersetzungen, die dahinter liegen, tatsächlich dann auch auszutragen und die Probleme dabei auch anzusprechen. Auch dazu habe ich nichts gehört. Und in der Gesellschaft heute, wo praktisch diejenigen, die ausgebildet werden, immer wieder gucken müssen, dass sie mit ihrem Wissen standhalten, wo nicht wie früher der Meister über das Arbeiten an den Gesellen das Know-how weitergegeben hat, sondern das ändert sich so radikal, dass natürlich auch erhebliche Risiken da drin liegen, wenn Unternehmen diese Prozesse nicht mitmachen. Und wir erinnern uns alle noch gut an einen namhaften Weltmarktführer, Triumph Adler, die besten Schreibmaschinen der Welt, wie viele Literatur-Nobelpreisträger haben auf einer Triumph Adler gespielt, getippt. Das war wie Klepten auf seiner Fender. Und dieses Unternehmen hat es nicht geschafft, den Übergang zur Computertechnik mitzukriegen, so hinzubekommen, dass sie erfolgreich waren. Die sind heute nicht mehr da. Und die genau gleiche Diskussion führen wir ja an vielen Stellen. Der Kollege Guido Vandenberg, den wir alle kennen als jemand, der sich engagiert einsetzt für die Arbeitsplätze im Braunkohlenrevier, hat mich eingeladen. Und wir sind zusammen nach Berlin gefahren und haben uns Unicos angesehen. Norbert Römer ist seit langem bei einem Regionalversorger in Mecklenburg-Vorpommern, in Aufsichtsgremien in Schwerin, bei der WMAK. Da bin ich letzte Woche gewesen. Da habe ich mir angeguckt, den Batteriespeicher, den Unicos entwickelt hat. Ein faszinierendes Instrument, um tatsächlich Netzstabilität zu erzeugen. Die Ministerpräsidentin hat gesprochen von dem Unternehmen in Wuppertal. Ich finde, das, was Unicos da entwickelt hat, was in Mecklenburg eingesetzt wird, das ist genau das, was wir nach Nordrhein-Westfalen holen müssen. Netzstabilität herstellen, über einen Batteriespeicher, der über die Prozessrechner, und das ist das Entscheidende an der Stelle, der wird so gut gesteuert, dass der Hersteller 20 Jahre Garantie auf die Batterie gibt. Wenn Sie sich Batterietechnik angucken, wissen Sie, dass es das sonst nicht gibt. 20 Jahre, weil die Software der Steuerung so genial ist, dass die Batterien, die Tausende von Einzelzellen, so optimal be- und entladen werden, dass das damit hervorragend gelöst werden kann. Und die speichern Windstrom und nutzen ihn für die Netzstabilisierung. Die bewerben sich im Wettbewerb, weil dieser Stromnetzstabilisierung jede Woche auktioniert wird. Und seitdem Sie das Ding in Betrieb haben, haben Sie jede Woche in der Auktion gewonnen. Das heißt, Sie sind in der Lage, im Wettbewerb mit den großen alten Kraftwerksblöcken tatsächlich damit zu bestehen. Und wir werden eine Situation haben, wir werden noch 30 Jahre einzelne Kohlekraftwerke haben. Das ist gar nicht die Frage, aber es werden weniger. Und die, die jetzt Netzstabilisierung machen, über die Schwungmassen der Kohlekraftwerke, die stehen dann immer mehr im Wettbewerb mit denen. Und nachdem wir in Berlin waren, ist Guido Vandenberg zugegangen und hat versucht, bei den großen regionalen Unternehmen durchzusetzen, dass sie das im Rheinischen Revier einsetzen. Die haben uns aber vorgeschlagen, CO2-Freilandbegasung von Rühmen und Kartoffeln zu machen und sind nicht darauf eingestiegen. Da haben Sie sich, da hast du dir die Abfuhr geholt. Ich bin wenig später da gewesen, weil wir wollten das modernste Elektrofahrzeug, was in NRW gebaut wird, den Street-Scooter in Aachen. Die suchten eine Beteiligung über 6 Millionen, wollten dafür 50 Prozent abgeben. Ich bin bei dem gleichen Unternehmen gewesen, habe gesagt, ist das nicht was für die Innovationsregion Rheinisches Revier? Kein Interesse. Automobilherstellung ist nicht ihr Bereich. Jetzt hat die Post es aufgekauft. Genau das ist der harte Kampf in der Realität. Die Chancen, die Möglichkeiten, die in dem Prozess liegen, bei denen wir, und ich könnte die Kette jetzt aus den ganzen Jahren, wo ich mich hier mit Energiepolitik beschäftigt habe, mit Aufzählung von Unternehmen fortführen. Diese Chance zu nutzen, ist eine Frage, wo wir unterstützen können, wo wir hinweisen können. Wir waren wie ein Missionswerk unterwegs. Letztendlich entscheidet das Unternehmen. Und das ist natürlich eine harte Situation, wenn diese ganzen neuen Bereiche, auf die man rausgehen müsste, von einem Unternehmen abgelehnt werden. Wir müssen trotzdem weiterkommen. Deswegen ist es genau richtig, dass wir das virtuelle Kraftwerk hierher holen wollen. Wir wollen zusammen dafür kämpfen, dass wir diese neuen Chancen und Möglichkeiten, die wir brauchen im Rahmen der Energiewende, hier auch hinbekommen. Und ich sage auch ganz klar, ohne die Möglichkeiten der Digitalisierung wäre der Ausbau der Erneuerbaren überhaupt nicht möglich gewesen. Die erneuerbaren Energien mit ihren Potenzialen, die heute Primärenergieträger Nummer eins sind in Deutschland, gäbe es nicht ohne das. Und das ist genau das revolutionäre Gemisch, dass ich die Steuerung, den Einsatz dieser Technik nutzen kann, Zug um Zug aufbauen kann und damit sowohl Arbeitsplätze, Entwicklungsmöglichkeiten, wie auch eine reduzierte Abhängigkeit im Import von Rohstoffen herstellen kann. Wenn wir die Kette so erfolgreich fortsetzen, dann muss ich vor keinem Ölscharch auf den Knien rumkrabbeln und ihn darum bitten, dass er uns Öl oder Gas hierher liefert. Ich muss bei niemandem, der Menschenrechte verletzt, anstehen. Ich habe eine gerechte Verteilung des kostenlosen Energiezubringers Sonne und Wind für alle. Das ist noch eine Strecke. Aber die Entwicklung dahin geht mit der Digitalisierung Meter um Meter voran. Und entweder machen wir das zusammen und stellen das Land auf, nehmen auch die Ängste derjenigen, die da jetzt noch Beschäftigung haben, diese Perspektive noch nicht so sehen auf, bieten ihnen Lösungsmöglichkeiten. Aber der Weg muss eindeutig sein. Und so sind wir genau verabredet. Und das machen wir. Und auch dazu habe ich von beiden Oppositionsführen zur gesamten Energiepolitik nicht ein einziges Wort gehört. Ich führe das nur exemplarisch auf, weil wir da bei vielen Firmen waren. Alles gilt genauso für den gesamten Bereich der Mobilität. Das, was Mike Groschek macht. Die spannenden Projekte im Bereich der Mobilität, die Umstellung der Mobilität, Zug um Zug in Richtung Elektromobilität, mit besseren Batterien, mit den Möglichkeiten zu be- und entladen. Die Krankenschwester, die aus der Eifel zum Klinikum nach Aachen fährt, 30 Kilometer, das Auto steht zu Hause elf Stunden, steht am Klinikum neun bis zehn Stunden, kann angeschlossen werden, ist ein mobiler Speicher, kann geladen werden. Das ist genau die Einsatzmöglichkeit für einen Treibstoffpreis, der ein Bruchteil ist von dem, was sonst Benzin kostet. Das geht nicht so schnell. Das braucht Entwicklungsmöglichkeiten. Aber das ist genau die Perspektive. Und auch da muss niemand Angst haben. Unsere hervorragende Motorentechnik wird noch über lange Zeit die Basis sein. Aber wenn wir bei diesen anderen Bereichen nicht entwickeln, nicht aufpassen, das nicht bei uns forcieren, dann geht uns genau die Weltmarktführerschaft, die wir in der Technik haben, verloren. Und auch das ist ein Bereich, wo wir in Nordrhein-Westfalen darum kämpfen, dass wir die Wertschöpfung hier halten, sogar ausbauen. Deswegen ist das so wichtig. So wie es im Verkehrsbereich gilt, Smart City, so gilt es in allen anderen Bereichen. Das, was wir im Gesundheitssystem haben, Kollege Bolte wird das gleich noch ansprechen, immense Möglichkeiten mit den älter werdenden Bevölkerungen, mit all dem, was wir ja selber, wenn wir in den Bereich kommen, dass wir Pflege brauchen, was wir dann an Unterstützung brauchen, damit vernünftig umzugehen. Also wir könnten es für alle Bereiche durchdiskutieren. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante und spannende, gerade wenn Sie Affinität zur Technik haben, herausfordernde Möglichkeit. Grundlage von allen, und das war ja der Ausgangspunkt auch, ist natürlich, dass wir den Netzausbau hier hinkriegen. Der Netzausbau ist auf Deutsch gesagt doch nichts anderes, wie wenn ich Stromleitungen habe, Wasserleitungen habe. Und der Netzausbau, ich habe es eben schon gesagt, laut Kretschmann, der da, glaube ich, als unabhängiger Zeuge gilt, ist in Nordrhein-Westfalen sehr gut, unter allen Flächenländern gut. Aber wir müssen noch viel besser werden. Und wir müssen auch die Schwächen da klar benennen. Wenn wir in Nordrhein-Westfalen sagen, wir brauchen den Breitbandanschluss, dann haben wir natürlich eine Differenzierung, vor allen Dingen zwischen Ballungsräumen und ländlichem Raum. Und es kann nicht sein, das ist der ganz entscheidende Punkt, es kann nicht sein, dass wir nicht unsere Bemühungen ganz, ganz hoch ansetzen, den ländlichen Raum da die Chancen gleicher zu geben, die er braucht. Weil Breitbandanschluss schneller ist im ländlichen Raum, Existenzgrundlage für Mittelstand, für Handwerk, für Firmen, ist Bildungszugang. Und es gibt nicht einen einzigen Grund, warum er das nicht haben sollte, warum wir das nicht da machen sollen. Und genau deswegen hat die Regierung ja die Schwerpunkte so gesetzt. Und der Kollege Lindner hat eventuell eben die Programme durcheinandergebracht, aber die Elamittel sind an der Stelle deutlich aufgestockt worden. Und es wird intensiviert. Auch wenn wir führend unter allen Ländern sind, wird da noch deutlich aufgestockt. Und wenn die Auktionsmittel reinkommen, wir wissen nicht genau, wie viel es ist. Man kann, glaube ich, nüchtern davon ausgehen, dass mindestens eine Milliarde reinkommt. Denn werden nach Königstein schon mal mindestens 100 Millionen, die direkt umgesetzt werden sollen. Und das habe ich jetzt zweimal gehört, das großartige Beschwören der immensen bayerischen Leistung, 1,5 Milliarden. Die Realität der Mittel, die abfließt, lieber Armin Laschet, ist weit unter dem. Es sind keine 50 Millionen, die dann tatsächlich abfließen, weil die Kommunen auch in Bayern die Gegenfinanzierung nicht hinkriegen. Das heißt, Horst Seehofer bläst in jeder Regierung, zwei Regierungserklärungen habe ich mir durchgelesen, bläst er es als Ziel der bayerischen Politik auf. Und die Realität sieht ganz anders aus als die Milliardenzahl. Ich glaube, wir können uns da gut blicken lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema hat außerordentlich viele Facetten. Ich habe eingangs gesagt, wir könnten eigentlich zwölf Unterrichtungen aus jedem Ressort machen. Und es ist nicht nur der technische Teil, den ich angesprochen habe. Ich will einen zweiten Bereich noch ansprechen. Es ist ganz eindeutig alles, was mit Verbraucherschutz zu tun hat. Wir erleben alle immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die uns anschreiben oder ansprechen. Und wer mal in die Verbraucherzentralen vor Ort geht und fragt, was sind die größte Anzahl an Problemen, wo Menschen zu euch kommen, dann hat das immer zu tun mit Telekommunikation, mit Digitalisierung, wo die Menschen mit den Vertragskonditionen, mit dem Gebaren der Unternehmen nicht klarkommen. Also wissen wir auch, dass wir eine Beratungseinrichtung brauchen, Gesetze anpassen müssen, damit tatsächlich der Verbraucherschutz an der Stelle gewährleistet ist, dass wir uns das als Aufgabe nehmen. Und auch da hat die Landesregierung eine sehr gute Arbeit geleistet. Ministerpräsidentin hat vorhin erklärt, dass das Ziel ist, wir wollen auf 62 Beratungsstellen ausbauen, damit überall im Land diejenigen, die mit diesen Angeboten nicht klarkommen, das muss man ja auch lernen, die Chance haben, an der Stelle auch damit umzugehen. So. Es gibt ein riesiges Spektrum an Themen. Wir könnten es sehr, sehr lange und sehr detailliert diskutieren. Es ist ein laufender Prozess. Die Digitalisierung ist nicht mit der Regierungserklärung erfunden worden, natürlich nicht. Ich habe die Veränderungsprozesse in unseren Ausbildungen beschrieben. Wir wissen, dass es seit langer Zeit durch alle Betriebe, durch alle Ausbildungsbereiche geht. Und es wird auch noch lange so weitergehen. Und es ist ein unglaublich faszinierender Prozess, weil genau damit auch die Chance besteht, für die Menschen bei uns, für die Menschen insgesamt etwas zu erreichen, was eine Steigerung an Lebensqualität für sie bedeutet. Das muss unser Ziel sein. Da sind wir in der Verpflichtung, Technologie sich entwickeln zu lassen, und gleichzeitig den notwendigen Schutzrahmen zu setzen, damit die Menschen dem nicht hilflos ausgeliefert sind. Da meine ich, machen wir eine vernünftige Arbeit. Und wenn der baden-württembergische Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen lobt, dann wollen wir das mal so stehen lassen, dass die Oppositionsführer pflichtgemäß kritischer sein müssen. Nehmen wir den üblichen Wettbewerb, den wir hier haben, gelassen hin. Das muss dann so sein. Aber wir machen die Arbeit und werden die weiteren Debatten dann zusammenführen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Pringen. Und nun spricht für die Piratenfraktion der Vorsitzende der Fraktion, Herr Dr. Paul. Vielen, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Frau Ministerpräsidentin, liebe Landesregierung. Megabits, megahertz, mega stark. Supergeil. Gestern Abend um exakt 21.29 Uhr erhielt ich eine E-Mail, das in wenigen Minuten ein reitender Bote der Landesregierung den Text der Regierungserklärung an der Pforte des Landtages abgeben wird. Auf Papier, auf totem Holz. Digitale Revolution. Geil. Das Internet wird verschwinden. Das sagte Eric Schmidt, ehemaliger Chef und aktueller Chairman von Google, kürzlich auf dem World Economic Forum in Davos. Allerdings rief Schmidt mit diesem Satz nicht das Ende des Internets aus, sondern deutete damit auf eine Zukunft, in der das Internet ganz selbstverständlich sein werde, in der die Grenze zwischen digitalem und analogem Raum verschwindet. Das nennen wir das Internet der Dinge. Sie, liebe Landesregierung, haben das Internet der Dinge nun entdeckt. Diese Erkenntnis steckt wohl hinter ihrem Vorstoß, die Digitalisierung zum künftigen Schwerpunkt der Regierungsarbeit zu machen. Doch so sehr wir Piraten das begrüßen, so sehr zeugt ihr Vorstoß doch von einer gewissen Unkenntnis, von Naivität und mitunter sogar von Fahrlässigkeit. Wir Piraten gehen nicht ins Internet. Wir sind Teil des Internet. Wir gestalten es mit. Doch von einem Doch von einem Gestaltungsanspruch ist in ihrer sogenannten digitalen Agenda leider nicht viel zu spüren. Wir würden Sie dabei ja gern unterstützen, aber Sie lassen sich ja nicht helfen. Eine lose Zusammenstellung von Politikfeldern mit einem Smart davor, einem 4.0 dahinter und eingepackt in diese Präfix-Anapher, die drei Mega-Perls, das ist noch keine Strategie. Sie denken, das Digitale bestenfalls als Geschäftsmodell und als Möglichkeit, den Standort voranzubringen. Und wo denken Sie über das Lebensmodell der Menschen in NRW nach? Sie haben noch nicht verinnerlicht, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Gesellschaft stehen. Das Digitale macht nicht einfach das Analoge hübsch. Das Digitale betrifft unser Leben in umfassendster Weise. Und die Aufgabe muss es sein, das Internet in die Politik und die Politik ins Internet zu bringen. Wenn wir Piraten von Netzpolitik sprechen, dann denken wir nicht nur an Breitbandausbau und Freifunk, sondern meinen damit die Blickwinkel, aus denen wir die Welt und die Gesellschaft betrachten. Diese Blickwinkel sucht man vergeblich in ihren digitalen Schwerpunkten. Zwei Beispiele. Die Bundeszentrale für politische Bildung rief jüngst zu einer neuen Ethik für das Internet der Dinge auf und will damit eine breite gesellschaftliche Debatte befördern. Die Antwort der Landesregierung ein Wettbewerb namens App in die Mitte. Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche, spricht von der Serienreife des autonom fahrenden Automobils und bittet die Politik um ethische und rechtliche Rahmenbedingungen. Antwort der Landesregierung, sie stellt LED-Leinwände an Autobahnen auf. Herr Minister Groschek, ich habe gestern mit Interesse vernommen, dass Sie die A40 zur Teststrecke für autonom fahrende Automobile freigeben wollen. Ich glaube allerdings, Sie haben da etwas nicht so richtig verstanden. Es geht ums autonome Fahren und nicht ums autonome Stehen. Mit der Einführung des Internetprotokolls Version 6 können 340 Sechstillionen Adressen vergeben werden. Beeindruckend, oder? Wissen Sie, was es bedeutet, wenn nun auch die Dinge miteinander kommunizieren? Und Frau Ministerpräsidentin, ganz ehrlich, ich erwarte keine mathematischen Hochrechnungen von Ihnen. Ich möchte nur wissen, ob Sie auf eine Welt vorbereitet sind, in der Autos mit Versicherungen kommunizieren oder Social-Media-Konzerne heimlich gemütsmanipulierende Experimente mit Ihnen durchführen, ohne Sie darüber zu informieren. Eine Regierungserklärung soll Antworten liefern. Aber welche Frage haben Sie sich eigentlich gestellt? Sie kleben Etiketten auf leere Tüten. Supergeil. Sie hinken der Zukunft hinterher, anstatt sie zu gestalten. Sie wollen NRW als Heimat in der digitalen Welt darstellen. Also ich folge lieber dem Spruch, den ich auf einem T-Shirt eines jungen Mannes gelesen habe. Home is where your Wi-Fi connects automatically. Ihr Versuch, die digitale Revolution durch ein analoges Heimatverständnis einzugrenzen, macht deutlich, wie wenig Ihnen die Tragweite und die Auswirkungen der Digitalisierung bewusst sind. Stattdessen lassen Sie uns doch lieber mit Günter Dück über das Internet, die Bildung und die Zukunft der Arbeit in einer vernetzten Welt nachdenken. Lassen Sie uns mit Jeremy Rifkin über seine Theorie der Null-Grenzkostengesellschaft diskutieren. Und lassen Sie uns mit Jaron Lanier über sein Konzept einer nachhaltigen Informationsökonomie debattieren. Das wären zumindest Ansätze. Eine der spürbarsten Auswirkungen der Digitalisierung ist die fortschreitende Automatisierung der Arbeit. Das klang ja heute schon an. Sie wird hunderttausendfach Jobs kosten und gleichzeitig neue generieren können. Dazu braucht es politische Antworten und zwar Tschakka. Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen hat schon einmal darunter gelitten, dass die Zeichen der Zeit zu spät erkannt wurden. Viel zu lange hat man in der Vergangenheit das tote Pferd der Kohleförderung geritten. Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, unter denen sich digitaler Wandel zum größtmöglichen gesamtgesellschaftlichen Nutzen vollzieht. Erstens die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur. Zweitens eine gesetzliche Sicherstellung der informationellen Selbstbestimmung. Drittens eine gleichberechtigte Sicherung der digitalen Teilhabe aller Menschen. Und viertens eine verbesserte Transparenz von politischen Prozessen. Das geht nur aus einer Hand unter einem Dach in einem eigenen Internetministerium. Was für Finnland gut ist, kann für Nordrhein-Westfalen nicht schlecht sein. Nur ein Internetministerium kann alle politischen Handlungsfelder thematisch so bündeln, dass die digitale Daseinsvorsorge sichergestellt werden kann. Zur Daseinsvorsorge für die Menschen und für das Land müssen allerdings auch ausreichende Investitionsmittel bereitgestellt werden. Derzeit werden die Themen mit einer Vielzahl von Landesministerien behandelt und im schlimmsten Fall eben auch gar nicht. Supergeil. Zentrale Forderung einer digitalen Daseinsvorsorge ist der flächendeckende Zugang zum Breitbandnetz. Nur so können alle Bürger Nordrhein-Westfalens an der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft teilhaben. Die Breco-Breitbandstudie 2014 hat herausgefunden, Breitbandzugang ist Standortfaktor Nummer eins vor Strompreisen, Verkehrsanbindung sowie Gewerbe- und Grundsteuer. Der Breitbandzugang spielt eine Schlüsselrolle bei dem Ausbau von Wohlstand und Teilhabe in Nordrhein-Westfalen. Eine digitale Spaltung in städtische und ländliche Regionen muss verhindert werden. Denn das kann sich ein Flächenland wie Nordrhein-Westfalen nicht leisten. Lassen Sie mich aufzeigen, wie fahrlässig die Landesregierung mit diesem wichtigen Thema umgeht. In unserem ersten Antrag zur Breitbandpolitik haben wir die Landesregierung gefragt, wie wollen Sie eigentlich das Ziel erreichen, Internet mit 50 Megabit pro Sekunde flächendeckend bis 2018 zu garantieren. Stellen Sie die notwendigen Mittel zur Verfügung oder sind das nur Sonntagsreden? Vor zwei Jahren haben wir Ihnen die Frage gestellt, weder konnten Sie sie bis heute beantworten, noch können Sie glaubhaft vermitteln, wie dies in Zukunft geschehen soll. Sie haben den Kopf jetzt zwei Jahre in den Sand gesteckt und hoffen darauf, dass Geld und Impulse vom Bund kommen. Von den drei Hütchenspielern von der Internet-Tankstelle Garbindt, Dobriel und de Maizière. Supergeil. Im oberbergischen Kreis kann nur jeder zweite Haushalt auf bis zu 16 Megabit pro Sekunde zurückgreifen, was aber nur bedeutet, dass er etwas mehr als 6 Megabit pro Sekunde erhält. Im Kreis Heinsberg sieht es nicht viel besser aus, aber ich bin mir sicher, die Kohle- und Kupferkabellandesregierung wird im ländlichen Raum kein Modem zurücklassen. Die Landesregierung verharrt offensichtlich in der Hoffnung, dass irgendwer schon Verantwortung übernehmen und den Netzzugang im ländlichen Gebiet sicherstellen wird. Ein wenig Glück haben Sie vor Kraft? Ja schon. Funkfrequenzen? Supergeil. Wir fordern die Landesregierung auf, sicherzustellen, dass die erwarteten Fördermittel aus der Funkfrequenzversteigerung nicht allein großen Telekommunikationsunternehmen, sondern auch kommunalen Unternehmen zugutekommen, die nachhaltige Glasfaseranschlüsse planen und ausbauen. Und jetzt ein Lob. Ich habe vorhin ein klares Bekenntnis zur Netzneutralität gehört. Super. Wir werden das im Blick behalten. Den Kernpunkt der Breitbandpolitik hat die Kohle- und Kupferkabelregierung allerdings noch gar nicht auf dem Schirm. Denn Branchenkenner erwarten, dass im Jahr 2020 durchschnittliche Brandbreiten von 200 Megabit pro Sekunde im Down und 120 Megabit pro Sekunde im Upstream nachgefragt werden. Die Landesregierung hat nur einen Zeithorizont bis 2018 und setzt dabei auf den heutigen Technologiestandard Kupfer. Dabei sind die auf Kupfer basierenden Technologien in einigen Jahren schon wieder völlig veraltet. Das derzeitige Kupfer-basierte Breitbandnetz ist Lichtjahre davon entfernt, diese Leistung zu erbringen. Deswegen fordern wir den Sprung in den Gigabit-Bereich. Glasfaser statt Kupfer. Giga statt Mega. Supergeil. Wir fordern die Landesregierung auf, einen Fahrplan Glasfaserausbau zu erarbeiten, der mit konkreten Schritten festlegt, wie die Mehrheit der Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser oder zumindest den Leerrohren bis ins Jahr 2020 und einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur bis 2025 aufgebaut wird. Und wir bitten Sie, seien Sie mutig, lassen Sie uns das erste Bundesland sein, das eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur anbietet. Denn wenn wir jetzt Planen und Synergien mit anderen Infrastrukturträgern nutzen, also Kanalsystemen, Straßen, Schienen oder Strommasten mit einbeziehen, ist der Glasfaserausbau realistisch zu stemmen. Das wäre wirklich smart, Frau Kraft. Ist die nordrhein-westfälische Wirtschaft gut aufgestellt für die digitale Zukunft? Wer mit einem Einzelhändler oder einem Presseverleger redet, der weiß, wie stark die Umbruchskraft der Digitalisierung bereits jetzt ist? Und das ist erst der Anfang. Experten prognostizieren, dass die Hälfte der Arbeitsplätze durch eine fortschreitende Digitalisierung gefährdet ist. Die Industrialisierung hat für eine Automatisierung der Muskelkraft gesorgt. Die Digitalisierung wird mit ihren Algorithmen weite Teile der Kopfarbeit automatisieren. Herr Laschet sagte es. Das Oxford-Papier von Osborne und Frey sagt, in den nächsten beiden Dekaden sind 47 Prozent aller Jobs vom Wegfall bedroht durch Digitalisierung und Robotisierung. Mit über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit müssen Immobilienmakler, Sachbearbeiter, Köche oder Packer um ihre Jobs fürchten. Was erzählen Sie diesen Menschen, Frau Kraft? Ist unsere Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik darauf vorbereitet? Und was ist mit unserer Sozialpolitik, die sich stark am Haben oder Nichthaben von Arbeit orientiert? Seit langer Zeit ist die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet viel zu hoch. Wir können nicht zulassen, dass sich die Zahl der abgehängten Personen weiter erhöht. Weniger als die Hälfte aller kleinen Unternehmer und Selbstständigen glaubt, im Hinblick auf die Digitalisierung ihres Geschäfts gut aufgestellt zu sein. Auch unsere traditionsreichen Mittelständler müssen aufpassen, nicht von einer sogenannten disruptiven Innovation überrascht zu werden, also einem neuen Produkt, das das Geschäftsmodell einer ganzen Branche von heute auf morgen auf den Kopf stellt. Denn generell gilt, eher wird Google die Autobranche revolutionieren, als dass ein deutscher Autokonzern zum führenden Suchmaschinenbetreiber aufsteigt. Die Landesregierung setzt auf das Schlagwort Industrie 4.0. Supergeil. Gemeint ist damit die umfassende Vernetzung und Digitalisierung der Produktion. Darüber wird in Deutschland viel geredet, aber wenig gemacht. Dabei ist das sogenannte Internet der Dinge alles andere als unkritisch zu sehen. Wenn nicht nur alle Produktions- und Arbeitsschritte, sondern auch alle Haushaltsgeräte Sensoren besitzen und sich untereinander austauschen, fallen große Mengen an sensiblen Daten an. Und seit Google, nicht erst seit Google, wissen wir, mit Daten lässt sich Geld verdienen. Es ist also von großer Wichtigkeit, dass wir klare Datenschutz- und Datensicherheitsstandards einführen. Denn dahinter verbergen sich gesellschaftliche Fragen. Haben wir noch die Souveränität über unsere Daten? Und wer darf unsere Daten nutzen? Die Souveränität über die Verwertung der persönlichen Daten darf dem Bürger nicht entzogen werden. Und eine entscheidende 4.0-Frage ist die Frage nach der Energieversorgung. Wir Piraten setzen auf dezentrale Energieversorgung, das Wuppertal-Institut übrigens auch. Dafür brauchen wir intelligente Netze. Netze, in denen Erzeugungsanlagen, Verbraucher und Speicher miteinander kommunizieren können. Es ist heute die Aufgabe der Politik, nicht auch noch den gläsernen Stromkunden Wirklichkeit werden zu lassen. All das sind Herausforderungen, die von der Landespolitik angegangen werden müssen. Die digitale Revolution ist keine Kreisgebietsreform. Die Landesregierung führt an, sie will 640 Millionen Euro Fördermittel für innovative Projekte ausgeben. Eine imposante Zahl. Aber gestreckt bis 2020 wird es doch recht überschaubar. Berücksichtigt man, dass die Landesregierung einfach nur europäische Fördermittel durchleitet, wird, dann muss man zu dem Schluss kommen, ihre Innovationskraft ist die einer mittleren Verwaltungsbehörde. Das ist keine wirkliche Eigenleistung. Immerhin sprechen sie die Bedeutung von Datensicherheit an. Digitale Kommunikation, digitale Daten sind ein großer Wirtschaftsfaktor. Das Vertrauen in die Sicherheit, in die Integrität und den Datenschutz ist daher zu einem gesellschaftlichen Wert geworden. Das erkennt auch die Landesregierung an und möchte Cybersicherheit fördern. Was sich gut anhört, ist aber paradox. Die milliardenschweren Ausspähprogramme der Amerikaner und Engländer, die das Ziel haben, jede Kommunikation mitzulesen und jedes Netzwerk zu knacken, sind die größte Bedrohung für das Vertrauen in digitale Kommunikation. Der BND kooperiert in noch ungeklärtem Ausmaß mit den genannten Diensten. Und wer sabotiert die Aufklärung dieser Geheimdienstaffäre? Die aktuelle Große Koalition auf Bundesebene. Da ist es, ich bitte um Verständnis, nicht wirklich glaubwürdig, wenn Frau Kraft nun ausgerechnet auf Cybersicherheit setzt. Das beste Rezept gegen den Vertrauensverlust ist der Einsatz von sogenannter quelloffener Software. Open-Source-Projekte sollten sie also fördern und den Menschen, Unternehmen und Behörden zur Verfügung stellen und keine universitären Auftragsarbeiten für die Industrie vorantreiben. Die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind verunsichert über das Ausmaß der Wirtschaftsspionage und fragen nach möglichen Schutzmaßnahmen. Das war im Übrigen vor einem Jahr noch nicht auf ihrer Agenda. Wir hatten einen Antrag geschrieben und eine Anhörung zu dem Thema gefordert. Das Wichtigste ist, dass wir die Bürger in die Lage versetzen, an einer modernen Informations- und Wissensgesellschaft teilnehmen zu können. Die erfolgreiche Bewältigung der digitalen Revolution wird dezentral von den Bürgern ausgehen, die in der Lage sind, die Chancen einer globalen digital vernetzten Welt auch zu nutzen. Aber, liebe Frau Kraft, wenn Sie von NRW 4.0 sprechen, dann meinen Sie digitale Stauschilder. Wir Piraten sprechen aber von der Digitalisierung all unserer Lebensräume, von den eigenen vier Wänden bis hin zur öffentlichen Infrastruktur wie dem öffentlichen Nahverkehr oder der Wasserversorgung. Smarte Wirtschaft, smarte Arbeit, smarte Verwaltung, das sind die Begriffe, die Sie prägen wollen. Supergeil. Dass für diese Schlagworte viele, viele Daten von nordrhein-westfälischen Konsumenten, Arbeitnehmern und Bürgern gesammelt und noch verarbeitet werden müssen, das haben Sie noch nicht wahrgenommen. Und wir Piraten sagen Ihnen, der Schutz der Privatheit ist ein, wenn nicht das zentrale Thema der digitalen Revolution. Sie sprechen beispielsweise von der smarten Dienstleistung und von der Innenstadt als einem begehbaren Online-Shop. Gehen Sie doch heute mal auf die Website eines Online-Shops wie Amazon. Sie werden schnell feststellen, wie viele Tracker-Programme dabei ihr Surfverhalten analysieren. Das sind oftmals zehn, zwanzig verschiedene Firmen, die verfolgen, welche Produkte sie sich anschauen, welchen Geschmack sie haben, was sie kaufen. Die Firmen wollen am liebsten eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden haben. Und in ihrem begehbaren Online-Shop in der Innenstadt werden sie diese 360-Grad-Sicht auch erreichen. Anstelle von unsichtbaren Programmen sind es dann unsichtbare WLAN-Tracker der Smartphones, Airfit-Chips in der Ware oder die softwaregestützte Videoüberwachung. Diese Überwachungssysteme folgen ihnen dann wie Spione durch die Innenstadt. In ihrer Wahrnehmung, Frau Ministerpräsidentin, scheint die Stadt ein Urban Entertainment Center zu sein, an einer Aneinanderreihung endloser Geschäfts- und Einkaufsstraßen. Wo bleibt zukünftig Raum für Begegnungsstätten und öffentliche Plätze für einen zwanglosen, unbeobachteten und freien Umgang miteinander? Oder Frau Löhrmann, stellen Sie sich mal vor, Sie gehen nach einem harten Arbeitstag durch Ihren Lieblingssupermarkt in Solingen. Und stellen Sie sich weiterhin vor, der Supermarktbetreiber und 20 andere Firmen würden dabei erfassen, wie sie zielstrebig nach der Bio-Schokolade greifen. Ihr Supermarkt schlussfolgert aufgrund Ihres Bewegungsprofils und der Videoaufnahmen, dass Sie an diesem Tag wieder mal von Ihrem Koalitionspartner oder gar von Piraten geärgert wurden, dass Sie deshalb unbedingt Schokolade brauchen und dass der Supermarkt Ihnen diese heute ruhig für 10 Cent mehr verkaufen kann. Solche Systeme, Frau Löhrmann, gibt es dann nicht nur im Supermarkt, sondern in der ganzen Innenstadt. Überall werden sie durchsichtig gemacht. Wir wollen aber keine gläserne Gesellschaft. Stichwort Datenvermeidung. Welche Lösung verarbeitet am wenigsten persönliche Daten? Stichwort Dezentralität. Gibt es dezentrale Alternativen zu zentral gespeicherten Datenbergen? Stichwort Privacy by Default. Welche Konfiguration ist die schonendste für die Rechte unserer Bürger? Frau Ministerpräsidentin, Sie sprachen von Datensicherheit in Ihrer Rede. Sie wollen die Spitzenforschung in diesem Feld in NRW fördern. Super geil. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das sage. Wir haben bereits Spitzenuniversitäten in dem Feld. Das Problem ist, wir nutzen nur deren Forschungsergebnisse nicht, weil das Land für Datensicherheit zu geizig ist. In unserer Anhörung 2014 sprach ein IT-Sicherheitsexperte davon, dass er innerhalb von drei Stunden auf jedes Behördennetz zugreifen konnte, in das er eindringen wollte. Er konnte dann leicht auf Meldedaten und sogar auf Daten von Menschen in Zeugenschutzprogrammen zurückgreifen. Wir, Frau Kraft und Frau Löhmann, wir nehmen unsere Grundrechte Zeitalter sehr, sehr ernst. Da sind wir konservativ. Wir können unseren Grundrechten in der digitalen Welt nur gerecht werden, indem wir sagen, wir stellen den Schutz der Privatheit an den Anfang einer jeden Überlegung. Privatheitsschutz von Anfang an heißt, wir füllen Privacy by Design und Privacy by Default mit Leben. Es kann sein, dass Ihnen die Begriffe nicht sagen, aber bitte hören Sie genau zu. Wir brauchen dafür Privacy Impact Assessments Abschätzungen. Auf der bisherigen Grundlage können wir doch nicht ernsthaft ein NRW 4.0 aufbauen. Das ist absurd. Und unsere Datensicherheit ist desaströs. Wir haben einen Antrag zur Überprüfung und Sicherung unserer Systeme eingebracht. Bei der Anhörung hielten alle anderen Fraktionen SPD, Grüne, FDP und CDU es nicht einmal für notwendig, einen eigenen Sicherheitsexperten einzuladen. Wir unserer Sicherheit auf unterstem Niveau. Und hier können wir uns nicht mit der Konnexität herausreden oder der Unabhängigkeit der Kommunen. Da gibt es Bürgermeister, die sämtliche Daten in einem Server ungeschützt unter ihrem Schreibtisch stehen haben. Also so, als würden die Behörden ihre gesamten Aktenbestände offen auf den Fluren stehen lassen. Das geht in einer vernetzten Welt, in der alles und alle verbunden sind, einfach nicht mehr. Deshalb, liebe Frau Ministerpräsidentin, reicht es nicht, nur von der Förderung der Datensicherheit in der Forschung zu sprechen. Sie müssen auch das tun, was die Experten ihnen sagen. Weiterhin brauchen wir Bildungsangebote auf allen Ebenen. In staatlichen Einrichtungen müssen eigene IT-Sicherheitsbeauftragte die Nutzer für einen sicheren Umgang mit ihren Programmen schulen und sensibilisieren. Und wir müssen Weiterbildungsmaßnahmen für die Anwendung von Datenschutzregeln in Behörden fördern, den Selbstdatenschutz vorantreiben und die Menschen zu Hause in Behörden, im Krankenhaus oder anderswo befähigen, ihre Hardware und Software sicher und angemessen zu verwenden. Auch die Digitalisierung des Gesundheitswesens soll 2015 im Zeichen der Landespolitik 4.0 stehen. Aber die Landesregierung hat auch hier den Fortschritt verschlafen. Im Gesundheitsbereich stehen angeblich 50 Millionen Euro zur Verfügung. Unterm Strich bleiben etwas mehr als 5 Millionen für den Aufbau der Telematik Infrastruktur. Das reicht nicht. Jedoch ist das nicht die entscheidende Frage der Menschen. Die entscheidende Frage ist, ob der technische Fortschritt und die Anwendung im Gesundheitswesen auch die Bürgerrechte achtet. Und Herr Laschet, erlauben Sie mir die Bemerkung, im Gesundheitswesen ist die Digitalisierung im wahrsten Sinne des Wortes mit Sicherheit kein Wohlfühlthema. Der Ausbau der Telematik Infrastruktur kann nur in Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten, IT-Spezialisten, Medizinern, Datenschützern und Ethikern gelingen. Dazu benötigen wir allerdings eine Struktur, die diesen Themenkomplex permanent bearbeitet. Nur die Bündelung der Ressourcen in einem Ministerium kann hier eine Lösung sein. In Zukunft stehen exorbitant hohe Mengen an Daten zur Verfügung. Ich spreche von standardisierten Erlassbriefen, zum Beispiel nach einer Krankenhausbehandlung oder von elektronischen Medikationsplänen oder von ausführlichen online verfügbaren versicherten Stammdaten. Wissen Sie, Sie machen sich Sorgen um Hacker und bauen hier ein Paradies für jeden, der Daten abfischen möchte. Es wird eine große Herausforderung sein, die Chancen der modernen IT-Technologien in der täglichen Versorgung sicher zu nutzen. Und die 5 Millionen der Landesregierung sind an dieser Stelle eher Mini statt Mega. Frau Kraft, als kleinste Oppositionspartei haben wir Ihnen nur die dringendsten Themenfelder aufgezeigt, auf denen die Landespolitik brach liegt. Wären heute etwas softer gewesen, hätten Sie nicht in den letzten zweieinhalb Jahren all unsere Anträge in den diversen Ausschüssen hier im Parlament einfach vom Tisch gefegt. Ein paar kleine Stellen mehr für den Datenschutzbeauftragten. Nein, wir brauchen Ideen für das Land und die Menschen, die hier leben, damit wir nicht eine weitere Revolution Gesellschaft verschlafen. Frau Ministerpräsidentin, wir brauchen eine digitale Daseinsvorsorge für die Menschen in unserem Land. Sehr, sehr geiler Dorsch übrigens. Sehr geil. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Paul. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dün. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ministerpräsidentin hat heute in ihrer Regierungserklärung eines klar gemacht. Wir betreten kein Neuland, sondern wir arbeiten sehr detailliert an den tatsächlich entscheidenden Punkten, quer über die jeweiligen Zuständigkeiten in den einzelnen Ressorts daran, dass wir dieses Ziel NRW 4.0 zu realisieren auch wirklich erreichen können. ganz herzlichen Dank, dass das so deutlich gemacht worden ist. Was macht die Opposition? Sie müssen sich auch einig werden, jetzt nicht die drei Fraktionen, aber auch in den einzelnen Wortbeiträgen, weil das manchmal nicht mehr ganz klar geworden ist. Wir wollen ganz viel Transparenz, aber nicht den gläsernen Bürger. Herr Laschet sagt, das sei alles viel zu viel klein klein und stellt dann Anträge zu Laternenmasten. Also bleiben Sie mal bei sich bitte, wenn Sie irgendwie noch kongruent argumentieren wollen. Und immerhin hat der Kollege Laschet hat ja auf Twitter hingewiesen, wir haben natürlich dann auch Twitter weiter verfolgt, was so gesagt worden ist, kommen darauf nachher nochmal zurück, aber der User Jan Mi, wer immer sich real dahinter verbirgt, Jan Mi schreibt, eins haben wir aus der Rede von Armin Laschet gelernt, Laschet ließ Taz, trägt Krawatte in Piraten Orange und sammelt Payback-Punkte, immerhin, das haben wir heute von Ihnen zu diesem Thema Neues gelernt, er hat Jan Mi durchaus recht, genauso, das ist egal, genauso wie wir gelernt haben, dass auch Dr. Paul seine Rede hier im Landtag von Totholz abliest und auch nicht ganz so modern ist, wie man vielleicht an mancher Stelle meinen sollte. Meine Damen Digitalisierung ist, es geht wie mehrfach schon gesagt worden ist um digitale Revolution es geht um diese digitale Revolution im Rahmen der Globalisierung und wir stehen vor einer riesigen Herausforderung weil es lauert eine Gefahr auf uns und Herr Römer hat darauf auch schon ausführlich hingewiesen wenn wir die Weichen nicht richtig stellen kann es eine Entwicklung geben in der künftig wir nicht mehr wie bislang Ausrüster der Welt sind sondern dass Maschinen in China gebaut werden und Software in den USA entwickelt wird und unsere Rolle dabei nicht mehr auffindbar ist. Das ist die Herausforderung vor der wir stehen und sehr geehrter Herr Laschet Sie versuchen ja in der Außendarstellung immer auch den Eindruck zu erwecken Sie würden sich insbesondere um Themen der Wirtschaft kümmern Sie haben hier heute gesagt wir brauchen den Mittelstand für dieses Thema nicht zu sensibilisieren entschuldigen Sie die Härte auch im Aussehen Sie haben das wörtliche gesagt wir brauchen den Mittelstand für dieses Thema nicht zu sensibilisieren Mehr Ahnungslosigkeit habe ich bei diesem Thema selten vernommen Das ist ja komplett an der Realität vorbei Das ist komplett an der Realität vorbei Die DZ-Studie ist schon erwähnt worden 70 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen mit weniger als 5 Millionen Umsatz sagen das Thema Digitalisierung habe für sie keine Relevanz Die Hälfte dieser Unternehmen sagt maximal 5 Prozent unseres Umsatzes wollen wir in dieses Thema investieren an Zukunftsinvestitionen tätigen Deswegen kommt nicht nur die Landesregierung sondern zum Beispiel zum Beispiel die IHK Köln viele andere folgen diesem Beispiel jetzt kommt die IHK Köln genau aus diesem Grund zu der Erkenntnis dass man die Bemühungen auch der Aufklärung und eben der Sensibilisierung unserer Hidden Champions unserer starken Familienbetriebe unseres Mittelstandes in unserem Land intensivieren muss und dann sagen Sie das sei alles schon erledigt die wissen alle schon Bescheid das Gegenteil ist der Fall und deswegen müssen wir unsere Anstrengung entsprechend erhöhen weil manche glauben nämlich wie Sie dass wenn man bei Facebook und bei Twitter ist dass man dann die Herausforderung der Digitalisierung schon abgearbeitet hätte das ist doch viel zu kurzsichtig und zeigt dass man davon nicht wirklich etwas verstanden hat wir haben super Beispiele und die würde ich mir auch an Ihrer Stelle alle angucken das Waggonwerk von Siemens in Krefeld ist so ein Beispiel das ist kein leichter Markt wir werden ja selbst in einigen Wochen mit solchen Fragestellungen hier im Land auch nochmal zu tun haben das ist kein leichter Markt wo man sich international behaupten muss wenn man zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitszüge die in der Türkei auf die Schienen gesetzt werden baut auch in Deutschland gebaut und auf die Schiene gesetzt werden aber eben internationalen Markt hat da muss man seine Wettbewerbsfähigkeit schon sehr genau unter Beweis stellen und wenn Sie durch diesen Betrieb gehen wo eine vierstellige Zahl von Kolleginnen und Kollegen nach wie vor arbeitet also es wirklich sich um auch gute Arbeit im klassischen Sinne handelt dann werden Sie feststellen dass das eine Fabrik ist in der es quasi kein Papier mehr gibt wo auch der Vorarbeiter seine Dinge digital erledigt wo der Handwerker der am Ende das Gepäcknetz in so einem Wagen anschraubt die Vorbereitungen für seine entsprechende Handlung auf dem digitalen Wege erledigt und das Ganze in Kombination mit den Elementen die gute Arbeit ausmachen von denen Norbert Römer hier vorhin gesprochen hat das muss unser Anspruch sein hohe Wettbewerbsfähigkeit rein in die Digitalisierung aber eben nicht nutzen nur um Steigerung von Effizienzen zu machen das auch sondern um auch dafür zu sorgen dass hier diese industriellen Arbeitsplätze erhalten bleiben das ist die Herausforderung an der wir arbeiten und dafür gibt es viele gute Beispiele in unserem Land oder nehmen Sie ins OWL das ist von der Ministerpräsidentin schon erwähnt worden nehmen Sie den Landmaschinenhersteller Klaas ein absolutes Hightech-Unternehmen wenn man eine Umfrage machen würde glaube ich auf der Straße ja die bauen Trecker das hält man dann noch nicht für sozusagen die Spitze der Bewegung das Gegenteil ist aber ja der Fall wie Sie wissen das was auch dort an beiden Enden der Entwicklung passiert an beiden Enden der Entwicklung nämlich in der Produktion und bei den Produkten das ist doch das Entscheidende dass Digitalisierung nicht nur eine Frage ist wie verändert sich Produktion sondern dass das genauso eine Frage ist wie werden neue Produkte dadurch entwickelt wie entstehen dadurch neue Geschäftsmodelle das darf und muss nicht irgendwo in der Welt passieren sondern das kann hier in Nordrhein-Westfalen passieren und dafür haben wir die entsprechenden Unternehmen und die entsprechenden qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder nehmen Sie nehmen Sie den Gründerpreisträger den wir im Herbst letzten Jahres ausgezeichnet haben eine Firma Betrico aus Kalletal junge motivierte Leute die sich genau auch in diesem Feld der Landwirtschaft Gedanken gemacht haben wie kann man das was an Tätigkeiten da ist digitalisieren und wie kann man damit Ressourcen schonen wie kann man dort effizienter werden hervorragende junge Leute die wir in unserem Land haben oder nehmen Sie weil Sie über die Wissenschaft gesprochen haben nochmal das Fraunhofer Institut in Dortmund beim Thema Logistik 4.0 als ganz wichtiger Scharnier zu dem was wir an industrieller Produktion und was wir an neuen Dienstleistungen haben Weltmarktführer wohin man sieht sehr geehrter Herr Laschet wenn es dann darum geht den Mittelstand zu sensibilisieren auf die Chancen aufmerksam zu machen und in das Gespräch mit denen hineingeht dann merken Sie sofort dass diese Skepsis die gegenüber diesem Thema da ist die Zurückhaltung die gegenüber diesem Thema da ist im Kern eine Ursache hat das ist dann nicht die Geschwindigkeit des Netzes das sind nicht andere Dinge sondern im Kern geht es um eine Frage ist das sicher haben wir die Elemente die wir brauchen um auch den Schutz geistigen Eigentums sicherzustellen es hat ein Mittelständler aus dem Sauerland keine Lust seine Daten das was er sich ausgedacht hat mit seinen Ingenieurinnen und Ingenieuren in eine Cloud zu geben von der er nicht weiß wo der eigentliche Server in dieser Welt steht wer darauf Zugriff hat wer ihm dann dieses geistige Eigentum irgendwann stiehlt und man sich wundert warum das baugleiche Produkt irgendwo anders in der Welt zu einem anderen Preis hergestellt wird und deswegen ist das die Riesenchance die Nordrhein-Westfalen hat auf der einen Seite die digitale Wirtschaft mit auch den Startups zu den Bedingungen komme ich gleich noch mal auf der anderen Seite das was gewachsenen gewachsenen industrielle Struktur haben dieses zu verheiraten und dann noch zu ergänzen um das Thema Cyber Security um das Thema Internetsicherheit auch dafür haben wir beispielsweise in Bochum die entsprechenden Unternehmen die entsprechenden Forschungseinrichtungen und das kann unser Alleinstellungsmerkmal machen wenn wir das jetzt nicht zerfleddern sondern ganz klar zu unserem Schwerpunkt machen Industrie 4.0 inklusive Sicherheit das ist dann auch für den Mittelstand attraktiv es gibt und das ist der zweite Punkt den ich machen will es gibt neue Entwicklungen bei den Unternehmen die unter der Überschrift Shared Economy Laufen da ist Uber sozusagen nur das Prominenteste es gibt viele andere Beispiele mittlerweile zum Beispiel in der Vermietung von Wohnungen in der Überlassung von Wohnungen für Kurzzeit Übernachtung früher ging man ins Hotel heute gibt es dafür andere Plattformen die dazu genutzt werden all das gehört mit in diesen Bereich der Shared Economy das kann große Chancen bieten aber Norbert Römer hat völlig zu Recht auch etwas anderes hingewiesen weil Dinge zu teilen hat ja so einen romantischen Anstrich und deswegen klingt das erstmal alles so schön mal mitfahren zu dürfen bei einem anderen und nicht das Taxi rufen zu müssen klingt schön hat einen romantischen Touch aber womit wir es da im Kern am Ende zu tun haben und darauf weisen glücklicherweise zwischen Wir haben es dort mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun die mir große Sorge macht das hat nämlich nichts mehr mit sozialer Marktwirtschaft zu tun das ist dunkelster Kapitalismus in Rheinkultur das hat nichts mehr damit zu tun dass Menschen eine geordnete Perspektive kommen können sondern das ist nur noch Selbstausbeutung zugunsten von ganz wenigen die dann glauben sie könnten mit der zur Verfügung Stellung dieser Plattform die Probleme der Menschheit lösen das geht so nicht und deswegen müssen wir uns auch um solche Fragestellungen kümmern man muss da nichts kaputt regulieren das ist nicht unser Ansatz aber man muss eine gesellschaftliche Debatte darüber führen wohin eine solche Entwicklung möglicherweise führt dritter Punkt und das ist angesprochen worden die Kreativwirtschaft und das was in dem Bereich angefangen wird in der Rede von Herr Laschet kam das Wort Content ein zweimal vor wir haben auf der Bundesebene schon eine Content Allianz um das ein bisschen plastischer zu machen es geht darum dass die Designer die Buchautoren die Musiker aber auch diejenigen die als Verlage oder als Sender an diesen Themen mitarbeiten natürlich bei der Digitalisierung enorm herausgefordert sind weil wir alle wissen man kann bestimmte Dinge legal sich einen Song wenn man sich den runterlädt das kann man legal machen gibt aber andere Wege die die legal sind führen dazu dass diese Kreativen auch ein Einkommen haben die die illegal sind führen eben zu dem Gegenteil deswegen geht es in den Fragen die diese Content Allianz aufwirft zum Beispiel um eine Frage wie können wir eigentlich unser Urheberrecht so anpassen dass das auch wieder für die hier ansässige Kreativwirtschaft eine entsprechende Perspektive bringt ich bin davon überzeugt dass diese Kreativen in unserem Land so etwas sind wie die Hefe im Teig unserer Wirtschaft und deswegen sollten wir da gemeinsam Herr Lindner sollten wir in der Tat darüber sprechen welche Möglichkeiten es gibt um auch diejenigen zu unterstützen die Kapital zur Verfügung stellen das haben wir mit unserer Startup Initiative mit auf den Weg gebracht das bringen wir mit dem Venture Center bei der NRW Bank auf den Weg in Berlin gelten übrigens keine anderen steuerlichen Grundsätze als hier wenn sie da über Wurwereit und Müller und sowas philosophieren das ist alles Sand in die Augen der Leute darum geht es überhaupt nicht sondern es geht darum mal ganz klar festzustellen dass ihr sogenanntes Hochschulfreiheitsgesetz zu null Verbesserung der Selbstständigen Quote oder der Gründungsinitiativen in diesem Land geführt hat null sondern das war das Ergebnis was wir hier dann vorgefunden haben und mit diesen konkreten Maßnahmen die sie hier versuchen kleinzureden helfen wir ganz konkret an den Universitäten junge Menschen dafür zu mobilisieren und zu begeistern auch den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen der vierte Punkt ist der über den es natürlich am intensivsten in Diskussionen häufig gibt das Thema Breitband und das Thema Breitband Ausbau es ist nun mehrfach dargelegt worden dass wir unter den Flächenländern auf Platz eins sind was ich nicht verstehe ist egal wer diese Diskussion führt stellen Sie sich das mal im Fußball vor oder in irgendein anderen Sport warum soll sich eigentlich der Tabellenführer eigentlich an anderen orientieren die hinter ihm stehen was ist das eigentlich für eine Logik jetzt da gar keinen Grund für sondern wir gucken was ist in unserem Land wir gucken nicht nach Bayern wir gucken nicht nach Hessen wir gucken da überhaupt gar nicht im Detail hin sondern wir gucken und das habe ich durch die Studie die wir Ende März Anfang April zur Verfügung haben so angelegt wir gucken in Detail in unser Land wo sind die weißen Flecken die bisher eben nur zwei Mbit haben das ist ja inzwischen der weiße Fleck wenn man nur zwei Mbit hat wo sind da Lösungsmöglichkeiten und dieses detaillierte hinsehen wird uns dazu führen dass wir und darauf hat die Ministerpräsidentin dankenswerterweise sehr genau hingewiesen dass wir nach intelligenten Lösungen suchen und dann will ich Ihnen eine Information geben die glaube ich für die gesamte Debatte über Fördergelder egal ob sie jetzt aus dem EFRE kommen aus dem ELA kommen ob sie aus der Gemeinschaftsaufgabe für regionale Wirtschaftsförderung kommen egal aus welchem Topf sie diese öffentliche Forderung organisieren kein einziger Antrag irgendeiner Kommune musste bisher abgelehnt werden all das was in Kürten in Wermelskirchen in Höfelhof oder wo auch immer in diesem Land auf den Weg gebracht wurde durch intelligente Lösungen von den Kommunalpolitiken konnte durch entsprechende finanzielle Mittel des Landes auch mit finanziert werden kein einziger Antrag ist abgelehnt worden also bauen Sie sondern es geht darum über die Finanzierung aus Steuergeld hinaus gute Lösungen zu finden und die Ministerpräsidentin hat an Wetteringen dieses Beispiel ja deutlich gemacht man könnte andere hinzufügen Haminkeln wo Bürgerinnen und Bürger sich zusammengeschlossen haben um das Problem zu lösen das Problem ist dass nicht jeder Bürgermeister das was ein anderer vielleicht schon mal gemacht hat kennt und auch dazu dient der runde Tisch dazu dient das Papier was wir wie gerade erwähnt in ein paar Wochen vorlegen um diese best praktizierten Beispiele auch zugänglich zu machen um diese intelligenten Lösungen dann wirklich Realität werden zu lassen meine Damen und Herren Herr Lindner hat ebenfalls eine ganze Reihe von Punkten angesprochen wir kannten die meisten schon weil wie sich das für Staatsbürger gehört man natürlich so ein Drei-Königstreffen auch verfolgt und welche Rede sie da halten man kennt auch ihre Reden hier in analogen Zeit hätte man gesagt ihre Platte hat einen Sprung weil sich das alles wiederholt Pepita dann Stiefelknechte die Garage in Kastrop und so weiter lassen sich mal was Neues einfallen wir kennen diese Punkte alle rauf und runter ist alt ist alt aber sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen nämlich den wie ist das eigentlich mit der Bürokratie gerade für Gründerinnen und Gründer wie ist das mit der Belastung der Unternehmen und vielleicht haben Sie es nicht ganz so aufmerksam verfolgt jedenfalls habe ich noch gar keine Kritik gehört wir haben in der letzten Woche nach einer intensiven Diskussion mit dem Vorsitzenden des Normenkontrollrates Dr. Ludwig etwas auf den Weg gebracht wo wir wieder an der Spitze der Bewegung sind in ganz Deutschland gilt das was auf der Bundesebene gemacht wird hinsichtlich der Auswertung von Bürokratiekosten Standard Kostenmodell Sie kennen diese Diskussion alle gut genug was es eben bisher nicht gab ist dass das was tatsächlich an Aufwand in den Unternehmen anfällt den sogenannten Erfüllungsaufwand auf der Länderebene wo dann eben oft auch die entsprechenden Behörden sitzen die auch Bundesrecht umsetzen plus natürlich dem was auf Landesebene gemacht wird dass das berechnet wird und es gibt und das ist das was Dr. Ludwig ausdrücklich eben unterstrichen hat es gibt bisher nur ein einziges Bundesland was sich an dieses Thema heranwagt um wirklich mal den Erfüllungsaufwand für die Unternehmen zu messen und danach dann auch die politischen Entscheidungen klüger treffen zu können und dieses Land ist Nordrhein-Westfalen das ernst macht mit dem Thema Erfassung von Bürokratiekosten und Abbau von Bürokratie und und das wird ja schrittweise erweitert wie Sie wissen das gilt beim Normenkontrollrat wie bei der diese Schrittfolge eingehalten manches können wir aber nicht alleine vieles von dem was Sie an Beschwernissen zu Recht beschrieben haben liegt nicht allein in unserer Hand deswegen sind wir voll und ganz an der Seite des Bundeswirtschaftsministers Gabriel der vor wenigen Wochen einen ganzen Katalog von Maßnahmen vorgelegt hat und unter anderem vorgeschlagen hat dass Gründerinnen und Gründer für ein paar Jahre zwei oder drei gänzlich von bestimmten Pflichten befreit werden genau das wollen wir auch real werden lassen das ist in der großen Koalition so auf den Weg gebracht in Berlin und das hat unsere ausdrückliche Unterstützung da müssen wir nicht als Land irgendetwas fickeln sondern wir unterstützen die Bundesregierung bei diesem Vorhaben um Gründerinnen und Gründer von Bürokratie zu entlasten meine Damen und Herr Laschet apropos schutzgerüstigen Eigentums weil Sie hier so schön gesagt haben Sie seien nicht der Buchhalter Sie seien nicht der Buchhalter haben Sie vorhin gesagt die Regierungschefin sollte nicht die Buchhalterin sein das Zitat kenne ich ist von Gerhard Schröder Anfang der 90er Landesparteitag der SPD Niedersachsen der hat das damals erfunden er hat gesagt ich bin hier nicht der Buchhalter der Partei ich muss mich um große Fragen kümmern das hat er gemacht in einem Wutausbruch weil ihn so ein Juso in der Rechenschaftsdebatte auf dem Landesparteitag doofe Fragen gestellt hatte und da ist das da ist das entstanden nur damit Sie das auch klar vor Augen haben ja klar ich habe den Eindruck Herr Laschet und das hat sich heute wieder nochmal bestätigt wir sind es gewesen vor einiger Zeit schon nicht erst in der wirtschaftlichen Krise 2008 2009 aber dann natürlich nochmal sehr viel intensiver die gesagt haben es muss wieder zu einem Kernbestandteil von moderner Wirtschaftspolitik gehören dass man Industriepolitik macht wir sind das gewesen die das auf die Tagesordnung gesetzt haben mit zeitlicher Verzögerung kam Herr Laschet und sagte ganz wichtiges Thema ich auch ich auch ich auch dann dann haben wir gesagt so wie Schwarz-Gelb in Berlin die Energiewende macht so kann das nicht weitergehen das Thema Energiewende muss ein zentrales in der Politik sein da ist Frau Ministerpräsidentin nach Berlin gegangen und hat gesagt hier in der neuen großen Koalition wird hier mal nichts verhandelt ohne mich ohne NRW hat Herr Laschet gesagt ich auch ich auch ich auch mache ich auch super Thema so und genau so passiert das jetzt auch wir haben den Stein bei dem Thema Digitalisierung hier ins Rollen gebracht wir arbeiten nicht erst seit dieser Regierungserklärung sondern kontinuierlich an diesen Themen viele der Instrumente sind dargestellt worden und jetzt sagt Herr Laschet ja ich auch ich auch ich ist ein ganz wichtiges Thema Sie kennen das mit dem Hase und Igel Sie kennen das mit dem Hase und Igel und Sie erleben es überall da wo Sie hinkommen sind wir schon gewesen da wo Sie hinkommen wird man Ihnen immer wieder sagen bei Ihnen hat man ja auch manchmal den Eindruck Sie sind nicht in der Cloud Sie sind in Wolken Guckungsscheiben das ist aber nicht das Gleiche sehr geehrter Herr Laschet das ist nicht das Gleiche die Ministerpräsidentin die Ministerpräsidentin hat heute auch über diese manchmal sehr technischen Fragen hinaus auch in Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung in Fragen der gesellschaftlichen Teilhabe der Demokratie unseres Landes klare Bekenntnisse abgegeben wenn hier solche Sachen gesagt werden wie zum Thema Störerhaftung zum Thema Netzneutralität kenne ich keine andere Landesregierung die das in einer solchen Klarheit zum Ausdruck gebracht hat wie die Ministerpräsidentin hier heute Morgen und deswegen und deswegen ist das was hier seitens der Opposition vorgetragen wurde das sei zu detailliert gewesen kann ich nur sagen nur wer sich in den Details wirklich auskennt kann auch die großen Linien in diesem Land mitbestimmen und das hat die Ministerpräsidentin unter Beweis gestellt herzlichen Dank Vielen Dank Herr Minister Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Wüst das Wort Herr Präsident verehrte Kolleginnen und Kollegen liebe Zuschauer ich hatte nach der Rede von den Römern schon befürchtet wir würden alle irgendwo in einem etwas verspäteten Mittagsschlaf versuppen aber die lebhafte Rede des Ministers lässt Anlass zur Hoffnung dass wir doch noch in einen spannenden Diskurs eintreten auch in den letzten Phasen dieser Debatte für einen Minister der mittlerweile bekannt dafür ist dass er wenig zu regeln wenig zu sagen und sich hat und gegen die Grünen Minister kaum durchsetzen kann haben Sie gerade ganz schön die Backen aufgeblasen Herr Dün das war ganz schön mutig das war ganz schön mutig und ich fände toll wenn Sie mit all den Behauptungen wie schön alles wäre in Nordrhein-Westfalen auch noch recht hätten dass Sie jetzt mit dem Standardkostenmodell kommen das hat übrigens mal eine Staatssekretärin im Bundeskanzleramt eine gewisse Frau Müller eingeführt die seit langem schon nicht mehr da ist auch schon ein bisschen was her kommen Sie jetzt mit um die Kurve nachdem Sie das Tariftreue und Vergabegesetz eingeführt haben das Klimaschutzgesetz Nichtraucherschutz Ladenöffnung LEP all die ganzen Schweinereien haben Sie gemacht und jetzt kommen Sie mit der Erfassung mit Blick auf die Zukunft gerichtet ich weiß nicht wem Sie das noch wem Sie das noch als Leistung verkaufen wollen hier kommen Sie damit jedenfalls nicht durch Ihre Regierung bedroht Handwerk und Mittelstand mit Ausbildungsplatzumlage Ihre Regierung fordert ein Unternehmensstrafrecht das ist die graue Realität der Wirtschaftspolitik in diesem Lande und nicht die schönen Überschriften die Sie in IHK Neuheitsempfänge in den Leuten erzählen und Industriepolitik doch das gleiche es ist wahrscheinlich ein großer Regiefehler gewesen dass Sie erst nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind als der Koalitionsvertrag schon fertig war sonst hätten Sie das bestimmt alles ganz anders hingekriegt aber die Realität ist ja auch hier dass Industriepolitik vor allen Dingen dadurch bedroht wird dass im Landesentwicklungsplan kein Raum mehr dafür ist und dass Sie einen Klimaschutzplan verhandeln von dem zwar heute noch keiner was weiß aber jeder ahnt gut wird das nicht was da rauskommt das ist die Realitätsindustriepolitik und bei der Energiepolitik erinnere ich mich noch sehr genau da haben Sie hier gestanden und gesagt wir legen einen Masterplan vor bis März ich habe vergessen welches Jahr es muss noch kommen der Masterplan ist nicht gekommen von Ihnen also mal langsam mal langsam mal langsam und jetzt sagen Sie die Digitalisierung das hätten Sie auch erfunden das ist interessant und sagen dann Netzneutralität wir waren schon immer dafür die Debatte hat sich auch da längst gedreht man muss den Piraten zugute halten dass sie ja viele dieser Themen gesetzt haben ich will das auch ausdrücklich tun und ohne jede Ironie auch bei der Netzneutralität waren die Piraten vorne inzwischen gibt es aber glaube ich selbst bei den Piraten jetzt kommt der Teil Spekulation den einen oder anderen der das in Frage stellt oder jedenfalls differenzierter diskutiert ich bin nicht sicher ob wir mit Netzneutralität Industrie 4.0 wirklich wirklich hinkriegen genau Frau Kraft sagt gerade was versteht man darunter die orthodoxe Variante Netzneutralität und wir haben es erfunden wird mit Industrie 4.0 nicht vereinbar sein wird mit E-Health nicht vereinbar sein Armin Laschet hat es beschrieben da kommt es darauf an dass die Daten ruckzuck da sind ohne Zeitverzug bei unseren E-Mails ist das nicht ganz so wichtig deswegen wird es wenn man es schematisch darstellt in der Frage des Internet Kanäle geben müssen oder ähnliches die Landesmedienanstalt hat letzten Freitag beschlossen dass das für bestimmte Telemedien laufen soll der Staatssekretär Eumann könnte die Debatte sicherlich um den Punkt bereichern also es geht jetzt schon los zu definieren für wen denn ein Vorrang gelten soll ja der kann jetzt leider nicht reden wenn er Staatssekretär ist aber ich weiß dass das weiß so also die Debatte ist ja längst eröffnet wer kriegt Vorfahrt wer kriegt wer kriegt Vorrang in der Netzneutralität Debatte also sagen Sie bloß nicht Sie hätten es erfunden ich bin nicht sicher ob Sie wirklich da in der aktuellen Debatte drin sind und dann will ich Ihnen eins sagen zu der DZ zu der DZ-Studie hier die ja beschreibt und immer wieder angeführt wird dafür dass der Mittelstand noch nicht so genau weiß wie ihn Digitalisierung trifft da geht es ja ein Stück weit auch um Begriffe wenn Sie von vernetzter Automatisierung reden dann werden wahrscheinlich ganz andere Zahlen rauskommen wenn die sagen ja das machen wir längst und da sind wir voll drauf wenn Sie denen sagen Industrie 4.0 meinen die aber vielleicht gar nicht das Gleiche eins jedenfalls bin ich ziemlich sicher dass der Mittelstand nicht wartet bis die Politik hier aus den Hufen kommt und Ihnen erklärt wie das Geschäft funktioniert das glaube ich ganz ganz sicher nicht und nach den beiden Reden der Regierung heute bin ich in dieser Annahme noch bestärkt ich will aber gar nicht motzen Frau Ministerpräsidentin wie Sie das von mir gewohnt sind sondern wirklich ernsthaft loben da muss ich selber lachen aber ernsthaft loben es gibt ja nichts Höheres um ein Thema in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung zu setzen als eine Regierungserklärung deswegen finde ich gut dass Sie es gemacht haben bei allen inhaltlichen Schwächen über die ja jetzt schon ausführlich gesprochen wurde man könnte auch sagen nach der digitalen Agenda der Bundesregierung wurde es auch langsam Zeit alles geschenkt aber es ist gut dass wir das in dieser Bedeutsamkeit heute hier und dieser Ausführlichkeit miteinander besprechen selbst der Letzte hat heute gemerkt dass Industrie 4.0 für ein altes Industrieland bedeutsam ist dass der Letzte gerade Herr Römer ist und uns dann vorträgt aus Wikipedia die Definition von Industrie 4.0 hat mich etwas überraschen ich finde gut dass er sich damit auseinandergesetzt hat aber er hätte sein Wissensdefizit nicht besser zur Schau tragen können als dadurch dass er mit dieser Definition anfängt aber auch da hat die Debatte ja offensichtlich dazu geführt dass man sich damit auseinandergesetzt hat wir sind stolz auf die industrielle Stärke unseres Bundeslandes wir sind stolz auf die langen Wertschöpfungsketten also jedenfalls die meisten von uns die Grünen bin ich nicht immer so sicher weil am Anfang der langen Wertschöpfungsketten wird ja auch viel Energie verbraucht aber insgesamt finden wir das ja eigentlich alle ganz gut und wir glauben auch dass unsere Industrie stark ist und einiges abkann aber es soll bitte keiner glauben dass die enormen Veränderungen die mit Digitalisierung Industrie 4.0 beschrieben sind nicht eine ganz brutale zerstörerische Kraft entfalten können auch für einen alten Industriestandort oder auf der anderen Seite eben auch sehr sehr viele Chancen bringen können was Herr Römer beschrieben hat die Qualifizierungsmuster werden anders so habe ich sie verstanden ich will das auch redlich machen wir haben gesagt wir werden immer noch Arbeiter in den Fabriken brauchen ich hoffe das aber es könnte sich als Pfeifen im Wald herausstellen und wenn der Minister von Turbokapitalismus spricht glaube ich dass da durchaus eine ernsthafte Bedrohung ist auch für die Frage wie man hier anständige Arbeit organisiert in Zukunft und da sehe ich die Bedrohung mindestens so groß wie die Stärke wie die Chancen wenn im Westen Chinas bei den Uiguren deutsche Beraterfirmen Automobilzulieferer aufbauen mit auf Englisch der Anglizismus ist unskilled worker mit völlig unqualifizierten Menschen Analphabeten mit Datenbrillen die man dann nur noch mit roten und grünen Punkten anweist was sie zu greifen haben dann macht man Menschen zu Maschinen das ist eine Bedrohung der wir wahrscheinlich kaum Herr werden mit unseren Ansprüchen mit unseren berechtigten Ansprüchen wie man hier zu arbeiten hat insofern ist Industrie 4.0 sicherlich mit vielen Chancen verbunden aber auch mit einer ganze Menge besorgniserregender Risiken im Übrigen erleben wir alle Digitalisierung wir diskutieren heute so das wäre da hinten und wir gucken uns das an wir sind ja mittendrin der Minister hat eben gesagt eine Schallplatte hätte entsprungen ich komme eher so aus dem Kassetten- und CD-Zeitalter ich weiß aber, dass es Schallplatten gibt ich habe auch noch ein paar meine ersten Queen-Sachen waren auch noch auf Platte dann hat er gesagt wir laden was runter den Satz habe ich vor einem knappen von einem guten Jahr auch mal gesagt und nach mir sprach der Vorsitzende der Geschäftsleitung von Microsoft in Deutschland und hat mich als heillos veraltet beschrieben man würde nichts mehr runterladen bei iTunes das sei total vorbei sondern wir sind jetzt im Zeitalter der Streaming-Dienste angekommen so nachdem wir uns jetzt alle erzählt haben was wir alles wissen ist ja die spannende Frage zu welchen Veränderungen führt das man hat mit einer Schallplatte noch gutes Geld verdient Odo Jürgens ist sicherlich nicht über Streaming-Dienste Millionär geworden man hat auch mit Kassetten und CDs noch gutes Geld verdient und selbst bei iTunes haben die Künstler noch einigermaßen akzeptables Geld verdient bei den Streaming-Diensten ist das anders und die ersten Topstars aus Amerika machen ja auch Front dagegen über Journalismus ist gesprochen worden darüber bin ich sehr dankbar über Buchautoren kann man an der Stelle sprechen und über vieles andere alles was Content ist hat sich ja längst verändert über Handel haben wir gesprochen ich weiß noch in der Zeit der Minderheitsregierung wie war das hier Regierung der Einladung war ich mal war ich mal eingeladen in die Staatskanzlei seitdem irgendwie nicht mehr aber da ging es um die Frage wie wir gemeinsam hinkriegen ja da gibt es ja auch nur noch Leitungswasser also da will ich auch nicht hin aber da haben wir mal darüber diskutiert wie wir das gemeinsame Interesse hinkriegen im Landesentwicklungsplan die grüne Wiese Geschichte da zu verhindern während wir das gemacht haben ist der Internethandel vor Weihnachten auf 20 Prozent des Umsatzes hochgeschnellt da können wir gar nichts machen also wir sind mitten in der in der radikalsten Veränderung der letzten Jahrzehnte was viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche angeht und warum soll das bei der Industrie am Ende anders sein Google zieht heute aus Europa schon mehr als 10 Milliarden Euro Werbeumsätze was das für die Content Industrie für die werbefinanzierte Content Industrie in Europa bedeutet können Sie sich lebhaft ausrechnen also hier ist viel Neues viel Spannendes an das man ambitioniert rangehen muss und eine Debatte um die besseren Wege ist mir immer immer noch lieber als die Frage wie wir die Regierung an der Stelle wach küssen oder sie uns oder wer auch immer wen jetzt führen wir die Debatte und das ist gut wie nah wir auch vor spürbaren großen Veränderungen in der Industrie stehen zeigt eine Anekdote in einem Buch das ich nicht über Weihnachten sondern schon im letzten Sommer gelesen habe ich habe schon mehrfach empfohlen von Christoph Käse Springer Lobbyist insofern wahrscheinlich nicht ganz ohne Eigennutz verfasst da steht die Anekdote drin dass sich ein Energiemanager aus dem klassischen Energieerzeugungsbereich mit einem Internetunternehmer unterhält und der Energiemanager sagt was ihr da immer redet ihr Techies ich verstehe eure Sprache nicht lasst mich in Frieden wir haben Kraftwerke wir produzieren Strom liefern die an die Kunden werden bezahlt das Thema ist erledigt wir haben die Kraftwerke wir haben die Netze wir haben die Kundenverbindung uns passiert nichts und der Internetmanager sagt pass mal auf du weißt gar nichts über deine Kunden nichts weißt du du weißt die Adresse du weißt die Stromzählernummer und du weißt wie viele Kilowattstunden im Jahr verkauft wird und mehr weißt du überhaupt nicht Google weiß heute schon wann wir morgen aufstehen Google oder Apple wahlweise mit Google Now wissen wir wann der erste Termin ist wann wir aufstehen werden wann warmes Wasser zum Duschen gebraucht wird Google Now weiß heute schon wann wir üblicherweise nach Hause fahren wie viel Stau dann ist deswegen nutze ich den Service ich kann schon im Büro gucken wann wie lange der Stau ist wann ich losfahren muss brauche ich erstes Navi im Auto anmachen wir wissen jetzt schon Google weiß jetzt schon Apple weiß jetzt schon wann wir zu Hause ankommen und dann wahrscheinlich ein warmes Wohnzimmer haben werden das Bier im Kühlschrank möglichst kalt ist und 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 wer wird wohl den intelligenteren Service anbieten können RWE E.ON oder andere das ist eine spannende Frage und die Zutaten für das nächste für die nächste disruptive Entwicklung in genau dem Bereich sind ja alle schon da die Services sind schon da das Wissen ist schon da und Google hat nicht überraschend in Haustechnik investiert die haben nämlich genau vor das zu machen was ich eben beschrieben habe also da gibt es jetzt noch jede Menge vergleichbarer Beispiele mit denen ich Sie nicht weiter beschäftigen möchte zur Regierungserklärung vielleicht noch einige Anmerkungen ich teile Open NRW Portal das ist es ist klug Big Data dass damit junge Startups ihr Glück machen das ist völlig in Ordnung das Thema Datensicherheit Frau Ministerpräsidentin ich habe es heute live hier gehört ich habe es am Montag gehört bei der Übergabe der Prognost-Studie sinngemäß sagen Sie ja wir wollen nicht dass die Inhalte der Clouds im Silicon Valley sind oder dass die die Standards beschreiben das teile ich das sollten wir nicht wollen aber es ist längst passiert es ist ja längst passiert wann immer wir einen schicken Service auf unseren Handys auf den Smartphones nutzen wollen gucken wir doch nicht also sorry ich habe noch nie eine AGB gelesen ich bin Jurist ich könnte es vielleicht verstehen aber ich habe gar keinen Bock drauf vielleicht habe ich es genau deswegen nicht gelesen geschenkt Herr Römer diesmal wirklich geschenkt ist nicht das Thema aber unsere Daten sind längst im Silicon Valley das ist die Realität insofern wir kriegen sie auch nicht zurück wir kriegen sie auch nicht zurück und auf die neue EU-Datenschutz-Richtlinie zu hoffen das traue ich mich schon nicht mehr die kümmern sich sehr liebevoll um die Frage ob wir von Hemdenherstellern oder anderen ohne Feuer eingewilligt zu haben eine Postwurfsendung kriegen können auf dem Niveau verharren die ich bin nicht sicher ob da wirklich ob da wirklich die richtigen Debatten mit der mit der richtigen Werft diskutiert werden am kommenden Freitag also morgen werden die neuen AGBs von Facebook gelten der größte Datenstaubsauger den es bisher gegeben hat da werden die nächsten strategischen Schritte vorbereitet für die nächsten Milliarden Mittelabflüsse aus Europa in Silicon Valley und da werden die nächsten Clouds vollgemacht wir werden sie wahrscheinlich nicht daran hindern jeder Jurist der sich damit noch besser auskennt als ich das Glück habe sagt mir vielleicht kann man dagegen vorgehen aber so sicher wissen wir es nicht und am Ende ist es jeder von uns selber wenn er die AGBs liest und ankreuzt also das Thema mit dem sicheren Hafen für Daten erinnert mich so ein bisschen an den sicheren Standort Deutschland in der Finanzkrise an der Stelle frisst uns nicht die Gier sondern uns frisst der Wunsch nach gutem Service und schwupp sind die Daten ganz woanders die spannende Frage bei der Debatte ist wie schaffen wir es diese Daten Kraken dazu zu nutzen unsere Probleme zu lösen wie kriegen wir das digitale Haus dazu dass ältere Menschen länger zu Hause leben können wie kriegen wir das digitalisierte Haus dazu energieeffizienter zu sein wie schaffen wir es damit vielleicht sogar Einbruchsprävention zu betreiben Sicherheit herzustellen und 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 also jede Menge spannender Fragen über die es sich in den nächsten Wochen und Monaten hier lohnt seit heute wissen wir alle finden das Thema wichtig alle wollen darüber diskutieren das ist ja schon mal gut so manche Ankündigung erscheint mir neben dem zum Thema Datensicherheit neben der zum Thema Datensicherheit ein bisschen neben der Realität die elektronische Verwaltung E-Government hat mir der Bundesvorsitzende der Steuerberaterverbände Herr Elster mal folgendermaßen erklärt wenn man eine elektronische Steuererklärung abgibt eine elektronische Bilanz ruft dann das Finanzamt an und bittet darum dass man es bitte per Post noch mal hinterher schickt man hätte nämlich nicht mehr so viel Papier hätte aber noch lange nicht die Software die elektronisch eingegangene Daten auch zu bearbeiten das ist derzeit noch die Realität in der Finanzverwaltung da sind wir mit E-Government noch nicht sehr weit gekommen Thema Startup 70 Millionen sind eine ehrbare Summe mehr fordern ist immer einfach wenn man sie hätte wird man sie wahrscheinlich auch regierungsseitig einfach dranschreiben ich glaube auch das ist da nicht die zentral spannende Frage wir haben unglaublich viel Geld in Deutschland bei Lebensversicherungen liegen bei Rentenkassen liegen das nach Anlage sucht und nach den derzeit gültigen Regelungen im VAG Solvency 2 kann man bis zu 15% dieser Mittel in diesen Risikoanlageklassen in den nicht in den nicht gelisteten Investments investieren das Problem bei so einem Startup ist glaube ich vielmehr ein praktisches die brauchen natürlich Bürokratie ich halte die Bürokratie an der Stelle auch für völlig gerechtfertigt meine Lebensversicherung liegt da ja auch drin es ist völlig okay aber ist ein rein praktisches wenn sie die erste Finanzierungsrunde eines Startups mit den 3F machen Family, Friends and Fools dann kommt die zweite Runde wahrscheinlich nach einem Dreivierteljahr anderthalb Jahre so ist das in der Regel so nach den Erfahrungen dann müssen sie erstmal ein Produkt konzipiert haben sie müssen vielleicht erste Testkunden laufen haben sie müssen ein Pricing haben darauf basierend einen Businessplan damit sind sie als Startup-Unternehmer sehr gut beschäftigt und sie brauchen dafür auch Zeit das ist ja nicht über Nacht da so dann kommt der institutionelle Anleger und will von ihnen viele viele Sachen wissen ich bestreite gar nicht dass sie das zu Recht wissen wollen aber im Ergebnis kommen sie in ein zeitliches Problem weil in dem Moment wo sie anfangen dem die Fragen zu beantworten und ist vielleicht noch drei Monate bevor sie zum Insolvenzrichter müssen wenn sie fertig sind sind sie längst in der Insolvenzverschleppung das ist glaube ich ein viel mehr praktisches Problem und wir sollten uns über die Frage auseinandersetzen wie wir dieses praktische Problem lösen ich glaube dass die 70 Millionen aller Ehren wert sind aber die retten uns am Ende nicht sondern solche Probleme zu lösen wenn es bürokratische Hemmnisse gibt dann diese dann an der Stelle da liegt viel viel mehr Geld als jeder staatliche Haushalt in die Hand nehmen kann es gibt das Bundesprogramm Invest ich finde das interessant als Anwender ich habe es selber auch angewandt das ist unbürokratisch nach nicht mal drei Monaten ist die Kohle da 20% des Risiko Invest kriegt man wieder aber das Geld ist ein verlorener Zuschuss also das scheint mir keine intelligente Lösung zu sein da muss uns was besseres einfallen intelligente Lösungsstich bei Ausbaudynamik Frau Ministerpräsidentin Sie haben gesagt ja wenn es um universifisches Geld geht das sei alles nicht so wichtig da sind intelligente Lösungen gefragt wenn das Geld gefragt ist dann vom Bund und Land den Streit lassen wir jetzt mal ist auch stark verkürzt gebe ich zu nur ich halte das was ja ja ist ja geschenkt ist ja in Ordnung nur die Politik die Sie bisher betreiben ist ja nicht intelligent wir haben letztens wir haben letzte Expertenanhörung im Ausschuss gehabt da wird dann gesagt Herr Bolte hat gesagt ja wir wollen eine nachhaltige Breitbandentwicklung und nicht das was Bayern jetzt macht und da gehen die zwei Milliarden dann nämlich hin dass man hauptsächlich mit der Deutschen Telekom Vectoring macht das ist das was Bayern jetzt macht ich halte das für keinen schlechten Weg als ersten Schritt und die Experten selbst der Experte der von der SPD Fraktion berufen wurde haben gesagt jawohl am Ende ist es richtig dass in jedem Haus in jeder Wohnung Breitband durch Glasfaser hergestellt wird ja natürlich selbstverständlich aber im ersten Schritt wird es schon reichen wenn wir am Kabelverzweiger also an den grauen Kästen an der Straße Glasfaser hätten und den Rest mit Vectoring machen die allermeisten unserer Nutzer brauchen mehr als Vectoring in den nächsten Jahren liefern kann absehbar sowieso nicht in fünf Jahren in zehn Jahren vielleicht aber als ersten Schritt die Förderpolitik des Landes darauf auszurichten diesen diesen Weg zu gehen die letzte Meile noch über Kupferkabel zu machen würde Ihnen helfen Ihr Ziel zu erreichen bis 2018 weil mit derzeitigen Ausbaufahrt von 1,4% im Jahr schaffen Sie es nicht mit dem von mir beschriebenen Weg können Sie es schaffen aber die regierungstragenden Fraktionen haben in der Anhörung im Expertengespräch exakt die gegenteilige Politik vertreten unter dem Stichwort nachhaltiger Ausbau lieber etwas weniger Ausbaudynamik aber dafür nachher Glasfaser in jedem Keller ich halte das für den falschen Weg um in den nächsten Themen der Digitalisierung die Nase wieder vorn zu haben denn die ersten Themen haben wir gemeinsam brav verpennt wird es nötig sein ein bisschen mehr zu liefern als flotte Anglizismen direkte staatliche Förderung oder Gesprächsplattformen so wichtig wie Gesprächsplattformen insbesondere über neue Geschäftsmodelle sein mögen es gibt eine Menge regulatorischer Fragen zu klären eine Menge dicker Bretter zu bohren auch übrigens eine Menge Wertentscheidungen zu diskutieren als Europa mit dem Silicon Valley Thema geistiges Eigentum der Bundestag hat ein Leistungsschutzrecht beschlossen da kann man Fan von sein oder man kann es ablehnen aber es steht jetzt im Gesetz und Google sagt wer sich darauf beruft fliegt bei uns raus da wird ein Monopol ausgenutzt das Google in dem Bereich hat ich glaube er weiß genau warum ich es kenne ist auch geschenkt aber es ist ein deutsches Gesetz und Google sagt wer sich darauf beruft wird bei uns ausgelistet als Content Industrie hängen sie da am Fliegenfänger also wir haben eine ganze Menge an regulatorischen grundsätzlichen Fragen zu klären die auch Wertefragen sind ich bin dankbar dass wir mit der prominenten Platzierung dieses Thema jetzt auf der Agenda haben wo es hingehört ich freue mich auf die weitere Debatte zu dem Thema wir werden von dem Thema nicht mehr loskommen die frühere AP-Chefin Carly Fiorina hat gesagt alles was digitalisiert werden wird wird digitalisiert deswegen bin ich sicher dass wir darüber noch lange intensiv streiten können vielen Dank vielen Dank Herr Kollege Wüst Herr Kollege Wüst hat jetzt die 6 Minuten 40 auch wirklich benötigt oder verwendet Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist Herr Kollege Schmelzer Frau Präsidentin liebe Kolleginnen liebe Kollegen die Watz des heutigen Tages ist ja an der einen oder anderen Stelle heute schon mal herangezogen worden das steht dann bei der Informationstechnologie IT stellt sich NRW derzeit gut auf bei der Digitalisierung muss das Land kaum einen in der deutschen Vergleich scheuen ich denke das ist eine gute Zusammenfassung dessen was auch dargestellt wurde im Laufe der Debatten vom Ministerpräsidenten Kraft von Wirtschaftsminister Dün dessen was wir in Nordrhein-Westfalen auch vorzuweisen haben auch Herr Lindner ist jetzt wieder in der Debatte dabei bei der Debatte als der Wirtschaftsminister gesprochen hat war er voll in der Digitalisierung mit seinem Smart-Schwunen beschäftigt aber trotzdem Herr Lindner gestatten Sie mir den Hinweis und ich kenne Sie ja jetzt mittlerweile schon seit 2000 und Sie haben sich in der Art eigentlich gar nicht verändert das was Sie heute gebracht haben war ein 00 Lindner eine Arroganz dergleichen wie Sie hier immer wieder aufgetreten sind etwas zu behaupten was definitiv jeder Wahrheit entbindet wir haben keine Initiativen gebracht wir haben keine Anträge gebracht Herr Lindner ich glaube Ihnen dass Sie das nicht wahrgenommen haben weil Sie sind kaum da in diesem Parlament Sie sind kaum da Sie stellen sich hierhin Sie blasen sich auf und dann bringen Sie Unwahrheiten und wenn Sie sitzen gucken Sie gleich mal nach ob die Presse das auch alles gebracht hat September 2012 Antrag der SPD der Grünen modernes Regieren im digitalen Zeitalter Dezember 2012 EU-Datenschutzreform hohe Datenschutzstandards Mai 2013 Netzneutralität November 2013 offene Zugänge zum Internet schaffen Januar 2014 öffentlich-rechtliche Telemedienangebot für Beitragszahler offene Online-Konsultationen haben wir eingeführt zum Landesmediengesetz zum Hochschulgesetz Weitere Dinge haben wir auf den Weg gebracht die Sie übrigens abgeschafft haben ich erinnere an die Zeit Ministerpräsidentin Kraft wird sich ganz besonders erinnern aber Sie waren auch im Landtag der 13. Legislaturperiode da war es die rot-grüne Landesregierung seinerzeit die ihren Weg schon sehr sehr weit im Voraus gesehen hat und aus diesem Grunde einen Medienausschuss eingerichtet hat dieser Medienausschuss hat bereits die Digitalisierung die Globalisierung der neuen Technologien aufgegriffen Sie waren es 2005 die diesen Medienausschuss mit einem Handstreich wieder weggewischt haben dieser Medienausschuss war der Ausschuss der den Tag der Medienkompetenz hier ins Leben gerufen hat der 2003 erstmalig durchgeführt wurde Sie waren es die diese Bildungsinitiative nämlich die Medienkompetenz den Tag der Medienkompetenz mit einem Handstreich weggewischt haben Sie dürfen sich also nicht hier hinstellen und sich aufblasen kann ich Ihnen ruhig tausendmal sagen werden Sie beim nächsten Mal wieder machen Sie haben dort einen Bruch begangen und Sie wissen dass Rot-Grün in diesen Punkten schon sehr sehr lange auf dem Weg ist und liebe Kolleginnen liebe Kollegen wenn wir über die Dinge sprechen die wir seinerzeit schon auf den Weg gebracht haben dann darf man auch darüber reden was wir denn seinerzeit auch initiiert haben neben diese Geschichten wie den Tag der Medienkompetenz es war uns immer wichtig und federführend für uns war der damalige Sprecher der heutige Staatssekretär Markian Eumann dass wir die Medienkompetenz sehr sehr frühzeitig in die Schulen bringen zu den Kindern bringen zu den Jugendlichen bringen das haben wir damals auf den Weg gebracht und das haben wir in der Regierungsverantwortung die wir seit 2010 wieder übernommen haben Gott sei Dank für dieses Land wieder übernommen haben weiter fortgeführt wir haben diese Medienkompetenz in die Schulen gebracht und wir haben auch dafür gesorgt dass so weit es eben möglich ist auch unter den finanziellen Gesichtspunkten dass eben diese Medienkompetenz auch in Hardware und in Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort ankommt und wenn wir sehen wie sich die Zeit entwickelt dann hat es auch die Zeit die 13. Legislaturperiode gezeigt wie wichtig es war seinerzeit einen entsprechenden Medienausschuss eben mit Blick auf die neuen Technologien einzuführen ich denke nur an unseren Besuch im Jahre 2000 auf die Expo in Hannover wo wir uns einige Dinge angesehen haben die wir im Jahre 2000 belächelt haben wo wir gesagt haben boah sowas wird nie kommen ein Flachbettbildschirm konnten wir uns nicht vorstellen das Teil was da stand kostete 30.000 D-Mark wir konnten uns nicht vorstellen dass es im Rahmen der Digitalisierung begehbare Kleiderschenkel gibt wo man die Sachen nicht mehr aus dem Kleiderschrank holen muss wir konnten uns nicht vorstellen die Dinge die wir da gesehen haben als Neuentwicklung von Telekommunikationsgeräten das waren dann die ersten Handys die wir nicht nachvollziehen konnten dass es einmal so kleine Teile geben könnte und deswegen war es richtig und richtig dass wir diesen Bogen gespannt haben dass wir hier im Lande daran weitergearbeitet haben und genauso falsch war es Herr Laschet dass dieser Bogen den wir gespannt haben den Sie eben kritisiert haben Sie diesen Bogen unterbrochen haben und dieser Zukunft der intelligenten Medien keine Zukunft gegeben haben indem Sie denen in den Jahren 2005 bis 2010 keine Chance gegeben haben und sich diesem Thema überhaupt nicht gewidmet haben und in dem Zusammenhang es ist ja eben gesagt worden es ist ja eben gesagt worden ich meine es war auch Herr Lindner ich will mich jetzt aber nicht festlegen doch Herr Lindner war es natürlich bei solchen Sachen kann es nur Lindner gewesen sein der auf die Statistik hingewiesen hat bezüglich der Mbit Verbindungen hier im Lande Nordrhein-Westfalen und so viel Sand wie es seine Art ist gesagt hat zwei Megabit das war doch Stand 2005 ja Herr Lindner dann frage ich Sie warum haben sich diese zwei Megabit die dann Stand 2005 war in den Jahren 6, 7, 8, 9, 10 bis Mai 2010 nicht so verbessert wie Sie sich hätten verbessern müssen haben Sie da auch wieder gepennt oder haben Sie vergessen dass Sie da regiert haben die Zahlen die der Minister in der letzten Woche dem Wirtschaftsausschuss vorgelegt hat sprechen für sich und da können Sie ruhig mit Ihren sechs Megabit und was weiß ich nicht Megabit ankommen das ist mir alles ganz egal wir haben heute bleiben wir bei den zwei Megabit eine Versorgung von 99,6% dann kommen Sie mit Ihren 16 okay da haben wir 82% Versorgung und bei 50 Megabit haben wir 70,7% Versorgung und dann der Vergleich ist mehrfach schon hier angestrebt worden dann vergleichen wir uns gerne an dieser Stelle immer wieder gerne mit Bayern die weit hinter uns liegen und dann nehme ich auch gleich die Situation auf mit den zwei Milliarden Sie haben ja schon mehrfach in diesem Hohen Haus Herr Wüst übrigens wir haben schon mehrfach in diesem Hohen Haus immer wieder Entschuldigung wie konnte ich Sie übersehen aber bei Herrn Schemmer hätte ich Sie jetzt wirklich nicht eingeordnet Sie haben ja mehrfach schon auf die Finanzierung des Breitbandausbaus hingewiesen das ist meist mal mit Ihren Worten EFRE geschenkt lassen wir steht ja auch in Ihrem Antrag drin ich danke Ihnen für diesen Satz Finanzierung mit EFRE ist nicht möglich es kommt ja irgendwann die Einsicht aber Sie haben auch immer wieder darauf hingewiesen Bayern finanziert viel mehr als Nordrhein-Westfalen Bayern ist das Vorzeigeland par excellence der Kollege Vogt seitens meiner Fraktion und ich haben ihn mehrfach zu den damaligen Zeitpunkten bis Mitte 2014 dargelegt wie es denn in Bayern gelaufen ist die haben sich dahingestellt haben Unmengen vom Geld in ihren Haushalt eingestellt und haben festgestellt kein Mensch will das Geld in Bayern bis Mitte 2014 wir haben in mehrfachen Plenardebatten hier in Nordrhein-Westfalen darauf hingewiesen dass das Luftnummern sind in Bayern da hat Bayern natürlich festgestellt wenn die Nordrhein-Westfalen schon feststellen dass wir Luftnummern haben dann ändern wir das dann machen wir aus 500 Millionen machen wir 2 Milliarden macht sich ja im Haushalt ganz gut zur Verfügung stellen müssen wir das eh nicht weil kaum einer was abruft von den 2 Milliarden sind schätzungsweise 30 Millionen jetzt mal irgendwann abgerufen worden aber 37 Entschuldigung wir wollen das ja nicht hier runter häkeln aber die Städte und Gemeinden die kleinen Kommunen greifen es nicht an weil es nicht attraktiv ist und deswegen bleiben die so weit in der Versorgung hinter uns und deswegen Bayern brauchen wir nicht in irgendeiner Form als Vorbild haben wir haben gute Ansätze wie wir das hier in Nordrhein-Westfalen machen und mit diesen guten Ansätzen hier in Nordrhein-Westfalen sind wir wesentlich besser aufgestellt und vielleicht ist es auch was die Finanzierung betrifft in der Regierungserklärung etwas untergegangen immer dann wenn es ja interessant wird und wenn es auch darum geht Lösungswege zu finden wie man etwas finanzieren kann was sie ja uns immer unterstellen was wir es nicht können dann ducken sie sich ja relativ schnell weg so der Fraktionsvorsitzende der CDU jetzt weil er das vielleicht dann auch nicht hören möchte die Ministerpräsidentin hat deutlich darauf hingewiesen dass auf Ebene der Europäischen Union und ich glaube ausschließlich der Kollege Wüst hat einen fragenden Zwischenruf gemacht der an der Stelle auch sehr konstruktiv war hat auf der EU-Ebene das sogenannte Juncker-Investitionspaket angesprochen mit insgesamt 315 Milliarden Euro Investitionsvorhaben für IKT-Projekte mit Schwerpunkt Breitband und wir müssten doch in Nordrhein-Westfalen mit dem Klammerbeutel gepudert sein wenn wir dann ein Förderprogramm auf der EU-Ebene haben das sich schwerpunktmäßig mit Breitband befasst wo wir definitiv darauf zugreifen können anders als bei EFRE ich hoffe das ist endlich mal angekommen dass dann schon über drei Milliarden für die Umsetzung dann von uns angemeldet sind von uns in NRW und dann müssen wir jetzt natürlich am Ball bleiben und sehen wie sieht das mit dem Juncker-Investitionspaket aus und wenn das so aufgelegt wird wie es denn angedacht ist dann haben wir bereits angemeldet und dann wird das neben der Ausschüttung der Versteigerungsgelder aus der Funkfrequenzversteigerung wird das gutes Geld sein was wir ausschließlich in den Breitband hineinstecken können Digitale Gesellschaft liebe Kolleginnen und Kollegen ist mehr als Technologie Fortschritt gestalten das ist der Titel eines Dialogprozesses eines von vielen Dialogprozesses wo Minister Dünram beteiligt ist auch das Herr Kollege Wüst ist natürlich kann man so nicht stehen lassen dass Dün viel redet wenig macht ich komme da gleich nochmal drauf zurück ein Punkt an dieser Stelle Fortschritt gestalten Dialogprozess der Landesregierung Austausch von Wirtschaft Austausch mit Wissenschaft und gesellschaftlichen Gruppen wozu für uns das wird keinen verwundern natürlich an erster Stelle auch die Gewerkschaften stehen denn das hat der Kollege Römer trefflich und richtig ausgesprochen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land egal aus welcher Branche sind das größte Kapital eines jeden Unternehmens und sie haben das größte Know-how weil sie täglich an der Sache arbeiten und das gilt auch bei dem Fortschritt Digitalisierung deswegen werden wir sie ganz eng mit in diesen Dialogprozess mit integrieren und bei diesem Dialogprozess Fortschritt gestalten gab es in der letzten Woche am 22. Januar in Köln einen Fortschrittskongress und auf diesem Fortschrittskongress Herr Kollege Wüst ich unterstelle einfach mal freundlich wie ich bin dass Sie keine Zeit hatten aber Sie haben ja einen Beobachter Ihrer Mitarbeiter geschickt auf diesem Fortschrittskongress konnte man ja sehen wie Informations- und Kommunikationstechnologien auch von den Fachleuten als einen der wesentlichen Bestandteile des Lebens in unserem Land gesehen werden und man konnte nicht nur sehen sondern man konnte auch hören wie die Fachleute und das waren aus den verschiedenen Bereichen Fachleute wie die Fachleute uns Zuspruch gegeben haben bei dem was wir im Rahmen der digitalen Gesellschaft in der digitalen Wirtschaft der digitalen Dinge Disziplin und ressortübergreifend dort auf den Weg bringen dass sie sagen wir sind da auf dem richtigen Weg und das macht uns Mut und deswegen werden wir diesen Weg gehen und wenn hier dargelegt wird liebe Kolleginnen und Kollegen das ist ja auch sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung der Debatte wenn hier dargelegt wird dass die einen kritisieren das ist ja nur eine Aufzählung dessen was gemacht wird das ist schon erstaunlich dass man da sagt das ist ja nur eine Aufzählung eine nur eine Aufzählung mit Überschreitung der Redezeit wird ja schon sagen das ist viel mehr als sie auch nur ansatzweise gedacht hätten wobei das mit der Aufzählung natürlich nicht stimmt der nächste aber sagt nämlich Herr Paul hier wird nur wie geredet Sie hätten wenig gemacht Herr Paul dann würde ich Ihnen doch empfehlen lesen Sie die Regierungserklärung noch einmal und nehmen Sie nur alleine die Punkte raus die alle schon gemacht wurden dann würden Sie diesen Satz dann auch revidieren und dann wird natürlich auch seitens Herrn Paul immer wieder dargelegt zu dem was nicht gemacht wird womit das alles gefördert werden muss ich hätte wenn ich gewusst hätte wie oft Sie das Wort fördern, fördern, fördern statt super geil super geil super geil hier angeführt hätten hätte ich das mal mitgeschrieben und da bin ich sehr gespannt auf die Haushaltsplanberatungen die dann ab Sommer wieder anstehen wie die Förderpunkte die Sie alle angesprochen haben nicht nur als Antrag reinkommen dass Sie mehr Geld haben wollen sondern mit realistischen Herr Paul das ist der wesentliche Punkt mit realistischen Gegenfinanzierungen ich glaube das wird eine ganz interessante Haushaltsdebatte die wir dann haben werden die Zeitung schrieben heute weil auch immer wieder auf den Hochschulstandort Nordrhein-Westfalen hingewiesen wurde wie wichtig er für uns ist schrieben heute ich zitiere die Hochschulen sind ein dickes Fund in dieser Region denn sie bringen die nötigen Informatikfachkräfte und die Gründer von innovativen Unternehmen sogenannten Startups hervor genau das was Minister Gareth Dün eben deutlich hervorgehoben hat und wenn Sie sagen 70 Millionen Herr Kollege Wüst das war übrigens eine sehr interessante sachliche Rede die ich von Ihnen heute gehört habe das konnte man an den Gesichtern von Herrn Hovenjürgen und Herrn Laschet insbesondere ablesen die haben hochinteressiert zugehört ich habe das Gefühl gehabt Sie haben sehr viel bei Ihrer Rede gelernt vielleicht sollten Sie das nochmal intensivieren die 70 Millionen das ist natürlich das ist natürlich und ich danke Ihnen auch recht herzlich weil es eine ehrliche Feststellung war das sind natürlich immer nur 70 Millionen aber Sie haben es auch gesagt das ist aller Ehren wert und wir werden mit diesen 70 Millionen dafür steht Gareth Dün sicherlich in Garantie und er hat das auch so vorgestellt wir werden mit diesen 70 Millionen die Chance für junge Hochschulabzuwenden nutzen und wir werden damit neue Impulse für Unternehmensgründungen und Startups geben und es ist unser Ziel dass wir genau diese jungen Menschen hier in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Know-how hier halten und nicht dass wir in Nordrhein-Westfalen mit unserem hervorragenden Hochschulstandort hier die Leute im Digitalen auch ausbilden und die dann anschließend in andere Bundesländer oder sogar ins benachbarte Ausland abwandern und deswegen ist es umso wichtiger dass diese Startups so finanziert und unterstützt werden es sind verschiedene Punkte angesprochen worden Digitalisierung ist mehr als nur das worüber man mit Smartphone und Internet spricht die Energie ist angesprochen worden Vernetzung und Steuerung unterschiedlicher Energieerzeuger wir haben hier in diesem Parlament das Thema des virtuellen Kraftwerks sehr intensiv diskutiert und der Antrag der eingebracht wurde ist einstimmig in diesem Haus verabschiedet worden das ist ein Zeichen dafür dass sie an der Stelle nicht nur sensibilisiert sind sondern auch uns und der Landesregierung die Unterstützung da gegeben haben dass das der richtige Weg ist so wie wir es dann eingebracht haben und wie die Bewerbung in Berlin läuft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Betriebsräte, Gewerkschaften sie müssen frühzeitig in die Gestaltung des digitalen Wandels einbezogen werden ich kann mich an meine Zeit erinnern als ich Mitte der 80er Jahre Betriebsratsvorsitzender war hat die Geschäftsführung uns gesagt das geht so in die Richtung von dem Rechenschieber von Rainer Priggen hat die Geschäftsführung uns gesagt wir stellen hier mal versuchsweise einen PC hin unabhängig dass ich Mitte der 80er Jahre das gehört zur Wahrheit dazu überhaupt nicht wusste was der wollte als der PC zu mir sagte haben wir dann als Betriebsrat dagegen gearbeitet mit allen möglichen rechtlichen Mitteln um dieses Teufelswerk zu verhindern heute würde man uns auslachen und lacht uns auch aus heute gehört das zum Standard dazu die Zeit ist schneller geworden und deswegen brauchen wir diese Erkenntnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lassen Sie mich zu einem letzten Punkt kommen Apps ist angesprochen worden Deutsche Bahn ÖPNV Apps ohne die würde auch manch ein Abgeordneter hier seine Züge verpassen wenn wir ehrlich sind aber ein Punkt der angesprochen wurde wo Herr Laschet wieder besseren Wissens oder weil er einfach keine Ahnung davon hat lassen wir es auch da mal dahingestellt die Sache mit der BAB 9 Nürnberg München Frau Ministerpräsidentin hat darauf hingewiesen dass es hier dabei darum geht ein digitales Testfeld Autobahn das der Bundesverkehrsminister auf den Weg bringen will auszuweisen und ich sage ganz klar warum soll ein solches Testfeld mal wieder auf einer Ferienstrecke in Bayern stattfinden und eben nicht in dem verkehrlichen Ballungsraum wo man es wirklich austesten könnte im Ruhrgebiet und wenn Herr Laschet sich dann da hinstellt und die Hände hier hochhebt und sagt ja aber das geht doch alles nur das wissen Sie doch hier alle im Haus mit fertigen Planfeststellungsverfahren mit Verlaub auch da hat Herr Laschet mal wieder überhaupt gar keine Ahnung für ein digitales Testfeld Autobahn ist ein Planfeststellungsverfahren so über wie Sahne für Pommes also meine Damen und Herren da irgendwie etwas nach vorne zu bringen und zu argumentieren nur um seinen Unionsverkehrsminister zu schützen also das ist schon Hanebüchen machen Sie sich da bitte mal schlau und Herr Hovenjürgen bin mir sicher ja bei Planfeststellungsverfahren und Autobahnen dann geht da Herr Schimmer dann aber das wird er Ihnen dann gleich mitteilen liebe Kolleginnen und Kollegen ein allerletzter Punkt und dann will ich auch die Debatte an dieser Stelle nicht weiter strapazieren war der Hinweis zu dem Wagniskapital und auch mal wieder von Herrn Lindner ich erinnere mich sehr gut dass wir dieses Thema am gestrigen Tage Tagesordnungspunkt 7 hier im Hause debattiert haben auch da wäre es schön gewesen Herr Lindner wenn Sie heute darüber reden wenn Sie dann auch gestern da gewesen wären aber es gibt ja vorläufige Plenarprotokolle und da kann man ja das ein oder andere nachlesen das sage ich ja Herr Lindner das können wir gerne mal aufwiegen ich glaube da schneiden Sie ganz schlecht ab da schneiden Sie ganz schlecht ab die Kolleginnen und Kollegen die über Tagesordnungspunkte des Vortages hier heute reden sollten über die Tagesordnungspunkte reden wenn Sie am Vortag auch da waren Herr Lindner und wenn Sie etwas behaupten was nicht gesagt wurde sondern das Gegenteil sondern das Gegenteil Herr Lindner dann sollten Sie sich nicht so arrogant wieder mal zurücklehnen sondern sollten das jetzt zur Kenntnis nehmen mit Verlaub liebe Kolleginnen und Kollegen Herr Lindner hat vorgeworfen dass diese Landesregierung dem Antrag von Bayern nicht folgt es hatte eine Debatte zugegeben Elisabeth Müller-Witt für die SPD-Fraktion hat ausführlich dafür dazu gesprochen aber auch ich habe es gesehen aber auch die Landesregierung nur so viel die Bundesregierung hat deutlich gemacht dass sie achso ich dachte hier kommt so ein Rückhall die Bundesregierung hat aufmerksam gemacht dass sie im zweiten Quartal dazu aktiv wird im Rahmen eines Gesetzentwurfs die Finanzminister der anderen Länder haben das nicht gerade mit Gegenliebe aufgenommen also die Finanzminister der anderen Länder nicht einige und eins über eins sind wir uns doch im Klaren aber das zeichnet Sie Herr Lindner mit Ihrer Partei aus dieser Antrag der dort von der bayerischen Landesregierung zum Wagniskapital in den Bundesrat eingebracht wurde ist ein typischer bayerischer Vorstoß und der hat nur ein einziges Ziel er soll zu Lasten der Allgemeinheit gehen hier sollen mal wieder die Verluste sozialisiert werden und die Gewinne privatisiert werden und von daher hat der Finanzminister gut geantwortet indem er gesagt hat die Landesminister sind dagegen wir sind dagegen aber das ist die typische Politik der FDP in vielen vielen wolkigen Worten hier vorgetragen ohne Konzept aber ohne Konzept ist ja ihre gesamte Politik und deswegen wird das auch nicht verfangen herzlichen Dank Vielen Dank Herr Kollege Schmelzer Herr Kollege Schmelzer hat von den zusätzlichen 6 Minuten 40 4 Minuten 10 verbraucht sodass er noch einen kleinen Redezeitkonto hätte und der nächste Redner ist Herr Kollege Bombes für die FDP Fraktion Vielen Dank Frau Präsidentin meine sehr verehrten Damen sehr geehrte Herren ja wir hatten hier heute Morgen eine Regierungserklärung zu der man treffenderweise feststellen kann langer Rede sehr kurzer Sinn es hat wenig konkrete Punkte gegeben es hat eine Zustandsbeschreibung gegeben zugegeben folgerichtig hat der Kollege Pringen ja auch kein Wort zu dieser Regierungserklärung verloren er hat einige interessante Punkte gesagt aber dass er eben nichts konkret zu den einzelnen Punkten der Regierungserklärung gesagt hat das hat schön widergespiegelt dass dort eben nicht viel Inhalt war und wir haben wirklich allen Grund uns mit den Themen Digitalisierung mit dem Thema Digitalisierung und mit den Voraussetzungen für diese Digitalisierung auseinanderzusetzen und dort ist als allererstes festzuhalten dass die Grundlage für ein digitales Nordrhein-Westfalen eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur ist denn der schönste und modernste ICE bringt ihnen gar nichts wenn er auf alten Schienen fahren muss und um die Potenziale von Industrie 4.0 Handwerk 4.0 NRW 4.0 wie es so schön genannt worden ist dann auch wirklich zu heben brauchen wir eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur und auch wenn die Landesregierung darauf verweist dass sie hier im Vergleich zu den Ländern relativ gut dasteht es geht nicht darum wie weit wir im Vergleich zu anderen Ländern sind für die einzelnen Unternehmen für die Menschen in unserem Land geht es nicht darum stolz auf das zu blicken was wir im Moment haben für jedes einzelne Unternehmen im ländlichen Raum geht es davon nicht von der Breitbandversorgung abgeschnitten zu sein und das ist für viel zu viele Unternehmen und Menschen in diesem Land immer noch der Fall meine Damen und Herren für mich für mich aus dem Rhein-Erft-Kreis kann ich feststellen bei uns verfügen ungefähr 30 Prozent der Haushalte noch nicht mehr über mindestens 16 in anderen ländlichen Regionen haben über 40 Prozent der Haushalte noch nicht mal den Zugang zu dieser Internetgeschwindigkeit und man muss festhalten Industrie und Handwerk Wirtschaft gibt es eben nicht nur in den Ballungsräumen oder aber in den Gewerbegebieten die jetzt von einem Ausbau wenn sie Glück haben profitieren können deshalb muss die Landesregierung die Kommunen bei dem Infrastrukturausbau hier unterstützen jede Kommune und diesbezüglich liegt hier ja nun ein Antrag der Opposition vor und das Herr Römer in ihrer das muss ich leider noch mal sagen in ihrer etwas pastoral arroganten Art hier als klein klein zu beschimpfen das ist genau der falsche Weg um sich so einem Thema zu nähern hier werden konkrete Vorschläge gemacht und das so abschätzig abzutun das kann es doch nicht sein wenn wir gemeinsam an einem wirklich weiteren umfassenden Breitbandausbau und an einer Digitalisierung in unserem Land interessiert sind das ist der falsche Weg wir brauchen verstärkte Kooperation von Unternehmen etwa durch Anreize beim Ausbau der Infrastruktur wir brauchen die Mitnutzung von bestehenden Infrastrukturen wir brauchen die Mitnutzung auch von Kanalisationssystemen für die Verlehrung von Breitbandkabeln wir brauchen auch eine vorausschauende Breitbandverkabelung bei Neubauten oder die Verlegung von Leerrohren all dies all dies auch überirdische Breitbandtrassen etwa außerhalb von Ortschaften all dies ist Inhalt der Oppositionsanträge die zu diesen Themenkomplexen vorliegen hier liegen konkrete Maßnahmen auf dem Tisch und wenn es die Landesregierung ernst meint mit dem Inhalt der Regierungserklärung zumindest mit dem Namen der Regierungserklärung Digitalisierung dann sollten diese Maßnahmen auch endlich einmal umgesetzt werden Bürger und Mittelstand warten darauf das ist kein Klein-Klein meine Damen und Herren das ist die Grundlage für eine Digitalisierung Es gibt einen weiteren Antrag auch den will ich nicht unerwähnt lassen von Seiten der Piratenfraktion in der ein Internetministerium gefordert wird Herr Paul hat darauf hingewiesen ich will ganz klar sagen wir sehen als FDP diese Forderung sehr skeptisch wir sind der Auffassung es geht nicht hier um Strukturen es geht nicht um die Schaffung von neuer Bürokratie es geht nicht so sehr um Zuständigkeiten es geht darum dass wir tatsächlich was für die Menschen tun dafür haben wir die Möglichkeiten dafür brauchen wir keine Strukturen neue Bürokratien dafür brauchen wir endlich handeln von Seiten der Landesregierung und solche Maßnahmenpakete ich habe es bereits gesagt liegen auf dem Tisch solche Maßnahmenpakete sind in den Oppositionsanträgen enthalten und wenn die Landesregierung und wenn die sie tragenden Fraktionen nicht pauschal alle Initiativen die hier von der Opposition kommen in Bausch und Bogen ablehnen würden würden wir hier vielleicht auch mal ein Stück weiter vorwärts gehen denn es geht durchaus auch darum zu fragen wie wir bestimmte Perioden überbrücken können bis wir eine flächendeckende Breitbandversorgung überall haben können und da können auch solche Hinweise hilfreich sein wir sollten die nicht abtun und wir sollten sie nicht nur weil der falsche Briefkopf auf dem Antrag steht abwerten oder ablehnen ich bin der klaren Auffassung hier ist weit Potenzial nach oben entscheidend ist dass wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen ich will nicht auf alles nochmal eingehen was hier gesagt worden ist ich will nur ein paar Punkte aufgreifen die in der Debatte angesprochen worden sind Hochschulfreiheitsgesetz natürlich ist es so dass das Hochschulfreiheitsgesetz für die Innovationskraft unseres Landes eine unglaubliche Beförderung gegeben hat weil sie eben Menschen zurück nach Nordrhein-Westfalen geholt hat die abgewandert sind die nicht mehr in unserem Land bereit waren ihre Forschung zu treiben den Transfer in die Wirtschaft zu setzen und das alleine hat von der Innovationskraft unseres Landes her uns so weit nach vorne gebracht dass es geradezu despektierlich ist hier davon zu reden dass es keine Wirkung für die Selbstständigen und für die Unternehmen in diesem Land gebracht hat meine Damen und Herren natürlich ist es so dass wir wenn wir Bürokratie Folgekosten im Übrigen eine Initiative Herr Minister die ich durchaus honorieren möchte dass wir wenn wir Bürokratie Folgekosten hier ansprechen und wenn wir Bürokratie Folgekosten untersuchen wollen dass es dann aber dringend notwendig ist dass wir auch bestehende Gesetze dieser Untersuchung unterziehen und ich hätte ganz ehrlich gesagt nicht gedacht dass es möglich sein würde von meiner Seite aus bei dieser Debatte tatsächlich noch mal auf das Tariftreue und Vergabegesetz einzugehen Sie haben mir die Möglichkeit gegeben mit diesem Hinweis vielen Dank Herr Minister allein dieses Gesetz sollten Sie mal auf seine Bürokratie Folgekosten über untersuchen aber ich füge hinzu untersuchen Sie mal den Entwurf des Landesentwicklungsplans auf seine Bürokratie Folgekosten und zeigen Sie mir wenn Sie schon sagen dass hier von dieser Landesregierung ein Ja zur Industrie gesagt wird zeigen Sie mir mal in diesem Landesentwicklungsplanentwurf auf welcher Seite genau das steht das muss ich überlesen haben aber das kann mir ja auch mal passieren meine Damen und Herren Bildung Schule ist angesprochen worden wir müssen die Medienkompetenz in diesem Land natürlich steigern auch da ist einiges gesagt worden dem ich ausdrücklich beipflichte aber wir müssen unsere Schulen dann natürlich auch in die Lage versetzen durch die Ausstattung durch die technische durch die sachliche Ausstattung es kann doch nicht richtig sein dass Schüler im Medienunterricht immer noch Zeitungsausschnitte zusammenstücken so sehr ich die Zeitungslektüre schätze aber das ist doch nicht mehr in der heutigen Zeit angekommen das ist die Realität in den Schulen Frau Löhrmann und da müssen wir doch dahin kommen dass dort die da müssen wir doch dahin kommen dass da die Voraussetzungen geschafft werden es kann helfen wenn wir den Schulen ein bisschen besser zuhören wenn wir den Schulen ein bisschen mehr Freiheit überlassen und wenn wir auch den Kindern und den Jugendlichen in dem Zusammenhang ein bisschen mehr zuhören dann können wir vielleicht als Land auch die Rahmenbedingungen setzen die notwendig sind um hier vielleicht auch mal die Probleme besser anzufassen und ein Verständnis für die Digitalisierung direkt von ganz unten her aufzubauen und letztlich will ich noch sagen bei dem Thema Startups wir haben es gestern debattiert das ist völlig richtig Herr Schmelzer aber in welcher Arroganz Sie hier Sie sich hier verhalten haben was die was die Antwort auf die Einlassung von Christian Lindner angeht das spottet wirklich jeder Beschreibung das spottet wirklich jeder Beschreibung es ist in der gestrigen Debatte und wenn Sie mir zugehört hätten hätten Sie die Position dieser Fraktion dieser FDP Fraktion auch gehört dass wir sehr wohl sehr wohl diese Initiative positiv sehen weil Sie nämlich Möglichkeiten zur Schaffung von mehr Wagniskapital gerade in der Wachstumsphase von Unternehmenschaft aber dass wir sehr wohl auch sehen dass es keine Fehlentwicklung im Hinblick auf die Steuerpolitik was Ausnahmen von Ausnahmen angeht sehen nur wir müssen natürlich auf jeden Fall hier dafür sorgen dass mehr Wagniskapital in die deutschen Unternehmen kommt denn das Problem ist doch dass ansonsten das Wagniskapital aus den USA kommt unter den Bedingungen dass diese Unternehmen in die USA abwandern und dann haben wir hier in Deutschland eben überhaupt nichts gewonnen reden Sie doch mal mit Ihrem eigenen Bundeswirtschaftsminister der sieht das nämlich inzwischen genauso und vielleicht sollten Sie bevor Sie hier mit aller Arroganz auf solche Dinge antworten sich mal umfassend informieren Herr Schmelzer ich kann nur leider festhalten diese Regierungserklärung war für mich eine Enttäuschung sie hat lediglich den Ist-Zustand beschrieben die Digitalisierung wird nicht nur riesige gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen sie wird nicht nur riesige Veränderungen für die Wirtschaft mit sich bringen ich füge hinzu sie bringt Veränderungen mit sich und das ist mir hier an dieser Stelle heute ein bisschen zu kurz gekommen die wir alle wie wir hier versammelt sind noch gar nicht in ihren Konsequenzen abschätzen können und da teile ich ausdrücklich auch die Sorge dass diese Entwicklungen erhebliche Auswirkungen auf zum Beispiel auch den Arbeitsmarkt haben werden und umso wichtiger ist es umso wichtiger ist es dass die Politik hier Antworten gibt dass die Politik übrigens auch permanent konkrete Antworten gibt und permanent auch in Bewegung bleibt denn die Digitalisierung zeichnet sich eben durch diese permanente Bewegung aus bisher sehe ich konkrete Initiativen hier nur von Seiten der Opposition ich hätte mir hiervon mehr gewünscht das war unterm Strich wirklich eine Enttäuschung vielen Dank Vielen Dank Herr Kollege Bombes Sie haben von den zusätzlichen 6 Minuten 40 eine Minute 30 genutzt und der nächste Redner ist für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Herr Kollege Beute Ja Frau Präsidentin liebe Kolleginnen und Kollegen wir haben uns ja heute schon intensiv über unsere digitalen Biografien unterhalten ich habe noch ein bisschen zurückgeguckt es ist etwas mehr als 25 Jahre her dass Tim Berners-Lee sein erstes Konzept für ein World Wide Web vorstellte es sind 21 Jahre seit Al Gore seine Rede zum Information Superhighway hielt und darin ausführte dass die globale Informationsinfrastruktur größere Implikationen für unsere Gesellschaft haben werde als Fußball es sind gut 15 Jahre dass Boris Becker fragte bin ich da schon drin oder was und damit Millionen Deutsche ins Internet führte es sind 10 Jahre dass heute dominierende Plattformen wie YouTube oder auch Facebook ans Netz gegangen sind und es sind eigentlich auch erst 5 Jahre in denen Smartphones den Massenmarkt für das mobile Internet bereitet haben liebe Kolleginnen und Kollegen ich werde in diesem Jahr 30 Jahre alt und wenn ich mir dann anschaue dass dieser digitale Wandel sich allein in meiner Lebensspanne ereignet hat dann zeigt das für mich wie unfassbar schnell dieser Prozess mit all seinen gesellschaftlichen Implikationen vonstatten geht und sich ereignet die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft so schnell und so tiefgreifend dass vielen Menschen dass sie vielen Menschen immer noch eher als Bedrohung erscheint denn als Chance und wir sollten uns immer wieder vor Augen führen dass hier tatsächlich etwas mit unserer Gesellschaft passiert seit den Snowden-Enthüllungen fehlt vielen Menschen die digitale Utopie das Internet lebt aber davon dass es große Ideen dass es Menschen gibt die große Ideen haben dass sie den Mut finden sie auszuprobieren oder zumindest den Mut darüber zu sprechen und schon alleine deswegen war es so wichtig ist es so wichtig dass wir diese Debatte hier heute führen und dann schauen wir uns an was haben wir in den vergangenen Stunden hier von der Opposition erlebt das zeigt deutlich wie wenig sie vom digitalen Wandel verstanden haben die Gestaltung des digitalen Wandels braucht Weitsicht Sie mögen uns das Gegenteil vorwerfen aber Sie agieren kleinkariert Sie agieren kleinkariert Sie stellen sich das Internet vor wie so eine Art digitale Vorstaatssiedlung mit Jägerzäunchen und Heckenrosen dazwischen ein paar digitale Gartenzwerge das Internet das ist aber viel mehr es ist eine Milliardenmetropole über alle Grenzen hinweg das haben Sie nicht verstanden das hat Herr Laschet nicht verstanden das hat Herr Lindner nicht verstanden denn Sie führen sich hier auf wie die Onlineplatzwarte die auch schauen dass jeder seine Hecke gleich hochgeschnitten hat Sie haben die Digitalisierung Herr Laschet und Herr Lindner Sie haben die Digitalisierung erst vor ein paar Wochen recht plötzlich entdeckt aber auch in diesen paar Wochen sind die Unterschiede schon sehr sehr deutlich geworden bei Herrn Laschet ist es so da sieht man den Unterschied wir als Rot-Grüne Koalition wir wollen den digitalen Wandel weil er Gutes für die Menschen bringen kann Sie wollen den digitalen Wandel Sie wollen von der CDU wollen den digitalen Wandel weil Sie sich mehr Daten für Ihre Überwachungsfanatiker aus dem Innenausschuss erhoffen und bei Herrn Lindner da war ich heute Morgen tatsächlich ganz fasziniert Sie haben wieder einmal Konzepte Sie haben Konzepte für das digitale Zeitalter eingefordert aber wenn man Sie dann nach Ihren Konzepten gefragt hat dann steigen Sie runter in den Keller und holen die alten Schellackplatten raus Geschichten wie wir gehört haben Abbau von gesetzlichen Regelungen Abbau von Vorschriften das gute alte Tariftreue und Vergabegesetz mir fehlte heute eigentlich nur das Nichtraucherschutzgesetz dass das die Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen hemmen würde liebe Kolleginnen und Kollegen mir tut da ehrlich gesagt die FDP-Fraktion leid die sich diese ewig gleichen Versatzstücke bestimmt noch viel häufiger anhören muss als wir hier im Plenum liebe Kolleginnen und Kollegen wenn wir heute über Ideen sprechen dann auch über die Hoffnung die der digitale Wandel geweckt hat erinnern wir uns das ist erst wenige Jahre her an die Freiheitsbewegung des arabischen Frühlings verstehen wir das Internet endlich als den urdemokratischen Raum der es ist der auch unseren bekannten demokratischen Werkzeugen zu neuem Schwung verhelfen kann und dann lässt sich nämlich auch umtrieben wie Pegida und Konsorten viel stärker begegnen Applaus das Internet bringt noch etwas weiteres Entscheidendes mit sich die Trennung zwischen oben und unten zwischen Sender und Empfänger ist aufgehoben jeder kann mit einem Klick etwas veröffentlichen manche Blogger haben mehr Reichweite im Netz als wir alle hier zusammen und wer sich dieses wer sich dieses digitalen Wandels in all seinen Facetten annimmt so wie wir das tun der stellt die Chancen die Hoffnungen die Utopien von einem besseren Leben im digitalen Zeitalter in den Mittelpunkt seines Handelns er lässt aber auch die Menschen nicht allein ich fand es wichtig und ich fand es gut das sage ich wirklich an alle Kolleginnen und Kollegen die sich in dieser Debatte beteiligt haben dass alle deutlich gemacht haben wir nehmen die Menschen mit wir wollen die Menschen mitnehmen wir wollen ihre Befürchtungen ernst nehmen viele Fragen was wird aus meinem Arbeitsplatz wie kann meine Firma mit dem digitalen Wandel Schritt halten sind meine Daten noch sicher werden meine Kinder gemobbt ich finde diese Fragen haben alle ihre Berechtigung und ich kann die Vorwürfe dass wir das breit diskutieren wollen mit der ganzen Gesellschaft das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen das finde ich überhaupt nicht verwerflich das finde ich richtig liebe Kolleginnen und Kollegen die Angst um die Privatsphäre im digitalen Zeitalter auch das ist heute mehrfach gekommen die Angst um den Schutz der eigenen Daten in einer Zeit in der Daten gleichermaßen Rohstoffe und Ware sind in einer ganz anderen Zeit als bei den Lochkarten als das deutsche Datenschutzrecht etabliert wurde da ist diese Angst einfach groß und sie es ernst zu nehmen deshalb wollen wir die damit verbundenen Diskussionen auch offensiv führen es kann nicht sein meine Damen und Herren dass über 500 Millionen Menschen in Europa den Datenkraken eine der prominentesten ändert in diesen Tagen wieder ihre Geschäftsbedingungen dass 500 Millionen Europäerinnen und Europäer diesen Datenkraken schutzlos ausgeliefert sind weil Frau Merkel in Brüssel die Datenschutzgrundverordnung blockiert maximaler Datenschutz ist das Gebot der Stunde und damit lassen sich auch erfolgreiche Geschäftsmodelle etablieren der digitale Wandel liebe Kolleginnen und Kollegen ist aber eine heraus ist nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung an sich er ist auch er bietet auch Lösungsansätze für viele Fragen mit denen wir heute konfrontiert sind etwa auch für die Gestaltung des ländlichen Raums um den Herausforderungen zu begegnen mit denen der ländliche Raum konfrontiert ist wir erleben heute dass immer mehr Städte in ihrer Struktur bedroht sind Versorgungssicherheit ist längst zur Überlebensfrage dörflicher Strukturen geworden und es ist ein ganz zentraler Ansatz grüner Politik schon immer gewesen dass Menschen auch bei Alter bei Pflegebedürftigkeit solange es eben geht selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können dafür bieten digitale Technologien Möglichkeiten die wir vor 10 vor 15 Jahren noch nicht mal erträumt hätten gerade im ländlichen Bereich schlägt sich die alternde Gesellschaft nieder gerade dort sehen wir dass wir wie groß die Herausforderungen sind heute haben wir 550.000 pflegebedürftige Menschen ihre Zahl wird sich bis 2050 nahezu verdoppeln ihnen ein selbstbestimmtes Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen daran arbeiten verschiedene Forschungsprojekte ich hatte kürzlich das Vergnügen eines dieser Projekte zu besuchen das Projekt Cockney Home am CITEC an der Uni Bielefeld ich bin stolz darauf dass wir hier in Nordrhein-Westfalen bei uns in NRW solche Spitzenforschung zu solchen Zukunftsfragen haben gerade im ländlichen Raum stellen sich besondere Herausforderungen durch den Fachkräftemangel im Gesundheitssektor es fehlen in NRW über 4.000 Fachkräfte in diesem Bereich und da setzt der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien an Altersgerechte Assistenzsysteme bieten älteren Menschen Unterstützung in ihrem Alltag sie helfen älteren Menschen auch bei nachlassender Mobilität bei steigendem Unterstützungs- und Pflegebedarf in ihrer häuslichen Umgebung zu verbleiben sei es wenn der digitale Helfer darauf achtet dass beim Verlassen der Wohnung der Herd dann auch wirklich aus ist oder Alarm schlägt wenn man gestürzt ist und der Ausbau dieses Sektor wird zu mehr Selbstbestimmtheit für ältere und pflegebedürftige Menschen führen und es ist deshalb so richtig dass die Landesregierung diesen Sektor weiter vorantreibt etwa durch die Vernetzung guter Praxisbeispiele aber auch dadurch dass einfach Diskussionen ermöglicht werden dass Bewertungen von Ideen ermöglicht werden dass Informationen über Fördermöglichkeiten online auf einer digitalen Landkarte zugänglich gemacht werden meine Damen und Herren die Vernetzung des Gesundheitswesens schreitet voran ich finde das unter diesem Aspekt Selbstbestimmung eine unglaublich spannende Diskussion wenn wir uns anschauen alle Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken und Pflegeeinrichtungen werden sukzessive vernetzt Informationen und Daten werden ausgetauscht dann haben wir natürlich sofort die Diskussion über höchste Datenschutzstandards deswegen brauchen wir nicht nur hohe Standards wir brauchen von Anfang an Transparenz und Beteiligung damit dieser Prozess besser gelingt als etwa bei der elektronischen Gesundheitskarte denn das vernetzte Gesundheitswesen ist eben kein Selbstzweck sondern es ermöglicht eine qualitativ bessere Versorgung für die Patientinnen und Patienten jedenfalls dann wenn es richtig gemacht ist und an dieser Stelle gilt der alte Grundsatz Technik muss dem Menschen dienen die Technisierung im Gesundheitsbereich darf nicht dazu führen dass es eine neue Überwachungsstruktur gibt darf nicht dazu führen dass es Bevormundungen gibt ein Avatar ersetzt sicherlich keine menschliche Zuneigung auch wenn er im Alltag viel hilft aber an anderen Stellen wenn ich mir etwa überlege eine Bürgerplattform im Netz die einen ehrenamtlichen Besuchsdienst organisieren kann dann sehe ich da einfach ein enormes Potenzial für diese Frage selbstbestimmt als werden im ländlichen Raum und da sind es dann auch Anwendungen die wir voranbringen wollen die dann aber für die Betroffenen leicht intuitiv und barrierefrei zu bedienen sein sollen erst recht natürlich für die Silversurfer Ich finde es gut dass es diese vielen Projekte gibt über die wir heute gesprochen haben auch das beeindruckende Projekt Telematik in der Intensivmedizin aus Aachen das gibt die Richtung vor Spezialistinnen und Spezialisten sinnvoll zusammenzuführen damit auch Patientinnen und Patienten entlastet werden dass Transporte das Wege für sie reduziert werden es entsteht idealerweise eine wohnortnahe medizinische Versorgung die vielleicht so nach den Maßstäben wie wir sie heute kennen in Zukunft nicht mehr möglich wäre durch den Einsatz digitaler Technologien und ich möchte alle einladen an der Gestaltung dieses hochspannenden Prozesses aus meiner Sicht mitzuwirken Versorgungssicherheit das betrifft auch den Bereich von Gütern von Menschen zu transportieren in ländlichen Räumen auch wenn die heutigen Versorgungswege wie wir sie heute kennen unwirtschaftlich werden es braucht auch da kreative und pragmatische Lösungen und es gibt auch schon viele Möglichkeiten etwa wenn Busse nicht mehr nur Menschen sondern auch Güter transportieren etwa dadurch dass Paketdienste Apps anbieten mit deren Hilfe Privatpersonen Pakete auf ihren ganz normalen Fahrten mit transportieren können alles das bietet Ansätze um Versorgungssicherheit im ländlichen Raum zu gewährleisten herzustellen es bieten sich digitale technologische Ansätze Menschen und Dienstleistungen zu vernetzen und wenn aus dem realen Tante-Emma-Laden mal ein Discounter werden konnte im Dorf dann wird es doch wohl auch möglich sein dass wenn dieser Discounter sich nicht mehr lohnt wieder ein digitaler Tante-Emma-Laden entstehen kann Liebe Kolleginnen und Kollegen wenden wir uns einem von den Dörfern ein Stück weit weg in die Smart Cities wir haben dazu heute auch spannende Impulse gehört in der Debatte was in den Dörfern gilt, gilt natürlich in den Städten genauso Smart City ist eine Vision ist eine Idee als für eine kluge Vernetzung von Innovation und Ressourcenschutz ein verstärkter Einsatz von Sensorik von Big Data Anwendungen lässt sich etwa nutzen um die Abfallentsorgung Versorgung auch der Städte effizienter und ressourcenschonender zu gestalten intelligente Lösungen von Verkehrsströmen Vernetzung von Autofahrern auch die Ermöglichung gerade auch die Ermöglichung alternativer Mobilität durch digitale Anwendungen alles das lässt sich mit digitaler Technologien angehen und dafür wollen wir in den nächsten Jahren den Rahmen schaffen damit Nordrhein-Westfalen diese Chancen nutzen kann wir streiten dann aber auch und auch das ist mehrfach angesprochen worden wir streiten dann aber auch für einen Rechtsrahmen bei dem der Datenschutz in diesem Zusammenhang höchste Priorität genießt höchste Priorität einnimmt Sascha Lobo hat kürzlich das Bild bevormundet durch die Zahnbürste gezeichnet das ist nicht unsere Vision wenn der 100 Jahre alte Schließzylinder durch einen elektronischen Mechanismus ersetzt wird dann zieht das natürlich Sicherheitsfragen nach sich Sicherheitsfragen die etwa am Cybercrime Kompetenzzentrum beim Landeskriminalamt bereits jetzt bearbeitet werden es ist gut dass wir uns an dieser Stelle schon auf den Weg machen liebe Kolleginnen und Kollegen auch im Bildungsbereich bieten digitale Lernformen heute schon eine wichtige Säule für Bildungsinnovationen in Nordrhein-Westfalen digitales Lernen wird mit Sicherheit in absehbarer Zeit den gewohnten Präsenzunterricht nicht vollständig ersetzen da bin ich mal ziemlich sicher Frau Ministerin aber wir werden natürlich auch über diese es ist auch nicht wünschenswert genau wir werden aber natürlich über Formen des digitalen Lernens weiterhin miteinander diskutieren müssen weiterhin auch miteinander streiten müssen ich finde wir sollten Formen wie Massive Open Online Kurses zumindest im Auge behalten als alternative Formen als Formen die auch substituieren können eine Bildungslandschaft das finde ich einfach hochspannende Prozesse und wir haben uns ja heute auch an ganz vielen Stellen einfach berichtet was für uns wichtige Diskussionsfragen sind und wichtige Punkte sind wo wir glauben dass es einfach lohnt weiterhin die Debatten darüber zu führen und nicht nur zurückzuschauen was wir seit 2010 alles schon geschafft haben in diesem Land um den digitalen Wandel im Bildungsbereich auch mit zu gestalten denn da ist ja auch einiges zusammengekommen Stärkung von Learnline Stärkung auch von offenen und freien Bildungsmaterialien auch Trends wie Gamification sind aufgenommen Bildung ist die Voraussetzung schlechthin für einen selbstbestimmten aber auch kritischen und selbstbewussten Umgang mit Medien ich nenne da auch bewusst nochmal den Medienpass NRW als ein Erfolgsmodell von ihm profitieren inzwischen tausende Schülerinnen und Schüler und er wird in diesem Jahr noch auf die ganze Sekundarstufe 1 ausgeweitet ich wünsche mir dass sich mehr Schulen für den sinnvollen Ansatz bring your own device öffnen Herr Lindner hat vorhin wieder diese Debatte aufgemacht stellt jedem Kind ein Laptop hin und schon haben wir digitale Bildung und alles wird gut das hat uns die letzten 20 Jahre nicht weitergebracht und ich finde wir sollten einfach ausloten wie schaffen wir Bedingungen wie können wir Prozesse vor Ort unterstützen etwa damit es mehr WLAN in den Schulen gibt denn Bildung schafft natürlich die Zugänge Bildung befähigt zu sozialer und politischer Teilhabe und das ist mir auch eine zweite Herzensangelegenheit für eine digitale Bürgergesellschaft da geht es nicht weniger um die Neudefinition des Verhältnisses von Staat und Bürger da geht es um die Frage wie gestaltet sich dieses Verhältnis im digitalen Zeitalter aus viele von Ihnen wissen dass das eine Frage ist die mich schon seit vielen Jahren sehr intensiv bewegt hat das gilt für einen sehr konkreten Rahmen wie etwa E-Government die Landesregierung wird noch in diesem Jahr ein E-Government-Gesetz einbringen das ist gut so übrigens viele von den Kritikpunkten die Herr Laschet und Herr Lindner heute formuliert haben stehen genau so im Bundesgesetz zum E-Government drin das hat damals die schwarz-gelbe Bundesregierung noch beschlossen von daher geht da auch ihre Kritik einfach mal wieder ins Leere aber wir werden natürlich darüber noch deutlich hinausgehen weil wir der Überzeugung sind E-Government bringt Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger denn Verwaltung muss für die Bürgerinnen und Bürger da sein wer individuell ständig erreichbar ist empfindet es doch völlig zu Recht als Anachronismus wenn er zwei Stunden auf dem Behördenflur warten soll wir haben wir haben liebe Kolleginnen und Kollegen da auch als grüne Fraktion in den gerade im letzten Jahr einige Bewegung ins System reingebracht wir haben mit unserer Fraktion die Internetangebote aller 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen getestet auf ihren Bürgerservice auf ihre Angebote auf ihre Transparenz wir konnten sehen in NRW wird auf kommunaler Ebene viel gemacht es wurde viel erreicht aber es gibt noch auch jede Menge zu tun der grüne Online-Check hat an der Stelle Bewegung ins System in die Landschaft reingebracht das nehme ich für uns schon in Anspruch es haben sich viele Kommunen bei uns gemeldet haben auch konkret Änderungen angekündigt und ich bin mir auch sicher dass es auch darüber hinaus noch viel mehr Orte gibt wo viel mehr passiert ist das E-Government-Gesetz bringt aber nicht nur eine serviceorientierte Verwaltung wir wollen die technischen wir wollen auch die technische Verwaltungsmodernisierung im Auge behalten denn wenn wir uns die ganze Frage anschauen die ganze Diskussion anschauen wie wird eigentlich wie wird Innovation vorangebracht dann sehen wir auch im IT-Bereich dass es Beispiele gibt etwa Estland wo gerade durch den öffentlichen Sektor Innovationen auch vorangebracht wurden durch öffentliche IT das kann man sich bei einigen Projekten die in Deutschland in den letzten Jahren gehörig vor die Wand gefahren wurden gar nicht unbedingt vorstellen aber wenn wir da von den guten Staaten lernen die da vorangegangen sind dann werden wir auch in Deutschland auch in Nordrhein-Westfalen öffentliche IT als Top-Runner positionieren können wir gehen da kleine Schritte beispielsweise wenn ich mir anschaue das mit unserem E-Government-Gesetz jede Behörde jede öffentliche Stelle in Zukunft verschlüsselte Kommunikationskanäle anbieten muss denn jede Bürgerin und jeder Bürger hat in unserem Land natürlich ein Recht darauf dass sie seine Daten ein höchstes Maß an Schutz genießen wenn er sich an die Verwaltung wendet und unser Anspruch ist nach wie vor den Einsatz freier und offener Software auch in der Verwaltung auszubauen aufzubauen dafür haben wir uns im Koalitionsvertrag schon verabredet wir wollen Vertrauen wiederherstellen wir wollen auch das ist mehrfach gefallen Forschung für sichere IT bei uns in Nordrhein-Westfalen stärken nicht zuletzt auch durch die Leitmarktwettbewerbe wir wollen Unternehmen unterstützen die sich und ihre IT sicher und modern aufstellen wollen und wir wollen dass Nordrhein-Westfalen unter Rot-Grün zum Land der sicheren IT wird liebe Kolleginnen und Kollegen zweiter Punkt für die digitale Bürgergesellschaft ist der ganze Bereich Open NRW er ist hier jetzt an vielen Stellen so ein bisschen als Luxusprodukt dargestellt worden die zweite Säule unserer Bemühungen für die digitale Bürgergesellschaft ist Open NRW wir haben diesen Prozess Herr Lindner wir haben diesen Prozess seit 2010 vorangetrieben die Landesregierung hat im letzten Jahr bereits ihre Open Government Strategie beschlossen und nur weil sie es offensichtlich sich nicht rausgesucht haben wie sehr wir in den letzten Jahren an den wie sehr wir in den letzten Jahren an Open Government gearbeitet haben wie groß die Fortschritte auch waren wie groß die Diskussionen auch waren die wir da geführt haben dann sehen sie einfach dass sie sich da nicht mit beschäftigt haben in der richtigen Weise wir haben dafür Geld bereitgestellt wir haben das Portal im Auftrag gegeben das Portal wird in zwei Monaten etwa in Betrieb gehen und wenn sie ja sie haben danach gefragt Herr Kollege sie haben danach gefragt ich habe nicht gesagt ja gut ich habe jetzt eine Zahl in den Raum gestellt wir haben uns auf das erste mein Stand ist das erste Quartal 2014 ja 15 sorry ja 14 wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen aber natürlich ist so ein Prozess auch in Ordnung denn wenn sie fragen wenn sie fragen warum dauert so ein Prozess länger dann liegt das natürlich daran dass wir den Anspruch haben dass Open Government von unten wachsen kann dass Verwaltungen mitgenommen werden das ist auch eine kulturelle Frage ich weiß sie haben irgendwie immer ein Problem mit allen öffentlichen Stellen aber es gibt nun mal sowas wie eine Verwaltungskultur und es ist auch in Ordnung dass es die gibt und dafür wollen wir die Menschen dann auch mitnehmen das ist für uns selbstverständlich als rot-grüne Regierung wir haben mit der Open Government Strategie die richtigen Prozesse definiert wir haben mit dem Haushalt 2,5 Millionen bereitgestellt wir werden die Vorarbeiten aus den letzten Jahren nutzen um aus dem Informationsfreiheitsgesetz ein Transparenzgesetz zu machen einen festen Rahmen für Open Data hier bereitzustellen denn die digitale Bürgergesellschaft setzt natürlich Zugänge voraus zum Internet Zugänge zum Internet voraus öffentliche WLANs sind hierbei eine ganz wichtige Säule wir haben eine Situation dass sich alleine bis 2018 der mobile Datenverkehr verzehnfachen wird eine zentrale Rolle spielt dabei Freifunk hunderte Menschen sind inzwischen in den Initiativen vor Ort unterwegs vor Ort aktiv das ist ein unglaublich anerkennenswertes Engagement wir diskutieren deshalb ja auch hier darüber auch interfraktionell darüber wie können wir dieses Engagement stärken wie können wir auch gute Initiativen nach vorne stellen wir haben das bereits getan indem wir seit 2012 auf den Seiten des Breitbandconsultings für die Freifunkinitiativen auch eine Möglichkeit bereitstellen sich darzustellen auch für ihre Anliegen zu werben wenn man sich dann ein gelungenes Beispiel anschauen will dann finde ich es ganz interessant oder fand ich es unglaublich interessant dass man dafür ausgerechnet nach Arnsberg muss denn Arnsberg ist tatsächlich die Gemeinde die ihre ganze Innenstadt inzwischen unter einem Bürgernetz einem Freifunknetz stehen hat und das ist einfach unglaublich beeindruckend wieder aus zivilgesellschaftlicher Initiative wieder auch aus bürgerschaftlichem Engagement mit einer Unterstützung natürlich auch der Kommunalpolitik so etwas Tolles gewachsen ist natürlich brauchen wir dafür auch Rechtsklarheit nach wie vor das Thema Störerhaftung ist mehrfach gefallen wir setzen uns im Bund weiterhin für diese Rechtsklarheit ein für eine echte Abschaffung der Störerhaftung aber das ist ja nur eine Fragestellung die Störerhaftung ist nur eine Fragestellung wir wollen auch weiterdenken lassen Sie uns etwa nachdenken über solche Projekte wie WLAN im ÖPNV es gibt dazu erste Sachen im Münsterland erste Projekte wo es im Münsterland funktioniert ich würde mir einfach wünschen dass wir da weiterkommen auch in diesen Diskussionen und auch Prozesse vor Ort mit anstoßen können meine Damen und Herren Samuel Beckett hat einmal gesagt ever tried, ever failed no matter, try again fail again, fail better wenn ich mir unsere Debatte zum Breitbandausbau heute Morgen vor Augen führe dann ist da doch ziemlich viel fail again bei der Opposition zu hören gewesen denn es ist doch so dass sich andere Länder im Moment dafür abfeiern lassen dass sie gerade den letzten weißen Fleck mit zwei Mbit versorgt haben es ist bei uns seit Jahren kein Thema mehr dieses Thema ist seit Jahren für uns erledigt es ist doch so dass Bayern von der Realisierung seiner großspurigen Ziele noch viel weiter entfernt ist als eine letzte Meile und es ist doch auch so dass Dobrindt immer noch auf der Bundesebene der Minister für Hochglanzfotos schöne Ankündigungen und digitale Zauberei ist aber keinen Cent für den Breitbandausbau rausrückt deshalb deshalb bleibt es bei unserer Forderung wir brauchen eine faire Verteilung der Frequenzerlöse wir brauchen aber darüber hinaus auch ein Bundesprogramm das über die digitale Dividende hinausgeht und damit das alles möglich wird brauchen wir ein echtes Netz wir brauchen eine starke Sicherung der Netzneutralität denn sie ist Grundbedingung für ein freies und offenes Internet wenn ich jetzt zum Schluss noch einmal zurückblicke auf die Debatte dann fällt mir ein dass bei Herrn Laschet und Herrn Lindner und auch bei Herrn Dr. Paul Kritik war an der Überschrift der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin das ist das spricht eigentlich das zeigt eigentlich nur sie denken sie denken in Überschriften wir denken in Konzepten bei der CDU bei der CDU ist es oft so das Denken reicht nicht bis zu Megaherz das Denken bleibt bei Doppelherz stehen die FDP stört sich an mega stark Herr Lindner wäre gerne der Transformer Megatron aber auch das passiert nicht und bei der Piratenfraktion ich finde es ist nicht in Ordnung es ist nicht ausreichend dass ihnen immer noch wieder nur ihr Ladenhüter Internetministerium eingefallen ist anstatt dass sie endlich die Digitalisierung als Querschnitt über alle Bereiche begreifen da ist von ihrer angeblichen Innovationskraft eben auch nichts mehr übrig das sind die Unterschiede das sind die Unterschiede zwischen der Opposition und zwischen der Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen meine Damen und Herren wir wollen keine Spaltung zwischen denen die sich Sicherheit im digitalen Zeitalter leisten können und denjenigen die das nicht können deshalb setzen wir auf das Land der sicheren IT und des Datenschutzes wir wollen keine digitale Spaltung zwischen Land und Stadt deshalb setzen wir auf intelligente Städte und Dörfer auf unsere smarte Heimat deshalb liebe Kolleginnen und Kollegen wir wollen keine politische Spaltung in unserem Land deshalb setzen wir auf die digitale Revitalisierung unserer Demokratie Kleinkrämerei wie wir sie heute in viel zu vielen Beiträgen gehört haben können wir dabei nicht gebrauchen wir wollen die Menschen in unserem Land begeistern ihre Ideen für die Zukunft einzubringen für unser digitales NRW der Zukunft einzubringen und alle die das heute verstanden haben die möchten wir gerne mitnehmen die möchten wir gerne einladen an diesem digitalen NRW mitzuarbeiten herzlichen Dank vielen Dank Herr Kollege Bolten für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Marsch vielen Dank ja vielen Dank Herr Präsident liebe Kolleginnen und Kollegen verehrte Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause sehr sehr geile Regierungserklärung ich möchte was zum Thema Schule und zum Thema Bildung sagen und zwar bin ich den Kollegen Bombis und wollte durchaus dankbar dass ein Teil zum Thema Bildung gekommen ist bei vielen der Redebeiträgen bin ich ein bisschen geschockt dass in den Erwiderungen die Wirtschaft so viel vorkommt der Breitbandausbau so viel vorkommt alles gut aber viel zu wenig über die über die Wurzeln der digitalen Chancen der digitalen Teilhabe geredet wird und das ist die Nutzung des Digitalen in der Bildung Politik ist das lange und langsame Bohren dicker Bretter das ein Satz von Max Weber und der wird auch hier im Haus Tag aus und Tag ein immer wieder belegt noch zu Beginn dieser Legislatur war Ihnen Frau Ministerpräsidentin das Thema Einsatz digitale Medien in Schulen in der Regierungserklärung nicht ein einziges Wort wert und auch Frau Ministerin Lörmann hat das Thema in ihrer Erklärung im zuständigen Schulausschuss im Jahr 2012 nicht mit einer einzigen Silbe erwähnt umso mehr finde ich es gut dass Ihnen heute der digitale Wandel in der Bildung plötzlich so wichtig ist dass Sie ihn sogar als Einstieg in Ihre Regierungserklärung verwenden seit 2012 haben wir Piraten dieses Thema hier immer wieder auf die Agenda gesetzt wir haben Initiativen gestartet und wir freuen uns natürlich jetzt umso mehr dass dieses dicke Brett anscheinend endlich durch Bord scheint und dass das Thema digitales Lernen bei den Zielen der Regierung vorne steht der Raubmordkopie sei Dank und Herr Schmelzer auch wenn Sie es nicht verstehen das ist halt supergeil allerdings wurde es auch höchste Zeit denn die bisherige Regierungsbilanz in diesem Bereich ist einfach nur ich kann es nicht anders sagen erbärmlich was haben Sie nämlich schon gemacht Sie haben grafikfähige Taschenrechner eingeführt in der Oberstufe verbindlich und damit haben Sie einen Beschluss der Kultusministerkonferenz mit dem Titel Medienbildung in der Schule umgesetzt grafikfähige Taschenrechner Technologie aus den 80er Jahren des letzten Jahrtausends Really? Die Fachleute sind Sturm gelaufen wir haben Ausnahmeregelungen erkämpft um den Einsatz von Laptops und Tablets zu erlauben aber selbst die scheinen und da müssen wir uns tatsächlich an die eigene Nase fassen untauglich zu sein denn die Fachleute haben die Ausnahmen bei der folgenden Anhörung zu unserem Antrag Bildungsinnovation 2020 als eins der größten Hemmnisse ihrer eigenen IT-Arbeit bezeichnet Sie verzichten auf die EU-Fördermöglichkeiten aus dem Programm digitale Bildung öffnen aber genau mit dieser Initiative will die EU-Kommission doch die digitale Kompetenz an Schulen fördern Sie wollen sich hier nicht auf Ziele für die gemeinsame Strategie mit dem Bund zum digitalen Lernen festlegen und vorauseilend versicherten Sie uns Frau Ministerin dass sich die Landesregierung doch ohnehin schon für die von uns formulierten Ziele einsetzt Am 24. November noch allerdings konnten Sie im Ausschuss keine Angaben machen zum Sachstand bei der gemeinsamen Strategie man habe halt man habe halt nichts gehört und trotzdem irgendwie die Befürchtung dass im Rahmen der digitalen Agenda das digitale Lernen in den Hintergrund rücken würde in Wahrheit aber hatte die Bundesbildungsministerin bereits Anfang November vermelden lassen dass ein Expertengremium zu diesem Thema die Arbeit aufgenommen habe da stellt sich mir doch die Frage ob das Thema digitales Lernen bei dieser Landesregierung tatsächlich in den richtigen Händen liegt aber Frau Ministerin das ist gar nicht böse gemeint das Schulministerium hat nun mal sehr viele Aufgaben und viele Fragen liegen ja auch weit verstreut in anderen Ministerien wo ich aber gerade so schön mit Ihnen oder zu Ihnen rede kann ich noch anfügen dass in der Pressekonferenz am 15. Januar Sie angekündigt haben und ich zitiere zum gesamten Feld digitales Lernen werde ich Sie wenn unsere Pläne konkretisiert sind gesondert informieren in meinen Ohren klingt das ein klitzekleines bisschen besser als die kontinuierliche Weiterentwicklung und Bearbeitung der fünf Handlungsfelder die Sie sonst immer beschworen haben aber damit ist doch nicht getan konkretisieren Sie endlich Ihre Pläne denn das tun Sie in dieser Regierungserklärung nämlich wieder nicht in in diesem Zusammenhang erlaube ich mir auch jetzt mal eine Empfehlung abzugeben reden Sie doch mal mit den Experten die keine unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen verfolgen reden Sie mit dem Chaos Computer Club mit Initiativen für offene Lernmittel mit Open Source Communities und wenn Sie da absolut Berührungsängste haben dann sitzen wir auch noch da fragen Sie uns wir freuen uns auf Ihre Fragen bisher präsentiert die Landesregierung bereits laufende Programme wie den Medienpass als die Antwort auf Herausforderungen beim Lernen mit Medien nichts gegen den Medienpass der hat seine guten Seiten durchaus aber dieses Angebot ist nun mal unverbindlich und so bleibt es nun mal auch jeder Schule selbst überlassen zu entscheiden ob der Medienpass zum Einsatz kommt oder nicht wie soll denn ein solches Angebot bitte helfen die Aufgabe zu erfüllen diese riesige Aufgabe dass jeder Schüler und jede Schülerin wie selbstverständlich Informationstechnologie im Unterricht nicht einsetzen können soll ganz ehrlich das ist so als wenn Sie das Glas Wasser hier in die Luft halten und sagen bitteschön jetzt kann jeder schwimmen lernen und wir wissen diejenigen die sich mit Bildung beschäftigen dass Laptopklassen doppelt so viele Anmeldungen wie Plätze haben und die Praxis zeigt doch dass die Eltern inzwischen erkannt haben dass das digitale Lernen für ihre Kinder unabdingbar ist für die gesellschaftliche Teilhabe aber die Landesregierung scheint das noch nicht ganz begriffen zu haben und am Ende höre ich in der Regierungserklärung auch noch das mit den fremden Federn da kann man sich schön mit schmücken aber die Weiterentwicklung der Learnline das geht auf unsere Initiative zurück Ihr Vorzeigeprojekt Logineo heute hier namentlich erwähnt wird von den Landschaftsverbänden entwickelt und bereitgestellt und jetzt anzukündigen dass man in der sowieso geplanten Novellierung der Lehrerausbildung dem Thema Medienbildung mehr Gewicht verleihen will das ist doch keine politische Großtat das sind die Vorgaben der Kultusministerkonferenz und die machen das ohnehin erforderlich und und es ist auch kein Ruhmesblatt wenn die Ministerin bei der Vorstellung der ICILS Studie feststellt dass es die Studie die Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülern untersucht wenn die Ministerin da feststellt dass nicht das Land sondern die Schulträger bei der Ausstattung von Schulen zuständig seien und gerade haben sie es ja nochmal wiederholt das mag nach den Buchstaben des Gesetzes richtig sein aber sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen ja da können wir auch nicht viel machen das ist supergeil und da muss man das Gesetz tatsächlich mal nehmen und muss es benutzen ausnutzen der Erziehungsauftrag der Schule beinhaltet nämlich nach § 2 Schulgesetz auch und ich zitiere Schülerinnen und Schüler werden befähigt verantwortlich am sozialen gesellschaftlichen am wirtschaftlichen beruflichen kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu gestalten und dazu gehört mehr und mehr die Fähigkeit webbasierte Medien nutzen zu können Informationen die im Internet verfügbar sind dass die eingeordnet werden können dass sie verarbeitet werden können deswegen steht doch im selben Paragrafen des Schulgesetzes die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen neuntens mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen die Verantwortung hierfür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen die liegt beim Land um aus dem Mittelalter bei der technischen Ausstattung von Schulen so sagt es der Verband Bildung und Erziehung um da herauszukommen ist es aber doch gar nicht notwendig dass man die Finanzierung der Schulträgeraufgaben jetzt auf den Kopf stellt und das Land alles übernimmt denn wenn der politische Wille vorhanden wäre dann stünde der Entwicklung nichts im Weg wenn das Land auf die Schulträger nur zugehen würde was lese ich dazu in der heutigen Erklärung leider gar nichts nach der Vorstellung der Studie ist auch das supergeil Kollege Klaus Kaiser sehe ich ihn gerade nicht aber Ehre wem Ehre gebührt hat in der Anhörung zu Bildungsinnovationen 2020 die durchaus berechtigte Frage gestellt was sollte für die Landespolitik in diesem Zusammenhang oberste Priorität haben die kommunalen Spitzenverbände haben geantwortet sie haben gesagt das Auflegen einer Strategie und ein Vorgehen mit allen Beteiligten den Startschuss dafür hatten wir uns nach der Vorstellung der Studie irgendwie erhofft aber was kommt von Ihnen nichts und auch das supergeil die Koordination der Entwicklung einer solchen Strategie und die Umsetzung einer solchen Strategie das wären doch Aufgaben eines von uns geforderten Internetministeriums übrigens genau so der Kollege Bolter hat es gerade angesprochen wie die beständige Förderung und Entwicklung einer offenen Infrastruktur aus Open Source Software aus offenen Standards Dateiformaten und Inhalten unter freier Lizenz Sie reden immer der Chancengleichheit das Wort der Bildungsgerechtheit aber die Ickels Studie hat ja genau gezeigt dass die Bildungsministerin hier eklatant verschläft von wegen kein Kind zurücklassen Sie leben so sehr in der Vergangenheit dass Sie die Gegenwart für die Zukunft halten und wer hier eine Regierungserklärung abgeben könnte die sich nicht anhört wie aus Zeiten in denen wir noch per Akustikkoppler ins Netz gegangen sind der würde auch verstehen wenn ich sage oh hier eine Regierungserklärung die ist aber weich sehr sehr geil vielen Dank Applaus Herr Kollege Masching vielen Dank ich möchte nur darauf hinweisen Sie haben es gerade für richtig gehalten sechsmal das Wort geil oder super geil zu verwenden ich halte das für sehr grenzwertig im Rahmen einer Parlamentsdebatte hier vor dem Hohen Haus so zu argumentieren und ich habe die herzliche Bitte ich habe die herzliche Bitte das in Zukunft einzustellen für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Schwert das Wort hat der Kollege Schwert Fangen Sie an Fangen Sie an Fangen Sie an wenn Sie es nicht unbedingt sagen würden wäre schön aber wir sollten anfangen oder habe ich etwas für über ich kann Sie kaum verstehen das ist ja laut also geschweige denn aber gut Fangen Sie mal an wären Sie vielleicht gerade so freundlich Verehrte Kollegen, Kollegen ich bitte um Ruhe für den Kollegen Schwert Herr Präsident herzlichen Dank dafür Frau Ministerpräsidentin eben war sie noch da hinten ist sie Frau Ministerpräsidentin sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream also ganz ehrlich ich komme ja nicht wirklich über diesen Slogan mit diesen Mega was wir da hören diesen Werbeslogan und so leid mir das tut auch ich muss da Friedrich Lichtenstein zitieren der sagte sinngemäß sehr sehr geil es ist großartig was Sie hier abliefern teilweise Hut ab Frau Ministerpräsidentin Sie sollten Ihre Werbeagentur wechseln nur für den Fall dass man es Ihnen nicht gesagt hat etwa um die Jahrtausendwende herum mit dem Pentium 3 haben die Prozessoren die Gigahertz Grenze überschritten und einen Speicher in Megabyte Größe findet man vielleicht noch in Haushaltsgeräten bei IT-Technik ist man einen Faktor eine Million weiter vielleicht sollten Sie von der Agentur ihr Geld zurückfordern Ihre Regierungserklärung erinnert mich an das Spiel Duke Nukem Forever das ist dadurch bekannt geworden dass es jahrelang man muss eigentlich eher sagen jahrzehntelang angekündigt worden ist und mehrfach den Vaporware Award gewonnen hat damit bezeichnet man Software die aus Ankündigungen besteht der Zweck ist klar heiße Luft verbreiten um die Konkurrenz einzuschrecken abzuschrecken und Features nicht implementieren müssen sondern ankündigen reicht aus ich habe auch an einen Fallobstkorb gedacht als ich die Regierungserklärung gehört habe das war so ein bisschen so wir gehen durch das Land und sammeln halt ein was uns an digitalen so vor die Füße gefallen ist ganz egal ob die Landesregierung irgendwas damit zu tun hat ganz egal ob die politischen Rahmenbedingungen irgendwas damit zu tun haben bei manchen Dingen muss man sogar sagen die haben sich trotz der politischen Rahmenbedingungen entwickelt Beispiel Freifunk ja wir haben mittlerweile sogar 1700 Freifunknoten in NRW aber sicherlich nicht weil die Rahmenbedingungen die politischen in Nordrhein-Westfalen so toll sind das Gegenteil ist der Fall das haben Leute gemacht trotz der Tatsache dass sie sich auf rechtlich dünnem Eis bewegen und da hat die Landesregierung überhaupt nichts für getan Wir haben heute viele bunte Buzzwords gehört viele Ankündigungen was alles wichtig ist und was man alles tun sollte aber um Goethe zu zitieren es ist nicht genug zu wissen man muss auch anwenden es ist nicht genug zu wollen man muss auch tun der Wandel zur Informationsgesellschaft umfasst sämtliche Lebensbereiche die Welt der Wirtschaft zweifellos aber auch die Welt der Arbeit des Lernens der sozialen und gesellschaftlichen Interaktion des Staatswesens und der Verwaltung selbst die demokratische Willensbildung wird durch diesen Wandel fundamental beeinflusst dieser umfassende Umwälzungsprozess wirft bislang ungeklärte Fragen in den unterschiedlichsten Bereichen auf angefangen bei der Koordinierung eines flächendeckenden Ausbaus einer zeitgemäßen Breitband-Infrastruktur in unserem Land über Fragen der verbesserten Start-up-Förderung die Anpassung des Urheberrechts an die neuen Bedingungen innerhalb Kultur und Bildung bis hin zu rechtlichen Grundsatzfragen im Bereich der Netzneutralität wie eines zeitgemäßen Datenschutzes und Herrn Wüst muss ich leider sagen nein, an der Netzneutralität führt hier nichts vorbei wir haben auch da nichts diskutiert es ist nach wie vor so, dass Netzneutralität fundamental ist im Internet wir müssen eher mit so einigen Mythen aufräumen die sich um die Netzneutralität ranken wie zum Beispiel, dass selbstfahrende Autos irgendeine Bevorzugung im Internet haben müssen wenn Sie sich vorstellen, ein selbstfahrendes Auto würde ohne eine ausreichende Internetverbindung nicht sicher im Verkehr navigieren können dann würde das bedeuten, Lebensgefahr wenn ein Fahrzeug sich im Tunnel befindet das kann nicht sein und gerade in dem allerletzten Punkt, den ich ansprach Datenschutz und Privatsphäre haben wir durch das Phänomen der globalen Überwachung mit einem bereits weit fortgeschrittenen Prozess der Verletzung elementarer Bürgerrechte zu tun und hinzu kommt auch noch die Wirtschaftsspionage Herr Minister Dün hat das angesprochen und hat auf die die seiner Ansicht nach ungelösten Probleme in der Cloud hingewiesen hat aber verschwiegen bzw. vergessen dass wir auch noch ein ungelöstes Problem der Wirtschaftsspionage staatlich organisierter Art haben all dies verlangt ein abgestimmtes, koordiniertes Handeln und um diesen Herausforderungen gerecht zu werden wird es Zeit, dass die Ressourcen und auch die widerstrebenden Kompetenzen unterschiedlicher Politikbereiche endlich synchronisiert und gebündelt werden bei der Regierungsbildung 2013 im Bund war die Einsicht dazu schon fast gereift wie wir wissen, war man sehr nahe dran ein Internetministerium da einzurichten es wurde dann aber nur ein Datenautobahnministerium im letzten Moment wurde die Chance vertan die dringend notwendigen Synergieeffekte im Bereich der digitalen Agenda zu schaffen diesen fundamentalen Fehler darf die Landesregierung nicht wiederholen Übrigens, Herr Minister Dün, Sie sprachen gerade eben einen Twitter-Account an, Jan Mie dahinter steckt Jan Miebach das ist der Pressesprecher der Grünen-Fraktion im Landtag NRW Soweit also zum Thema Medienkritik denn das, wenn Sie das als Stimme aus dem Netz ankündigen dann ist die nicht so ganz unabhängig also Medienkritik setzen sechs und Herr Schmelzer sprach die angeblich so lange Initiativenliste der der Landesregierung hier an, der rot-grünen Koalition hier an ich muss sagen, die Liste der Vorschläge, die die Piratenfraktion hier gebracht hat und die Sie einfach so ohne jeden Sinn und Verstand abgelehnt haben die ist sehr viel länger Da frage ich mich, wer soll denn die digitale Agenda unseres Landes hier führen? Der Herr Bolte hat eben angesprochen, das wäre ja ein Problem, dass wir einen Ladenhüter da präsentieren Tatsächlich wäre es eine Querschnittfunktion, das mag ja gerne so sein, aber wie das mit Querschnittfunktionen so ist Sie haben es mit der Diffusion von Verantwortung zu tun Niemand ist eigentlich verantwortlich für das Thema und wie wir wissen, bei Herrn Schmelzer steht sowieso alles unter einem Finanzierungsvorbehalt und da ist es dann sehr einfach, diese Aufgaben als wichtig zu definieren, aber nicht umzusetzen Wen wollen wir denn jetzt zum Chef der digitalen Agenda unseres Landes machen? Den Justizminister, der auf der Suche nach rechtsfreien Räumen im Internet war Der Wirtschaftsminister, der sich angesichts staatlich organisierter Wirtschaftsspionage für nicht zuständig erklärt hat Der Innenminister, der alle Internetnutzer erstmal unter Generalverdacht stellen will Die Medienministerin, die eine Suchmaschinensteuer im Internet durchgewunken hat Der Bauminister, der auf einem Zukunftskongress Internet-Startups in Gut und Böse sortiert hat Oder die Ministerpräsidentin, die bislang alle Anträge, dieses Thema zur Chefsache zu machen, ablehnen hat lassen Deshalb fordern wir Sie in unserem Antrag auf, Ihre verkündete Einsicht in die Bedeutung des digitalen Wandels Nunmehr endlich auch Taten folgen zu lassen Konzentrieren Sie die Aufgabe an einer Stelle und holen Sie die dafür notwendige Kompetenz an Bord Und Herr Bombis, es geht dabei um Konzentration, Koordination und Kompetenz Und im Landtag sollten wir selbstverständlich einen der Bedeutung angemessenen Spiegelausschuss einführen Frau Kraft, damit Sie die Kraft für die notwendigen Änderungen finden Habe ich Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht Wir haben auch heute schon mehrfach darüber gesprochen Ich habe Ihnen ein Doppelherz mitgebracht Und das würde ich Ihnen gerne schenken Applaus Herzlichen Dank Applaus Vielen Dank, Herr Kollege Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Wörmann Applaus Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz kurz Zum einen ist das, was Sie da ausgesucht haben, nicht glutenfrei Obwohl das ja nicht nur im Internet nachzulesen und herauszufinden war Was unsere, ne Insofern glaube ich, hat ja auch jemand anders Ihnen den Gag schon vorweggenommen Da war Herr Bolte nämlich vor mit dem Doppelherz und hat das aus meiner Sicht, aus Sicht der Landesregierung richtig zugewiesen Ich will nur eins, Herr Marsching, weil Sie das ja so ausgeführt haben, deutlich machen Es ist immer etwas schwierig, wenn Leute wieder besseres Wissen einfach hier die Dinge in den Raum stellen Wir haben zum Thema, wie steht es um die Internetkompetenzen, eine Studie, die hat Professor Boos verantwortet Und wir haben alle Fraktionen eingeladen, uns das gemeinsam anzuhören und das vorstellen zu lassen Und Herr Professor Boos hat ausdrücklich bestätigt, dass das, was diese Landesregierung seit 2010 auf den Weg gebracht hat Zum Thema Implementierung von Anforderungen und Kompetenzen im Bereich der Medienbildung Als anschlussfähig bezeichnet, mit dem, was aufgrund neuerer Entwicklungen ansteht Das war mir wichtig, das hier einmal sehr, sehr deutlich zu machen Und wir haben bei den Beratungen Ihrer vielen Anträge im Schulausschuss erfreulicherweise Wir haben ja schon mal Streit im Schulauss, aber in diesen Fragen waren wir uns einig, dass wir nachhaltig und nicht aktionistisch Die Dinge systematisch auf den Weg bringen, da bin ich froh, dass in dieser Frage an dieser Stelle so viel Einigkeit herrscht Und das wollte ich einmal hier deutlich machen, damit Ihre Anwürfe hier nicht unkommentiert stehen bleiben Herzlichen Dank Vielen Dank, Frau Ministerin, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung Erstens über den Antrag der Fraktion der CDU, das ist die Drucksache 7771 Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 7771 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk federführend Sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Aussprache und Abstimmung sollen nach Vorlage der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen Wer dem seine Zustimmung geben kann, bin ich um das Anzeichen Vielen Dank, wer kann dem nicht zustimmen Wer enthält sich damit, ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen Wir kommen zur Abstimmung Zweitens über den Antrag der Fraktion der Piraten, das ist die Drucksache 7773 Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt Wir kommen also zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags, Drucksache 7773 Wer dem seine Zustimmung geben kann, bin ich um das Anzeichen Dankeschön, das ist die Fraktion der Piraten, wer kann dem nicht zustimmen Vielen Dank, das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen der CDU und der Fraktion der FDP Damit ist der Antrag der Fraktion der Piraten abgelehnt Sie für die Fraktion der Tribüne, dersection der Fraktion der CDU und der Fraktion der CDU Das ist die Fraktion der CDU und der CDU-Centere Nhung, die förbiere Stratien der Fraktionen der CDU-Centere